Musik Hey Paul Hi Jo, grüß dich Supergeil, das wird zwar jetzt mittlerweile schon die elfte Tools for Agile Teams hier eröffnen dürfen Ja krass Und endlich mal wieder Und mit echten Gesichtern, dieses Jahr Hybrid, letztes Jahr fully remote, keiner da, war auch komisch Hat sich ein bisschen komisch angefühlt, aber in diesem Jahr ist ja auch nochmal anders, neben dem Hybrid Format, dass wir das Ganze auch in unserem neuen Headquarter hier austragen Wir haben ja im April tolle neue Räumlichkeiten hier bezogen, haben auch schon ein paar kleinere Event Formate gemacht Aber heute hauen wir mal so richtig einen raus hier und freuen uns, dass wir so viele Menschen hier im Raum haben Ja und Hybrid, ja, Hybrid ist ja, wusstest du eigentlich in unserer Umfrage, dass die Teams, 90% der Teams gesagt haben, Hybrid, so wollen wir in Zukunft weiterarbeiten Spiegelt sich ja auch in den Teilnehmerzahlen so ein bisschen wieder, im Verhältnis zwischen remote und dann hier vor Ort So und wir lernen auch hier vor Ort, jetzt werde ich mal lauter, Hybrid zu sein, also wir sind wahrscheinlich für die ein oder andere Session zu viele Leute Aber es gibt überall Monitore und es gibt auch Plätze, wo man sich hinsetzen kann, mit dem Laptop einschlöpseln kann, wenn es einem einfach zu eng wird Sucht euch euren Platz, also wie gesagt, die Keynotes werden auch überall gestreamt Ja, ihr findet hier bestimmt irgendwo ein Eckchen, wo ihr der Konferenz entweder persönlich oder sogar remote vor Ort lauschen könnt Ja und wo du schon unser Programm ansprichst, wir haben weit über 100 Einreichungen auch dieses Jahr wieder gehabt Also vielen, vielen Dank an euch alle, auch da draußen, die ihr hier euch mit Beiträgen einbringen wolltet Wir haben daraus dann sehr, sehr hart selektieren müssen und sind letztlich aber bei weit über 50 Beiträgen jetzt gelandet Die wir hier zum Teil in sieben Programmpunkten parallel sogar dann auch über die nächsten anderthalb Tage vorstellen werden Ja genau, ein paar Sachen noch vor Ort, die Remoteys können sich jetzt noch den letzten Kaffee holen schnell Bevor sie dann volle Aufmerksamkeit hoffentlich auf unser Event geben Ein paar Sachen noch vor Ort, wie gesagt, ich habe schon gesagt, überall stehen Monitore Wir machen uns natürlich Gedanken wegen so vielen Leuten und haben deswegen auch ein paar Leute hier Unter anderem zum Beispiel den Thorsten, der Thorsten, der bei uns Brandschutzhelfer und Ersthelfer ist Also wenn irgendwas passiert, sucht jemanden mit blauen T-Shirts, sagt Bescheid, wenn ihr euch einen Pflaster braucht oder whatever Schlimmeres wird bestimmt nicht passieren Ja, genau Ja, wo viele Menschen zusammenkommen, gibt es natürlich auch immer die Herausforderung des Umgangs miteinander Und für diesen Umgang miteinander und für unseren Code of Conduct haben wir den Manuel heute hier mit am Start Ja, danke dir, Paul. Ja, ich bin der Manuel, ich bin nicht nur Rekruter hier bei Cybermedia, sondern bin in den nächsten zwei Tagen bei der TVAT auch Ansprechperson und Vertrauensperson für solche Fälle und für den Code of Conduct Und den wollte ich ganz kurz vorstellen Ja, unser Code of Conduct, wir möchten unseren TeilnehmerInnen eine belästigungsfreie Event-Erfahrung bieten Unabhängig vom Geschlecht, von sexueller Orientierung, von Behinderung, Aussehen, Körperbau, Ethnizität oder Religionszugehörigkeit oder Nichtvorhandensein von einer solchen Wir tolerieren deswegen keinerlei Belästigung von TeilnehmerInnen vor Ort oder digital Das bedeutet auch sexualisierte Sprache und Darstellungen sind auf unseren Veranstaltungen unerwünscht Gleiches gilt für beleidigende Kommentare oder Äußerungen, die andere persönlich herabwürdigen Das umfasst sowohl hier den Veranstaltungsort, die Event-Plattform, die Vorträge, Workshops und Veten, sowie aber auch Twitter und andere Medien Das bedeutet für uns, TeilnehmerInnen, die gegen diese Regel verstoßen, müssen mit Sanktionen durch das Event-Personal rechnen Inklusive eines Verweises von der Veranstaltung vor Ort, ebenso wie digital Auch ohne Anspruch auf Rückerstattung eines möglicherweise anfallenden Eintrittspreises Texte, die gegen die eben genannten Kriterien verstoßen, werden von uns auch gelöscht Wir erwarten von allen Beteiligten natürlich, dass sie sich gemäß dieses Code of Contact hier verhalten Sodass die TVAT ein sicheres und angenehmes Event für alle Beteiligten wird Kommt gerne auf mich zu, sprecht mit mir über diese Themen Sollten solche Situationen entstehen, die gegen den Code of Contact verstoßen Dann sprecht bitte auch einen der Helferinnen und Helfer an oder kommt direkt auf mich zu Ich befinde mich meistens hier vorne am Tag-In-Schalter im ersten Obergeschoss Und auch online haben unsere Kollegen und Kolleginnen einen Blick auf die Räume Und können euch bei entsprechenden Situationen dann auch unterstützen und helfen Und damit wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß und gebe wieder zurück an euch beide Dankeschön, Manuel Danke, Manuel Danke Ja Also Neben dem könnt ihr mit Manuel auch gerne über HR-Themen und Recruiting sprechen übrigens Und das ist auch echt ein netter Kerl Also ihr könnt auch so einfach auf ihn zukommen Genau, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja jetzt auch zwei Leute, die uns durch den Nachmittag und Abend heute erstmal führen werden Ja, genau, weil wir ja nicht so die Entertainer sind Ja, da haben wir euch ein bisschen unterhaltsames Personal hier zusammengetragen Und begrüßen dann hier für die Moderation heute den Pjörn und die Franzi Danke Wir wünschen euch alle viel Spaß Dankeschön Vielen Dank Gleich haben wir es Super Ja, dann auch von uns nochmal herzlich willkommen Hier auf der Mainstage im neuen Headquarter Die beiden haben es eben schon gesagt, das ist ein ganz neues Gefühl hier Ich habe ja schon zwei Veranstaltungen machen dürfen Die waren quasi nur remote Also jetzt endlich Feedback Ich bin mal gespannt, wie das hinterher so aussieht Nur Gutes Ja, natürlich Wir nehmen nur Gutes an Sagen wir es mal so Heute und morgen gibt es ein buntes Rahmenprogramm Wir zeigen das auch gleich nochmal Lasst euch überraschen Es sind ganz viele spannende Punkte Ganz viele spannende Talks und Rednerinnen und Redner dabei Und ja, also ich bin auch schon super gespannt Heute führen wir beide durchs Programm Die Franzi von Werder und ich Morgen die Franzi und die Klara Da vorne Ja, da ist sie Genau Und in diesem Jahr haben wir 70 Speaker und über 50 Sessions in sieben parallel laufenden Tracks für euch Hochkarätige Keynote Speaker und was natürlich die Tools gerade auch vor Ort ausmacht, ist viel Wissensaustausch, Netzwerken und so weiter Und dabei wünschen wir euch jetzt schon mal jede Menge Spaß Wir haben sicher auch Leute, die den Livestream anschauen Also auf YouTube oder Venuelist Falls ihr noch kein Ticket habt und noch ein Ticket haben möchtet Wird jetzt irgendwo gleich eingeblendet Ein Link, wo ihr euch last minute noch registrieren könnt Ich sag's auch einmal auf Seibert.biz slash t4at Könnt ihr euch mit dem Gutscheincode Alles groß geschrieben Last minus minute minus t4at22 Noch ein letztes Ticket Kostenlos Organisieren und dann noch Remote hier dran teilnehmen Und die verschiedenen Sessions euch auch einfach anschauen Ich hab's jetzt eben schon mal erwähnt Wir arbeiten dieses Jahr mit der Eventplattform Venuelist zusammen Das zeigen wir jetzt auch einmal kurz, wie das so funktioniert Und stellen euch einmal so ein bisschen die Agenda vor Beziehungsweise schauen so Auf die Agenda einfach mal drauf Und ein bisschen in Venuelist rein Werden wir die gleich sehen Super Genau, das ist für heute der Plan Wir haben hier oben Verschiedene Slots Also hier vorne einmal die Mainstage und Kulturlounge Das ist alles, was hier auf dieser Bühne passiert Dann haben wir einmal den Track Agiles Produktmanagement Agile Teamwork Modern Workplace Scaling Agile Agile Leadership Und Agile Games Die gibt's nur heute Und die werden auch Nicht remote übertragen Ist das richtig? Kerstin? Ist richtig, glaube ich? Genau, also lasst euch das nicht entgehen Wenn ihr hier vor Ort seid Die gibt's nur heute Und die kann man im Nachgang auch nicht mehr online anschauen Alles andere, was ihr hier seht Ist, wie man's auch von den Tools davor kennt Später alles auf YouTube hochgeladen Also alle Talks, alle Sessions, alle Keynotes Könnt ihr euch auch im Nachgang anschauen Falls ihr's jetzt vielleicht mal nicht schafft Oder zwei Themen, die euch sehr interessieren, parallel sind Wartet einfach, bis wir's in ein paar Wochen, Tagen Dann hochgeladen haben auf YouTube Genau Was haben wir hier noch in Venuelist? Hier unten haben wir die einzelnen Bühnen Also Wenn ich jetzt beispielsweise hier auch einfach in so einen Track reinklicke Dann lande ich Nicht da Das war beim Raumplan so Ich hab Übersprungen So, wir haben hier erst noch den Raumplan Da sehe ich auch ganz genau, wo welche Session hier vor Ort stattfindet Also für alle, für euch, die hier vor Ort sind Ihr könnt Venuelist auch immer auf eurem Handy offen lassen Und könnt euch immer im Raumplan anschauen, wo denn was passiert Und dann könnt ihr theoretisch auch direkt reinklicken Und dann würde sich die Session öffnen So, vor viel Effekt Genau Was noch ganz interessant ist Für die einzelnen Sessions für remote So wie vor Ort für die Leute Ihr könnt hier rechts im Chat immer so ein bisschen kommunizieren Und wir haben hier so eine Fragenmöglichkeit Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr hier eine Frage stellen Und die Fragen werden dann hochgevotet Also wenn ihr eine Frage sehr interessant findet Könnt ihr die hochvoten Und die mit den meisten Votes wird dann natürlich zuerst gestellt Und je nachdem, wie viel Zeit noch ist Werden vielleicht nicht alle Fragen geschafft werden Und die restlichen Fragen werden dann von den SpeakerInnen Im Nachgang noch beantwortet Per Chat Ansonsten haben wir unten noch verschiedene Kanäle Da sieht man jetzt auch schon ganz gut Da sind immer schon Leute drin Das sind unsere Netzwerkräume Also wenn ihr euch einfach mal austauschen wollt Über irgendeine Session Über irgendeinen Vortrag Über agiles Arbeiten Was auch immer ihr möchtet Könnt ihr einfach in so einen Netzwerkraum rein Könnt da ein bisschen mit anderen quatschen Ganz hier unten haben wir noch unseren Support-Chat Falls ihr irgendwas braucht Oder irgendeine Frage habt Schreibt da gerne rein Die Miriam und die Antonia, die beantworten euch das Und die haben auch noch eine Telefonnummer Ach nee, das sagst du, das sag ich gar nicht Das sag ich morgen Genau, eine Sache noch Wir haben, das haben wir letztes Jahr auch gemacht Wir haben Google Docs bereitgestellt Für kollaborative Notizen Das heißt, wenn ihr zu Talks oder Keynotes Irgendwelche Notizen schreiben wollt Mit anderen gemeinsam Eure wichtigsten Punkte Vielleicht eure Key Takeaways Könnt ihr das machen Der Link dafür ist Cyber.biz Slash Live Notes Minus T4AT Minus Keynote Da könnt ihr dann das Dokument einfach mitgestalten Da sind jetzt erstmal nur die Keynotes Die Keynotes sind alle auf Englisch Ihr könnt aber egal in welcher Sprache Da einfach Notizen reinschreiben Dadurch, dass die Keynotes aber alle auf Englisch Auch vorgetragen werden, sind die Für die Keynotes hier auf Englisch auch angelegt Ansonsten noch ein wichtiger Punkt Wenn ihr heute twittern wollt Es wurde auch schon vereinzelt getwittert Das habe ich schon hier gesehen Auf dem Bildschirm Nutzt bitte den Hashtag T4AT Und dann können wir uns alle vernetzen Und auf den einzelnen Bildschirmen Werden auch zwischendurch mal ein paar Tweets gezeigt Genau Ja, perfekt Dann würde ich sagen Komme ich auch gleich zum Support Die Franzi hat es ja schon angekündigt Also für die Leute, die am ehesten Die, die draußen zuschauen Ist es so, dass wir ein Support-Team haben Hier die Antonia und die Miriam Die stehen da zur Verfügung Und zwar zum einen Kann man die erreichen über einen Google Meet Unter cybert.biz Slash support-event Könnt ihr da direkt reinspringen Den Link gibt es jetzt auch gleich Glaube ich nochmal Hier unten Im Chat Im Venue-List Genau So Und außerdem kann man auch anrufen Unter 0611 0611 Für Wiesbaden 205 7071 Sind die beiden Erreichbar Ich sage es nochmal 0611 205 7071 Könnt ihr anrufen Wenn ihr ein Problem habt Zum Beispiel mit der Plattform Dann helfen die beiden euch weiter So Dann Wollten wir uns nochmal ganz kurz angucken Was jetzt Als nächstes so für Für Vorträge laufen Genau Ihr könnt euch das wie gesagt Hier direkt In Venues anschauen Wir können aber auch gucken Hier auf der Mainstage übrigens Ist auch die Kultur-Lounge Mit der Franzi Das nur nochmal Also wer in der Kultur-Lounge Zuhören möchte Live Der bleibt einfach hier Für alle anderen Dann gibt es gleich nochmal 10 Minuten Pause Damit die sich sozusagen hier In die Räume verteilen können Und was haben wir hier Wir haben agiles Arbeiten Befreiung der Arbeitnehmenden Aus ihrer selbstverschuldeten Unmöglichkeit Äh Unmöglichkeit Oh Gott Unmündigkeit So Das geht ja schon gut los Begeistern statt nur beteiligen Stakeholder-Management Als Erlebnisgestaltung Wie viel Wie viel Disput tut gut Und wozu führt deine Konfliktstrategie Wenn es im Team knallt Der Weg zum Future Workplace Bei der Marantek Group Agile Hive Bei Siemens Smart Infrastructure Welche Führungsrollen Wird es zukünftig In einer agilen Echten agilen Organisation Noch geben Und Market of Skills Oder die spannende Frage Mit wem arbeite ich hier Eigentlich zusammen Das sind die Angebote Die wir jetzt demnächst Sozusagen für euch haben Entweder Remote Über Venulous Oder halt eben hier In den Räumen Und ich glaube Dann Würde ich sagen Geben wir hier sozusagen Die Pause frei Damit sich verteilt werden kann Wünschen euch viel Spaß Bei den Talks Wir sehen uns auf jeden Fall Hier noch wieder Und genau Bis später Bis später Bis zum nächsten Mal. 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 Was hat das für Konsequenzen, wenn Sie etwas so entscheiden? Das ist auch das, was ich unter unternehmerischem Denken und Handeln eigentlich subsumieren würde. Da bin ich auch schon mal im Gespräch mit einem sehr bekannten deutschen Scrum-Coach, von ihm ein bisschen angegangen worden, beziehungsweise er hat eine andere Meinung vertreten. Ich glaube, es lag einfach daran, weil er halt dieses Unternehmen Unternehmertum sehr stark dann quasi gesehen hat. Ich meine damit etwas anderes, also dass man einfach wie ein klassischer Unternehmer oder was ich als eine Kerndisziplin eines Unternehmers sehe, sich Gedanken macht. Also zum Beispiel, es kommt eine Anfrage von einem Kunden, wo man das geführt hat, das passt eigentlich nicht. Jetzt kann ich zwei Dinge tun. Ich kann die annehmen, ich kann die ablehnen. Vielleicht gibt es noch irgendwas in der Mitte. Man verhandelt irgendwie die Konditionen neu. Und alles hat Konsequenzen. Wenn wir sagen, wir brauchen den Umsatz, dann gehen wir in den Auftrag rein. Aber vielleicht ist der Auftrag nicht so geil und dann habe ich wieder ein Problem und meine Mitarbeiter, was alle irgendwie so ein Gesicht ziehen und sagen, das nervt total. Die einfache Variante wäre dann also in dem Moment, wo man ein ungutes Gefühl hat, einfach sagen, okay, naja, also wir sagen einfach ab. In der Regel machen wir das tatsächlich begründet und sehr höflich. Also nicht einfach so mit Ausreden, wir haben keine Zeit, sondern wir begründen das halt, warum das vielleicht für uns jetzt gerade nicht der richtige Auftrag ist. Und das ist so ein klassischer Punkt, wo ich dann immer reingrätsche und sage, okay, also wir können das hier gemeinsam entscheiden. Ich überlasse auch euch die Entscheidung, weil ich nicht will, dass ihr in Aufträge reingeht, auf die ihr eigentlich keinen Bock habt oder die dann im Chaos enden. Aber ihr müsst über die Konsequenzen nachdenken. Also wenn das zum Beispiel ein Auftrag ist im sechsstelligen Bereich, dann kann es sein, dass dieser Umsatz am Jahresende fehlt, weil es selten so ist, dass Konzerne zwei Jahre im Voraus anrufen und sagen, ach, übrigens, wir haben in drei Jahren fünf Millionen Budget und die können wir so verteilen bei euch. Sondern es ist halt sehr volatil irgendwie im Laufe des Jahres. Und das ist halt was, wo ich sagen würde oder was ich so zu mir unter diesem Thema unternehmerisches Denken und Handeln. Also ich kann das entscheiden, dass ich bestimmte Dinge nicht tue und dann muss ich mir der Konsequenzen bewusst sein und dann darf ich halt nicht zu Mutti nachher rennen und sage, oh, das ist doch so doof. Sondern dann muss ich halt, so wie ich das auch gelernt habe als Unternehmer, ich habe viele schlechte Entscheidungen oder mit großen Konsequenzen gefällt in den letzten 24 Jahren, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Und im Vorfeld das so zu sondieren, dass ich ein gutes Gefühl habe. Und wenn es dann am Ende doch anders kommt, dann ist es halt Schicksal. Wie nehmen das deine Mitarbeitenden so an? Also die arbeiten ja schon, wie du es jetzt beschreibst, auch sehr selbstorganisiert und auch sehr selbstbestimmt, haben auch scheinbar eine relativ hohe Verantwortung im Unternehmen. Läuft das immer gut? Also klappt das immer? Und die sagen immer, ja, kein Problem, wir entscheiden das mit hier im Team. Oder gibt es da auch manchmal Probleme, wo sie dann vielleicht doch lieber zur Mutti rennen würden? Ja, jetzt muss man aufpassen, sonst kriege ich nachher irgendwie einen Shitstorm ab, sowohl von meinen Mitarbeitern als auch von irgendwelchen Leuten, die zugucken. Also wir bleiben, glaube ich, nicht mehr bei diesem Bild von Mutti irgendwie. Ja, es ist schwierig. Also ehrlicherweise, ich bin jetzt einer der Ersten, der in der Öffentlichkeit zugibt, auch als agile Unternehmensberatung ist man nicht immer selbstorganisiert und agil. Ich habe am Wochenende mich mit einem Geschäftsfreund getroffen, der zufälligerweise auch bei uns in der Ausbildung war und der dann schon oft sich mit mir getroffen hat und wir quatschen dann so ein bisschen. Und er ist eher klassische Führungskraft, die so ein bisschen versucht, agile Führungskraft zu sein. Und wir haben es ja von vornherein anders aufgezogen. Und dann erzähle ich ihm mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen, was bei uns halt passiert oder nicht passiert, was funktioniert, nicht funktioniert. Und ich würde sagen, da gibt es Phasen. Also es gab Phasen, das hatten wir im Vorgespräch, du und ich, schon mal kurz angedeutet. Also zum Beispiel vor knapp anderthalb Jahren hatten wir eine Phase, da lief das Bombe. Also da hat das Team sich wirklich sehr stark selber organisiert. Da war genau dieses Thema, was du vorhin auch angesprochen hast. Also ich brauchte nichts mitkriegen und ich habe nichts mitbekommen. Und da gab es, der Anlass zum Beispiel war irgendwie, woran ich das festmache, mir ging es nicht so gut. Ich war ein bisschen überarbeitet, habe das annonciert. Und dann haben innerhalb von einem Tag alle Teammitglieder meinen Kalender freigeräumt, habe gesagt, am Morgen hast du drei Wochen Urlaub. Und dann merkt man, dass das funktioniert oder funktionieren kann. Und dann gibt es aber halt eben auch andere Phasen irgendwie. Also die gleichen Leute können zwei Monate später sich anders verhalten. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir die schlechteste agile Unternehmensberatung sind und irgendwelchen Leuten immer davon erzählen, wie es funktioniert, aber das selber nicht drauf haben. Also es geht ja um Menschen. Und ehrlicherweise muss man sagen, wir bedienen uns natürlich auch auf dem freien Arbeitsmarkt. Das heißt klassischerweise wird niemand in so einer Karriere im selbstorganisierten Team geboren, sondern die Menschen kommen aus einem anderen Zusammenhang bei uns, wenn wir wachsen, wenn wir uns verändern im Team. Und dann geht nach Tuckman sozusagen das Teamrad wieder von vorne los. Und damit natürlich auch der Selbstorganisationsgrad. Wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei Selbstorganisation sind, was bedeutet denn für dich Selbstorganisation? Also was würdest du vielleicht auch oder erwartest du auch Stand heute schon von deinen Mitarbeitenden, wenn du über das Thema Selbstorganisation sprichst? Vorweg würde ich sagen, das ist jetzt meine Definition. Das ist jetzt keine akademische, sondern was ich da rein interpretiere, wo ich dann teilweise halt eben in Diskussionen auch mit Leuten aneinander gerate, weil sie halt irgendwie das anders interpretieren, das Thema. Das, was mich antreibt oder wie ich das definieren würde, und zwar nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern auch bei Kundenunternehmen, ist, dass Menschen Verantwortung übernehmen und Entscheidungen fällen. Ohne dass immer, also deshalb auch das Zitat von Kant, ohne dass dann immer ein Vorgesetzter, ein Chef, das nochmal absegnen muss oder daneben steht. Der kann natürlich befragt werden, der kann auch eine Meinung haben. Wir haben tatsächlich auch das bei uns eingeführt, weil das nicht so ganz klar war, dass ich ein Veto-Recht habe. Also wir haben nach langen Diskussionen... Du persönlich jetzt? Genau. Also wir haben nach langen Diskussionen das eingeführt, dass das okay ist bei unternehmerischer Entscheidung. Das muss man natürlich definieren, was ist das und in welchem Ausmaß. Aber ich würde das halt so definieren, schwerwiegende Entscheidung. Also zum Beispiel wollen wir ein Produkt abbrechen oder wollen wir einen Auftrag in sechsstelliger Höhe nicht annehmen oder so, dass ich zur Not ein Veto-Recht habe. Also Team First an der Stelle. Also ich befrage das Team oder das Team kann entscheiden. Aber wir haben lange diskutiert und es ist nachher verabschiedet worden, dass ich da ein Veto-Recht habe. Einfach deswegen, weil ich die komplette juristische und finanzielle Verantwortung trage. Das heißt, wenn mein Team Dinge entscheidet und ich darf nicht mitreden oder kriege noch nicht mal was davon mit und das können sehr schwerwiegende Dinge sein, kann tatsächlich in letzter Konsequenz das so enden, dass ich mit meiner Familie unter der Brücke schlafen muss, wo unsere Firma insolvent gegangen ist und die Bank sich an meinem Haus bedient hat. Und deshalb haben wir halt diese Schwerklausel eingeführt. Und Selbstorganisation, das vielleicht noch als Ergänzung, das wird oft falsch verstanden, ist nicht Abwesenheit von Führung. Und es ist auch nicht Selbstbestimmtheit. Also da haben wir dann teilweise auch Probleme, wenn wir mitunter neue Teammitglieder bekommen, die eher sowas wie vollkommene Autonomie darunter verstehen. Also hier, der Silvius soll mal seine Klappe halten irgendwie und soll sich schleichen und soll mal in sein Chefbüro. Wir machen das hier alles im Team aus. Und das geht in bestimmten Fällen, in manchen halt eben auch nicht, weil die Leute noch nicht so weit sind, weil sie nicht verstehen, was das für Konsequenzen hat. Oder weil sie vielleicht noch nicht gezeigt haben, dass sie tatsächlich auch die Konsequenzen bereit sind zu tragen. Also Entscheidungen fällen im Team, selbst organisiert, ist immer total klasse und das findet auch jeder cool. Aber dann die Konsequenzen davon auszubahnen, Beispiel. Also irgendwas haben wir verbockt, das hat finanzielle Einbußen zur Folge. Sehr oft ist das dann so, dass die Arbeitnehmer, der Arbeitnehmende, dann gerne trotzdem sein Gehalt in voller Höhe pünktlich gezahlt bekommen will. Und das ist ein Dilemma. Weil dann zeige ich die Zahlen und sage, das ist auf dem Konto und das muss man noch zahlen. Und das hat jetzt diese finanzielle Auswirkung gehabt, dass wir das verbockt haben. Das könnte vielleicht schwierig werden. Und ihr habt das entschieden. Und das war halt eben auch der Grund, warum wir diese Sperrklausel eingeführt haben. Beziehungsweise ehrlicherweise muss man sagen, ich habe darauf gedrungen und wir haben es lange diskutiert. Und das Team hat dann letztendlich zugestimmt irgendwie. Weil Entscheidungen haben Konsequenzen. Und man muss die Konsequenzen bereit sein zu tragen. Und das sind nicht immer alle im gleichen Maße. Und es ist halt eben auch ein Entwicklungsfeld. Sind denn schon so Situationen vorgekommen, wo die Entscheidung gefällt wurde, die im Endeffekt vielleicht negativ ausgefallen ist, im unternehmerischen Sinne, wo die Leute dann so ein bisschen am Strugglen waren und jetzt nicht wussten, ja, wir haben die Entscheidung gefällt, aber vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee? Ja, da gibt es diverse Beispiele. Also wir haben zum Beispiel einen Peer-Recruiting-Prozess. Das heißt, dass eigentlich das ganze Team in verschiedenen Phasen involviert ist, wenn wir Kandidaten sich in den Entscheidungen fällen, ein Angebot unterbreiten, ein Vertragsangebot. Und da ging das in beide Richtungen. Also manchmal habe ich gesagt, ich bin mir unsicher, habe ein schlechtes Bauchgefühl. Ist das okay, wenn ich jetzt mal ein Veto anlege? Manchmal war das auch beim Team so, ich war vom Kandidaten oder der Kandidatin total begeistert und hätte den am liebsten geknuddelt und nochmal an. Und das Team hat gesagt so, äh, nicht mit dem. Ja, die müssen dann letztendlich ja auch mit dem arbeiten, ne? Ja, genau. Und wir haben tatsächlich auch teilweise Entscheidungen gehabt oder Unterlassungen, die finanzielle Auswirkungen gehabt haben. Und zwar nicht im geringen Maße. Also ich rede nicht davon, dass einer irgendwie vergessen hat, irgendwie die Kaffeemaschine zu säubern oder den Geschirrspüler auszuräumen, sondern ich rede von finanziellen Konsequenzen in fünfstelliger Höhe. Und das ist dann sozialisiert worden im Unternehmen. Sprich also von der Rechtsform her, also ich bin alleiniger Inhaber, wir sind keine GmbH oder ähnliches. Das heißt, rein rechtlich ist es so, der Gewinn, der am Jahresende vor Steuern überbleibt, ist eigentlich auch mein Gehalt. Das heißt, dieser Betrag ist dann von meinem Gehalt, meinem Geschäftsführergehalt abgezogen worden. Spiegelst du das dann auch so an die Mitarbeitenden wieder? Also verstehen sie dann auch so, was gerade passiert ist und wieso das schief gelaufen ist für die Zukunft, für nächste Prozesse? Ja, ich glaube, das ist essentiell. Also das kommt, glaube ich, auch immer zu kurz. Aber sowohl als Führungskraft, Geschäftsführer beziehungsweise Coach kann ich sagen, allein die Information resultiert nicht in einer Veränderung oder einer Erkenntnis. Also manchmal dauert das sehr lange. Also manchmal muss man auch die gleichen Sachen mit verschiedenen Worten öfter mal platzieren und irgendwann macht es einen Klick oder halt eben auch nicht. Und das menschliche Gehirn ist sehr gut dazu in der Lage, unangenehme Informationen zu ignorieren. Also das heißt, allein, dass ich auf solche Dinge hinweise oder die Konsequenzen tatsächlich offenlege oder Empfehlungen abgebe oder was auch immer, also mein Wissen im allgemeinen Teile, bedeutet nicht, dass dann halt eben Menschen, die vorher eigentlich in einem Angestelltenvertragsverhältnis waren, tatsächlich daraufhin ihr Verhalten verändern. Das ist sozusagen auch aktuell. Das ist so mein, in Anführungsstrichen, Hass-Thema. Also wer mit mir connected ist bei LinkedIn, hat da schon in letzter Zeit öfter Rants von mir gelesen. Also ich habe so zwei Themen. Dieses Führungskräfte-Bashing geht mir auf Deutsch gesagt so ein bisschen auf den Sack irgendwie in meiner agilen oder Coach-Bubble, weil mir da zu wenig halt dieses Verständnis oder der Positionswechsel eigentlich für die Führungskraft irgendwie zu wenig vorkommt. Also es ist immer der arme Mitarbeiter, der alles richtig gemacht hat. Nur der Chef war doof irgendwie. Das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Und jetzt habe ich das zweite vergessen. Das kommt davon, wer mein Monologe hält. Das habe ich tatsächlich auch vergessen, weil das habe ich nicht aufgeschrieben, habe ich gerade spontan gefragt. Aber nicht so schlimm. Ich habe dich im Vorfeld gewarnt. Also wir können auch zwei Stunden miteinander reden. Es ist immer noch genug Material da. Ja, ja, kein Problem. Ich mache mal mit einer anderen Frage weiter, die ich tatsächlich aufgeschrieben habe. Genau, ihr habt ja jetzt viel ausprobiert, um dort zu sein, wo ihr jetzt aktuell seid. Also in dieser selbstorganisierten Unternehmensform. Auf dem Weg zur Selbstorganisation war es ja immer ein Schritt nach vorne, zwei zurück. Und wie gesagt, deshalb meinte ich das auch, dass ich jetzt nicht daran, dass wir den Kunden irgendwas erzählen und das selber nicht drauf haben. Es geht um Menschen. Und Menschen, die woanders sozialisiert worden sind. Jetzt weiß ich auch, was ich noch erzählen wollte. Super. Das Problem ist aus meiner Sicht, kann man gerne anderer Meinung sein, aber aus meiner Sicht ist die Bundesrepublik eine Arbeitnehmerrepublik sozusagen oder ein Arbeitnehmerstaat, was per se nicht schlecht ist. Also die ganzen Errungenschaften irgendwie der letzten 150 Jahre irgendwie total top. Aber ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir allein auf diesem Pfad bleiben. Also wenn wir immer nur, okay, was können die Arbeitnehmer noch an Benefits bekommen, irgendwie Lohnsteigerungen und irgendwelche Vertragsverhandlungen mit der IG Metall und dies und das und jene ist. Und dann kommt noch das Bashing der Führungskräfte dazu und so weiter und so fort. Und das ist das Problem der Selbstorganisation oder des Versuches, selbst organisiert zu arbeiten. Weil, wie gesagt, wir haben eine andere Vertragsform. Ich bin Inhaber. Ich bin der Arbeitgeber. Wir haben Menschen mit einem Arbeitsvertrag. Und die vielleicht woanders sozialisiert worden sind, die zwar sich vielleicht wünschen, selbst organisiert zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Aber wie gesagt, Wunsch heißt nicht gleich Handlung. Und das ist manchmal ein etwas längerer Weg. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also rein rechtlich sind sie auf der grünen Seite sozusagen. Rein rechtlich, das Erschreckende, ist das deutsche Arbeitsrecht so gestrickt, dass du eigentlich nur Arbeitszeit schuldest. Also der Kern eines Arbeitsvertrages ist eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin. Du schuldest Arbeitszeit. Du tauscht Gehalt gegen Arbeitszeit. Und es gibt keinerlei Verpflichtung zu Leistung. Tatsächlich. Und das Einzige, wo man vielleicht einen Einspruch einlegen könnte, wäre irgendwie grob fahrlässiges Verhalten. Oder wenn jemand sich halt wegduckt, irgendwie jeden Tag irgendwo ein Büro anschließt und eigentlich gar nichts tut, sondern Füße hochlegt und irgendwie Zeitung liest. Das wären so Fälle, wo man einschalten kann. Aber ansonsten sieht das deutsche Arbeitsrecht nicht sehr gleich vor, was wir uns vielleicht hier in dem agilen Kontext wünschen. Das heißt, de facto hat ein Arbeitnehmer das Recht darauf hinzuweisen, okay, das ist nicht mein Thema. Ich bin dazu gar nicht verpflichtet. Ich mache hier meinen Job, 9 to 5. Du kannst mir gar nichts. Und das andere Problem ist, also wollen heißt nicht können oder dann tatsächlich umsetzen. Das ist manchmal ein sehr langer Weg, weil natürlich gewohnte Verhaltensweisen verändert werden müssen. Und manchmal, das auch tatsächlich für die Arbeitnehmer in selbstorganisierten Unternehmen erschreckend ist. also dieses Thema Verantwortung. Ups, ich habe hier einen Fehler gemacht und der Service erzählt mir jetzt auch noch, dass das 10.000 Euro Schaden irgendwie verursacht hat oder so. Das mache ich ja nicht, weil ich sage, hier, du bist schuld, sondern weil ich möchte, dass die Menschen erkennen, Handlungen oder Entscheidungen haben Konsequenzen. Und das war in diesem Fall halt eben ein Schaden von x Euro und mit dem Wunsch, dass erkannt wird, okay, woran lag es und wie kann es das nächste Mal besser gemacht werden. Und mit sowas ist in der Regel ein Arbeitnehmer in einem klassischen Betrieb überhaupt nicht konfrontiert. Also der ist mit den Konsequenzen oder den Endergebnissen seiner Handlungen, seiner Entscheidungen oder Unterlassungen wenig bis überhaupt nicht konfrontiert. Kommen bei euch denn viele Leute, die aus so einem klassischen Arbeitnehmerkontext kommen beziehungsweise den Hintergrund haben, kommen zu euch und versuchen dann eure Form der Unternehmensführung beziehungsweise dieses selbstorganisierte Arbeiten zu machen oder kommen schon eher Leute auch aus dem agilen Kontext zu euch oder ist das so 50-50, kannst du das ungefähr abschätzen? Also prozentual könnte ich das nicht angeben, aber es ist eine Mischung. Also Leute, die schon irgendwie agile Vorerfahrung, agile Vorbildung haben irgendwie, die steigen dann natürlich woanders ein. Dann manchmal gibt es auch Leute, die vielleicht eine Zeit lang freiberuflich gearbeitet haben und dann gibt es tatsächlich Leute, die vorher im Angestelltenverhältnis gearbeitet haben und aber immer davon geträumt haben, eine andere Art der Arbeit irgendwie zu leben und zu prägen. und mir ist es dann halt aufgefallen, weil vorher war das für mich total klar, also hier Selbstorganisation heißt, ich muss wie ein Unternehmer denken und ich mache mir vor Gedanken, okay, wenn wir jetzt das machen, dann hat das die Konsequenzen und ich habe dann erst, als wir gewachsen sind, weil vorher waren wir eine kleinere Truppe, da ist das nicht so zum Tragen gekommen, aber als wir dann tatsächlich vor zwei Jahren gewachsen sind, da ist mir das erst klar geworden, dass sich da teilweise auch alte und neue Vorstellungen vermischen. Also zum Beispiel alte Vorstellungen von Führung oder quasi fast neue, moderne, also Leadership ist ja gerade ein Riesenthema irgendwie so in der Bubble, wo ich dann sagen würde, man sieht es mir nach, ich bin Historiker, ich muss manchmal komische Vergleiche bringen, also das mit dem Führer, das hat schon 33 bis 45 nicht funktioniert, das sollte man vielleicht lieber bleiben lassen. Also ich wäre tatsächlich jemand und so bin ich eigentlich auch damals zum agilen Arbeiten gekommen irgendwie, also ich bin immer jemand gewesen, der weitestgehend autonom arbeiten wollte, dennoch aber erkannt hat, okay, es gibt irgendjemanden, mit dem muss ich mich auseinandersetzen, zum Beispiel einen Abteilungsleiter oder einen Auftraggeber oder den Vorstand der Firma, weil der haftet für all den Quatsch, den wir da machen. Also es bedeutet nicht, dass ich komplett eigenbestimmt arbeiten kann. Ich wünsche mir einen relativ großen Grad für mich und für meine Mitarbeiter, dass wir eigenbestimmt arbeiten können, aber irgendwo wird es immer jemanden geben, mit dem wir uns irgendwie abstimmen müssen. Und das merkt man dann teilweise, wenn neue Leute reinkommen oder wenn man Gespräche führt, halt eben das erstmal dieses ganze Thema Selbstorganisation, New Work, Agile, irgendwie total bling bling, also schön rosa Sternchen und das werden wir heutzutage wollen sie alle und dann werden vielleicht auch Dinge rein interpretiert in unsere Firma, wo ich sagen muss, okay, ich erzähle dir jetzt mal, wie es wirklich bei uns ist. Also das harte Stück Arbeit, manchmal kotzt man, manchmal denkt man irgendwie, es geht auch nicht voran, ich lasse das alles, also ich mache hier wieder klassisch Comment in order, mir reicht es irgendwie. Oder halt die Mitarbeiter sagen, bitte sag doch einfach, was wir machen sollen, ich habe keine Lust irgendwie mich an einer Entscheidung zu beteiligen, wir einfach hier nur meinen Job machen. Und das ist halt am Anfang, glaube ich, eine Anpassungsleistung, die stattfinden muss und das ist auch herkunfts- oder altersunabhängig. Das ist das, was ich meinte. Also ich glaube, wir sind gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt, dass Menschen, egal welchen Alters, darauf vorbereitet werden oder einen guten Start bekommen, größere Verantwortung zu übernehmen im Unternehmen. Wie groß sind denn so ungefähr, falls man das im Durchschnitt zusammenfassen kann, eure Teams, in denen dann auch die Entscheidungen getroffen werden? Wir hatten mal eine Teamgröße von zehn Personen, wir sind jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen geschrumpft, also wahrscheinlich sind wir nächstes Jahr auch wieder zehn. Das heißt, also nicht vergleichbar jetzt mit das Albeitmedia irgendwie. Ich habe mit Joe neulich telefoniert, hat er, glaube ich, gesagt, aktuell da standen irgendwie 300 Leute oder so. Ja, fast. Und ich kenne auch die Zeiten irgendwie von 60 Leuten, war, glaube ich, das erste Mal bei euch. Und das haben wir damals, das steht auch bei uns auf der Webseite, das haben wir ausgeschlossen. Also wir haben gesagt, wir wollen eine One-Team-Company sein, weil aus meiner Beobachtung, heute würde ich das vielleicht ein Stück weit hinterfragen, aber wir haben es trotzdem beibehalten und ich finde das auch nach wie vor gut. Aus meiner Beobachtung, irgendwann, wenn die Firma groß wird, kommst du in Schulitäten. Also du baust dann in irgendeiner Form irgendwelche Strukturen auf, People Lead oder wie die dann alle heißen im agilen Kontext oder halt eben klassische Führungsrollen irgendwie und das dann Anfang vom Ende. Also wir sehen uns selber als Startup und wollen auch ein Startup bleiben. Wir wollen flexibel sein, wir wollen viel leisten und sobald du so feste Strukturen, Hierarchien oder was ähnliches, Informationsstrukturen aufbaust, haben wir damals gesagt, irgendwie, da geht eigentlich der ganze Spirit flöten und das Zweite ist einfach Komplexität beziehungsweise auch finanzielle Verantwortung. Also wenn du dann plötzlich 20, 30, 40, 50 Leute hast, dann kannst du dir diese Frage, diesen Luxus nicht mehr leisten, wollen wir den Auftrag annehmen oder nicht? Dann musst du wahrscheinlich den Auftrag annehmen, egal ob du da Bock drauf hast oder nicht, weil du einfach gucken musst, dass die Leute halt unter Feuer gehalten werden und das ist bei uns tatsächlich ein wichtiger Wert. Wir wollen keine Aufträge annehmen, wo wir das Gefühl haben, das passt nicht oder wir wollen das nicht. Cool. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen das finanzielle Thema. Bei euch ist ja auch alles transparent, also die Gehälter sind transparent, alle Finanzinformationen sind transparent. Nehmen die Mitarbeitenden das auch an? Also schauen sie da auch rein und verstehen das oder ist das einfach nur da und existiert so vor sich hin? Ja, teils, teils. Also vorher war das so, wir haben eine ganze Zeit lang, das ist jetzt so ein bisschen in der Veränderung gerade begriffen, irgendwie, wir machen uns ein bisschen Gedanken, wie eigentlich das Zukunftsmodell, das Organisationsmodell bei uns aussieht, hört sich jetzt an, eine Teamfirma und dann Organisationsmodell, also wie wir eigentlich arbeiten und unsere Organisation betreiben wollen, da machen wir uns gerade Gedanken, das ist gerade in der Veränderung, aber eine ganze Zeit lang war das so, dass wir gesagt haben, wir wollen in einem Scrum-artigen Zyklus arbeiten und der definiert alles, also der definiert operative Sachen, der definiert Organisationsentwicklung, der definiert Produktentwicklung, warum erzähle ich das, weil bei dem klassischen Review habe ich halt eben auch Zahlen auf den Tisch gelegt, jedes Mal, also habe wirklich transparent alle Zahlen präsentiert und eine Einschätzung abgegeben, wie wir gerade am Markt dastehen mit unseren Produkten und mit unserem Unternehmen und in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Auch da würde ich sagen, schonungslose Offenheit, allein die Information bringt keine Erkenntnis oder Veränderung und das ist nicht nur bei uns so, weil ich jetzt in den letzten zwei Jahren oft mit anderen Geschäftsführern von agilen Unternehmen mich ausgetauscht habe. Man kann nicht erwarten, dass die Leute diese Zahlen von vornherein interpretieren können oder dass es sie interessiert. Und es gibt aber andere Bereiche, wo das sehr transparent ist und wo ich das wichtig finde, dass da auch aktiv mitgearbeitet wird, also zum Beispiel unsere Gehaltsstruktur. Also es sind nicht nur alle Zahlen bei uns transparent, also wir haben zum Beispiel Nutzen als Dateiablage Dropbox und da ist alles drin. Also Arbeitsverträge sind da drin und unsere Unternehmenszahlen und dies und das und jenes. Das heißt, im Umkehrschluss, die Leute wissen auch, was ich verdiene als Geschäftsführer. Und was mir immer sehr wichtig war, da hatten wir tatsächlich auch so ein Thema von einer Mitarbeiterin, die eigentlich total motiviert war und cool und voll auf dem agilen Trip, aber sich dann gesperrt hat, als ich gesagt habe, dieses Thema Gehaltsstruktur sollt ihr mal als Mitarbeiter miteinander ausarbeiten. Da hat sie gesagt, was ist denn das für ein Blödsinn? Also ich hitte doch nicht mit meinen Kollegen über mein Gehalt. Das mache ich doch mit dir aus. Und ich so, ah, okay, dann müssen wir an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen erzählen, was da der Hintergrund ist. Und meine Definition davon ist halt eben, aus unternehmischer Sicht macht es zumindest bei der kleinen Firma, die wir haben, nicht so viel Unterschied, ob jetzt eine Person 150 Euro mehr oder weniger verdient. Aber für die Person ist das total wichtig. Und dieses Thema Gehaltsgerechtigkeit ist bei uns ein wichtiger Wert. Das heißt, die verschiedenen Jobs sind unterschiedlich bepreist. Also zum Beispiel kriegen Menschen im Hintergrund im Backoffice ein bisschen weniger als die Leute, die an der Front arbeiten sozusagen, also Coaches und Trainer, weil sie auch direkt tatsächlich für den Umsatz sorgen. Also das sind, im Lienensprech sind das sozusagen diejenigen, die den Wert für uns erzeugen. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute im Backoffice keinen Wert erzeugen, sondern die unterstützen quasi. Das ist eine unterstützende Tätigkeit. Und da haben wir uns vor zwei Jahren eine Gehaltsstruktur gegeben. Und das ist tatsächlich in der Leistung gewesen, da war ich auch baff. Also das fand ich sehr gut. Das Team hat in einem Workshop relativ schnell diese Gehaltsstruktur ausgearbeitet und auch Anpassungen in den beiden Folgejahren. Das war ja eine Initiative vom Team. Also die haben dann halt überlegt, okay, wir müssen ein bisschen gucken bei den Gehältern und ein bisschen mehr wäre gut. Und da sind sie aber nicht über die Stränge geschlagen. Also haben nicht plötzlich gesagt, okay, jeder soll 10.000 Euro mehr kriegen. Also da hätte ich wahrscheinlich mein unternehmerisches Veto dann eigentlich an der Stelle, weil das Geld muss ja verdient werden. Aber das ist so ein Thema, wo ich sagen würde, also da funktioniert tatsächlich die Daten, Transparenz und da können die Leute auch damit arbeiten, weil sie das in Beziehung setzen können und sie haben ein eigenes Interesse. Wie gesagt, ich sage immer, ob ihr 500 Euro mehr oder weniger kriegt, für mich ist das nur eine Zahl in der Bilanz. Für euch ist das total entscheidend, weil ihr damit vielleicht ein bisschen entspannter am Monatsende sein. Cool. Ist es, also woran orientieren die sich dann mit der Gehaltsfindung? Also habt ihr da, sprechen die alle untereinander und sagen einfach, ja, das Marktgehalt ist ungefähr so für diese Position, vielleicht erhöhen wir die das jetzt mal oder vielleicht, wie geht man auch mit einer Gehaltserhöhung um? Wenn ich jetzt als Mitarbeitende zu meinen Kolleginnen sagen würde, ich bräuchte eigentlich schon ein bisschen mehr Geld, was macht man dann? Dann verbündet man sich als Mitarbeitende mit den anderen und legt mir das vor und zwingt mich dazu, diese Gehaltserhöhung abzusegnen. Nein, Quatsch. Also es war eher, irgendwann haben wir die erste Mitarbeiterin, also war tatsächlich eine Frau eingestellt und die hatte eine Gehaltsvorstellung und dann haben wir ein bisschen gepokert mit ihr, weil wir natürlich am Anfang noch ein bisschen auf Sicherheit bedacht waren, weil müssen wir gucken, dass das Gehalt immer gezahlt werden kann und das war sozusagen der Start, an dem haben wir uns dann in der ersten Version der Gehälter irgendwie orientiert und dann gab es halt einen weiteren Workshop, wo eigentlich hauptsächlich das Team das quasi ausgearbeitet hat und wir haben zwischendurch tatsächlich auch Marktrecherchen gemacht oder wenn dann halt irgendwelche Wünsche aufkamen, habe ich gesagt, ja, also kann ich total nachvollziehen, aber A, können wir uns das nicht leisten und B, ist das halt auch nicht marktgerecht. Also ich schmetter das dann nicht ab, sondern ich frage dann eher, okay, und was kriegt die Firma dafür? Also Gehalt fordern oder mehr Gehalt fordern ist immer einfach. Das ist das, was ich meine. Man muss über die Konsequenzen nachdenken. Also es kann sein, dass ich am Ende des Tages an meinem eigenen Ast säge, weil ich sage, ich will jetzt einfach 10.000 Euro mehr haben und der Service ist reich, der wird da schon irgendwie zahlen, kann vielleicht damit enden, dass dann irgendwann mal es knapp wird am Ende des Monats mit den Gehältern. Also das muss man halt dann einkalkulieren in solche Themen. Cool. Als letztes Thema würde ich tatsächlich meine Frage nochmal auspacken. Was habt ihr ausprobiert, um da jetzt dort zu sein oder auf dem Weg dorthin, wo ihr hin möchtet, wie du schon gesagt hast? Und was ist da schiefgelaufen beziehungsweise was würdest du dann aufgrund deiner Erfahrung, was da vielleicht schiefgelaufen ist, anderen Leuten auch mitgeben, die so selbstorganisierter Unternehmen führen möchten? Also ich glaube, ich fange mal mit den, also ich bin Berufspessimist, also ich kann mich immer an Problemen festbeheißen, deshalb fange ich eher mit den Sachen, die nicht so geil funktioniert haben oder wo wir Schwierigkeiten hatten. Ich glaube, wir sind bei manchen Punkten so ein bisschen holterdiepolter rein, weil ein Wunsch von mir da war und auch von der Belegschaft, weil die alle sehr viel Wunsch nach Autonomie hatten. Das war halt damals unsere Truppe, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil auch ein paar Leute das Unternehmen verlassen haben und neu gekommen sind. Aber das war das Thema und ich glaube, wir hätten vielleicht vorher ein bisschen drüber nachdenken sollen. Also wo gibt es Freiheiten, wo gibt es Stufen von Freiheiten, ähnlich wie bei Delegation Poker, wo sagen wir, okay, das lassen wir an der Stelle mal klassisch. Also das entscheidet hier Silvius oder zumindest hat er da irgendwie das letzte Wort. Was wir, glaube ich, nicht bedacht haben, ist, dass aufgrund unseren geschäftlichen Erfolgs haben wir zu wenig Zeit gehabt, Wissen im Team zu verteilen. Also es geht ja nicht nur darum, dass du Entscheidungen fällst, sondern du musst halt auch wissen, warum, wieso, weshalb und was sind die Konsequenzen. Und das ist tatsächlich ein Thema, da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht irgendwie. Da habe ich vor, das nächstes Jahr durchzuführen, dass ich halt das, was ich im Kopf habe, aufgrund von 24 Jahren unternehmischer Erfahrung, dass ich versuche, das in kleinen Dosen mit der Belegschaft zu teilen, damit sie dazu in der Lage sind, bestimmte Entscheidungen selber zu fällen, ohne dass ich kontaktiert werden muss. Was gut funktioniert hat, ist tatsächlich das Peer-Recruiting, was nicht so gut funktioniert hat, aber das ist halt einfach ein Greifegrad-Thema, war dieses Ding irgendwie, wenn Probleme aufkommen, dann wurde dann halt doch der Chef irgendwie kontaktiert. so, das funktioniert nicht, kümmer dich mal um die Person irgendwie. Und dann habe ich versucht, zurückzumelden, okay, also Peer-Recruiting kann zwei sein, Einstellung und Ausstellung und irgendwas dazwischen, also eine Entwicklungsfahrt. Das heißt also, nicht nur bei der Einstellung seid ihr beteiligt, sondern auch bei dem Thema dazwischen und zu Not bei der Ausstellung. Ich glaube teilweise, es ist auch so gewesen, dass, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, also manchmal muss ich Dinge stoppen. Manchmal muss ich Dinge stoppen und das kommt natürlich dann gegenüber der Belegschaft so an, so, ja toll, jetzt kommen wir in den Order wieder oder sowas, gritsch da rein. Jetzt zieht dann die Geschäftsführer-Karte. Ja, ja, genau. So, und im ersten Moment ist das natürlich eine natürliche Reaktion, die ich auch total nachvollziehen kann, aber manchmal muss man dann wirklich, deshalb haben wir diese Klausel auch eingeführt, muss man Dinge stoppen und sagen, okay, wir machen das nicht. Ja, ich weiß, ihr wollt das gerne und so, aber wir machen das nicht, weil, und wir können gerne nochmal drüber reden und wir können das in x Monaten wieder aufgreifen oder so, aber zum jetzigen Zeitpunkt halte ich das für ein großes Risiko und das ist ja meine Aufgabe eigentlich als Geschäftsführer, ich muss dafür sorgen, dass Risiken von der Firma ferngehalten werden. Cool, danke dir. Ich schaue mal rein, gibt es hier dazu jetzt, weil wir nicht mehr so ganz viel Zeit haben, schon ein paar Fragen vielleicht an den Silvius, da dürft ihr euch gerne melden mit der Hand und der Olli kommt mit dem Mikro zu euch und ich schaue mal, ob es online auch ein paar Fragen gibt. Ja, hallo. Ich habe eine Frage, warum habt ihr rollenbasierte Gehälter eingeführt, weil Leistung ist ja durchaus etwas sehr extrem Individuelles. Ich glaube, das war keine aktive Entscheidung, sondern es ist eher so gewachsen, weil wir vorher tatsächlich eigentlich auch nur eine Coachfirma waren, also bei uns haben nur Coaches gearbeitet und dann waren wir halt mit dem Thema konfrontiert, irgendwann als wir gewachsen sind, jetzt gibt es Menschen, die andere Tätigkeiten ausführen und die in nächster Zeit auch nicht in diese Coachrolle in irgendeiner Form reinwachsen werden. Das war meiner Erinnerung nach, also es war keine bewusste Entscheidung, sondern es hat sich einfach historisch so ergeben. Aber ich bin bei dir, also andere Geschäftsführer von selbstorganisierten Unternehmen, mit denen ich mich regelmäßig austausche, die haben das anders gelöst und die sagen immer, okay, das ist unser Modell und das ist euer Modell, Silvius irgendwie. Also es gibt Firmen, die tatsächlich sagen, jeder kriegt das gleiche Gehalt. Nehmen wir um Cola, ist zum Beispiel so eine Firma. Die haben das gleiche Basisgehalt und manchmal gibt es noch Zusätze. Also du hast eine kranke Mutti, die du pflegen musst oder du hast drei Kinder oder so und dann gibt es halt nochmal einen Zuschlag. Aber wir haben tatsächlich historisch bedingt, haben wir halt eben wir haben nicht so viele Rollen. Also im Grunde genommen sind das eigentlich nur so zwei, drei plus dann der Geschäftsführer. Aber historisch ist das gewachsen, dass die dann anders besoldet werden sozusagen. Ich habe auch hier eine Frage online. Würdest du sagen, dass die Anzahl von internen Prozessen oder Strukturen abnimmt oder nimmt die Menge eher zu? Zu. Also das war tatsächlich ein Problem. Ich glaube, der Diskussionsbedarf ist vollkommen unterschätzt worden. Und dann hat mein Team letztes Jahr mal einen Vorschlag gemacht, irgendwie nicht schon gar Anfang dieses Jahres haben sie einen Vorschlag gemacht. Okay, wie kriegen wir das hin, dass wir untereinander auch so ein bisschen miteinander socialisen oder irgendwie müssen ein Team- und Organisationsentwicklung machen. Und dann haben die da irgendwie so einen Gantt-Chart gefühlt, also irgendwie eine Prozessübersicht ausgearbeitet. Und meine erste Reaktion war, ey, total cool, aber wann kommen wir denn eigentlich zum Arbeiten? Also irgendwann müssen wir auch noch Geld verdienen. Interaktion beziehungsweise Abstimmungskommunikationsbedarf, der wächst tatsächlich rasant durch dieses Thema Selbstorganisation. Also das sagt zum Beispiel an der Stelle, ich glaube, es war Luhmann, also es kommt auch zu der Systemtheorie, Hierarchien kann auch befreiend sein, weil einfach die Hierarchie Entscheidungen fällt und dann dafür auch geblamed werden kann. Und dann kann man sagen, so, ja, habe ich ja nicht entschieden. Also Diskussionsbedarf oder Interaktionen sind wirklich exponentiell gewachsen. Deshalb haben wir das dann auch versucht wieder ein bisschen einzudämmen und vielleicht nicht alles miteinander basisdemokratisch zu klären. Ich hätte noch eine Online-Frage. Gibt es aber hier auch noch eine Frage? Möchte noch irgendjemand? Nein? Okay. Dokumentiert ihr, wer was darf oder ist das implizites Wissen? Das ist implizites Wissen. Das ist tatsächlich auch ein Fehler. Also zu deiner Frage von vorhin, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat und das kennt man ja schon aus der Softwareentwicklung. Ja, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann dokumentiere ich. Das ist bei uns natürlich genauso. Also der Name ist ein bisschen ungewollt auch Programmveränderungskraft. Also ich habe letztes Jahr gesagt, aufgrund der Pandemie sollten wir uns vielleicht mal umbenennen in irgendwie Stabilitätskraft oder so, weil ich auch mal ein bisschen Stabilität jetzt brauche. Also wir sind ein sehr dynamisches Unternehmen, wo sich viel ändert und da muss man halt gut mitkommen und teilweise fehlt dann das Vorwissen, weil nicht alle Mitarbeiter von Anfang an dabei waren. Und jetzt kommen wir tatsächlich an einen Punkt, wo ich sagen muss, wir müssen eigentlich diese Dinge aufschreiben, damit dritte Personen beziehungsweise halt Kollegen, die neu dazukommen, das auch nachlesen können oder dass man denen das mal zeigen kann und die können sich dann vielleicht selber damit ein bisschen auseinandersetzen und im Nachgang dann Fragen stellen. Also das ist definitiv zu kurz gekommen. Können ja jetzt, falls Mitarbeitende zuhören, können sie dich damit rügen in ein paar Monaten. Ich habe noch eine Frage. Wie gehst du emotional, zwei, hier kommt sogar noch eine, wie gehst du emotional und kommunikativ wertschätzend damit um, wenn du siehst, dass dein Gehalt aufgrund der Fehler andere am Ende des Jahres stark schrumpft? Also vielleicht was anderes vorweg. Ich tue mich manchmal mit diesem Begriff wertschätzend schwer, aber das ist vielleicht mein persönliches Thema irgendwie. Also es gibt auch Situationen, wo ich vielleicht nicht unbedingt emotional die Ruhe selbst bin und sehr wertschätzend kommuniziere. Das war tatsächlich bei dem Beispiel, was ich gebracht habe, nicht so. Also das ist letztes Jahr passiert. Das ist wirklich ein fünfstelliger Betrag gewesen, der ja von meinem Geschäftsführergehalt sozusagen abgezogen wurde. Das habe ich tatsächlich unter diesem Thema, okay, Shit happens beziehungsweise Fehler passieren, verbucht. Da war ich vergleichsweise entspannt. Und noch eine Frage, wie nah bist du jetzt bei eigentlich gar nichts mehr mitbekommen und der Laden läuft einfach oder wann soll das sein? Wahrscheinlich kurz vor meiner Rente, so gefühlt. Also wie gesagt, das läuft in Phasen. Also auch wenn das in einem Team, einem bestehenden Team funktioniert, heißt das nicht, dass das 15, 15 Jahre einfach so weiterläuft, weil Menschen verändern sich auch und Rahmenbedingungen, Umgebungen verändern sich. Momentan ist es so, dass ich wieder näher dann bin, das liegt auch daran, dass wir ein paar Teammitglieder verloren haben und neue erst jetzt zum 1. Januar kommen. Das heißt, ich muss mitarbeiten und ich muss auch dann teilweise neue Kollegen einarbeiten, weil es einfach keinen anderen gibt, der das dann machen kann. Und also jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen näher dabei. Das ist sicherlich für die Beteiligten auch nicht immer angenehm, weil niemand will irgendwie die ganze Zeit mit dem Chef zusammenarbeiten. und ich weiß natürlich, wie mein Namen funktioniert und wie es richtig geht. Das heißt, man muss sich dann auch immer von mir anhören, so ja, nee, das machen wir aber anders und hier, das kannst du so besser machen. Und das ist aber eigentlich positiv gemeint. Also ich möchte, dass die Leute an meiner Erfahrung teilhaben können, davon profitieren. Also aktuell bin ich ein bisschen näher dran. Mein Ziel wäre es, dass sich das nächstes Jahr ganz drastisch wieder ändert. Man muss ehrlicherweise sagen, also ich wäre schon froh, wenn es mal ein Jahr so ist, dass ich fast groß bin und dann wird es einfach aus der Erfahrung, das kenne ich auch vom Kundenunternehmen, wird es auch wieder Zeiten geben, wo sich das ändern. Also es glaube ich, ehrlicherweise, da tun wir uns auch keinen Gefallen in der Agien Szene, dass wir da immer so ein Ideal, so ein Paradies propagieren irgendwie und Leute dann manchmal den Eindruck haben, wenn du da angekommen bist, also total zu 100% selbstorganisiertes Team, dann musst du nichts mehr machen. Dann kann der Coach nach Hause gehen und alles läuft und das vergisst halt dieses Thema, Menschen verändern sich oder Umgebungen verändern sich. Also es wird nie auf Dauer so sein. Es wird dann auch wieder Rückschritte geben. Cool. Vielen Dank. Wir haben jetzt auch genau auf den Punkt, genau eine Punktlandung. Cool. Auf den Punkt, genau eine Punktlandung. Ihr wisst schon, was ich meine. Danke dir für die spannenden Einblicke auch in dein Unternehmen und vielen Dank, dass du da bist. Ich hoffe, wir sehen dich nochmal ein bisschen auf der Fläche jetzt gleich. Nicht nur das, sondern morgen bei meinem OKR-Talk tatsächlich. Stimmt, du hast noch einen Talk. Morgen habe ich noch einen Vortrag. Genau. Sehr gute Eigenwerbung. Genau, dann danke Silvius. Danke euch. Vielen Dank. Danke euch. Vielen Dank. Danke euch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So. Dann danke auch nochmal Franzi und Silvius, war ein super interessanter Beitrag, super interessanter Talk und jetzt haben wir Philipp Feldmann hier. Philipp, komm hoch zu mir. Philipp ist einer der Founder, also der Co-Founder von Appenville, bist du richtig ausgesprochen? Ja. Ja. Und wir machen eben da die Produktentwicklung und den Teil, den Cybermedia halt übernimmt, das ist das Marketing und den Vertrieb. Dann fragte ich vielleicht, warum möchte ich das überhaupt, warum will ich überhaupt Seiten schön strukturiert haben, ist ja eine Wissensdatenbank, brauche ich ja vielleicht nicht unbedingt, vielleicht auch Geschmackssache, finde ich ein fairer Punkt. Ja, also kann man jetzt sagen, brauche ich nicht, interessiere mich für Design nicht. Dann sage ich aber, jede Webseite heutzutage, jede App, die man benutzt, die ist UX-technisch und auch jeder Content, wenn man auf YouTube geht oder wo auch immer, der ist komplett durchgeplant UX-technisch. Also der ist so gebaut, dass man den leicht konsumieren kann. Und wenn ich mir so eine Standard-Confluent-Seite angucke, die nur Text von oben bis unten ist und wenn ich viel Glück habe, ist vielleicht auch ein Bild dabei. Aber das war es dann auch schon, ja. Und das ist was, das lässt sich wirklich teilweise sehr schwierig konsumieren und wenn ich da mein Unternehmenswissen drauf aufbaue, dann geht da teilweise viel flöten in der Zwischenzeit. Und ich erwarte eigentlich als Nutzer, dass ich Inhalte sofort finde. Also es ist heutzutage, danke TikTok, danke YouTube Shorts, ja, aber die Aufmerksamkeitsspanne ist so niedrig wie nie zuvor. Und ich erwarte eigentlich, dass ich Wissen sofort finde von meinem Unternehmen. Und da bin ich zu ungeduldig, um da irgendwie so einen Riesenbatzen Text zu durchsuchen und da würde ich gerne zeigen, wie ihr sowas aufbauen könnt. Und dann zeige ich euch noch, wie ihr das auch schön machen könnt, wie ihr das vielleicht so aussehen lassen könnt, dass es auch zu eurem Unternehmen passt. Und das sind jetzt nur die Aspekte, die praktisch den Konsumenten betreffen. Und dann würde ich euch noch die Aspekte, die die Autoren und Autorinnen betreffen, würde ich euch noch zeigen, das geht nämlich auch noch schnell und einfach. Und ihr erwartet vielleicht schon, ich zeige euch dazu unsere App, nämlich Karma. Und die ist auch kostenlos, die App. Also die Einstiegshürde zu dieser App ist sehr, sehr gering. Und wenn euch das interessiert, würde ich sagen, dann schaut ihr gleich mal in den Raum mit rein. Ja, perfekt. Dann vielen Dank. Das ist noch ganz kurz, du zeigst Karma. Ich zeige Karma. Die App Karma und das ist eine Cloud-App, oder? Das ist eine Cloud-App, richtig. Okay, super. Also dann gleich zu strukturierte und ansprechende Confluence-Seiten in wenigen Minuten mit Karma. Und der Philipp muss jetzt auch schon los, damit er jetzt gleich in vier Minuten da seinen Talk halten kann. Korrekt. Deswegen vielen Dank, Philipp, dass du da warst. Danke. Und ja, bis demnächst. Bis gleich. Genau. Und hier geht es jetzt weiter mit der Franzi und dem nächsten Gast. Aber erst in fünf Minuten. Also holt euch was zu trinken. Die Regie wird für die Leute zu Hause an den Bildschirmen sicherlich irgendwas einspielen für die Zeit. Und wir sehen uns später wieder. Und wir sehen uns später. 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 etwas wie das Systeme. Und wir sehen uns später. Und was. das war total geil und hat super funktioniert und bla 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 oder es waren alles Idioten und so weiter, selber immer super emotional und das hat man dann regelmäßig beim Mittagessen gemerkt, wie der so drauf ist, dass das seine normale Art ist, dass der immer so ist und wenn ich jetzt mit dem wenn ich den nicht kenne vorher und jetzt mit dem in einem Team zusammenarbeite und es ist die erste Retrospektive beispielsweise und der führt sich wieder so auf, dann denke ich Alter, was ist denn mit dem los? Will der mich jetzt hier irgendwie angreifen? Was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist doch keine Art mit mir so zu reden und sofort ist da ein Konflikt da und es irgendwie, wir sind gegeneinander der kann doch nicht mit mir so reden, wenn ich aber weiß, den habe ich schon 20 Mal Mittagessen sehen, das kannst du mal bei dem Typen das ist sein, normal dann entsteht dieser Konflikt überhaupt gar nicht, also das heißt dieses ganze Konflikte vermeiden, Kommunikation steigern, was gute Teams ausmacht, können wir durch soziale Dichte erreichen, wenn wir uns kennen, wertschätzen und die anderen uns nicht egal sind Wie erreicht ihr denn diese soziale Dichte in den Teams? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht von vornherein, von allen direkt so gelebt wird, sondern dass man das denen schon ein bisschen beibringen muss Also erst mal das klingt jetzt sehr banal ist uns das wichtig? Es gibt Organisationen, denen ist das bewusst nicht wichtig Die wollen das nicht Ich beschreibe das auch ganz, ich habe da so einen Vergleich aus dem Städtebau Wenn man sich so die Altstädte in verschiedenen Regionen anguckt, ist das eine sehr dichte Bebauung, man ist sehr nah beieinander, man nimmt automatisch ohne, man kann es nicht verhindern, dass man Anteil am Leben der anderen nimmt Kommunikationsbeziehungen, wir sind hier in Hessen Ach, guck mal, die Frau Mülle von Was machst du dann hier? Wo machst du dann hier? Gehst du einkaufen? Also das heißt, ich nehme Anteil am Leben der anderen, ich kann es eigentlich gar nicht vermeiden Und wir haben aber auch Städtebauformen, wo man sehr weit auseinander ist, voneinander entfernt, gar keinen Anteil nimmt Und das, was ich eben beschreibe mit dem Immunsystem der Organisation sehen wir ja auch in der Gesellschaft Also wenn man zum Beispiel mit der Polizei spricht dann sagt die Polizei, das wirksamste Mittel gegen Einbrüche sind wachsame Nachbarn So viele Polizisten kann man gar nicht einstellen die kann man auch gar nicht bezahlen wie diese Maßnahme bringt Das ist aber auch wieder hier soziale Dichte und so weiter Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Leute irgendwie Bezug zueinander haben Also das erste ist, und das brauche ich hier bei Seibertz in Wiesbaden keinem zu erzählen Uns ist das wichtig Es gibt eben Organisationen, die wollen bewusst, dass die Leute keinen Anteil aneinander nehmen, aus Gründen über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden später und bauen Mauern bewusst Mauern zwischen Teams zwischen Menschen, damit die gar nicht so viel miteinander zu tun haben Also erstmal ist uns das wichtig und dann haben wir natürlich verschiedene Vernetzungsformate, die das begünstigen Gemeinsames Mittagessen Hier haben wir auch einen schönen Raum um miteinander in Kontakt zu kommen Menschen zu treffen Kommunikationsbeziehungen aufzubauen So Donut Dates Wir waren jetzt auf etwas, was seinen Arbeitstitel nie losgeworden ist Sind zusammen auf Klassenfahrt gefahren Das hat auch einen offiziellen Namen Den benutzt nur niemand Also das heißt diesen ganzen sozialen Kleber aufzutanken diese nicht ja nicht anlassbezogene Kommunikation zu fördern die anderen besser kennen zu lernen Was treibt die an, was ist denen wichtig und so weiter Da haben wir schon immer sehr viel investiert und sind auch sehr nah an unseren Leuten drin dann wie die Scrum Master mit den Teams arbeiten beispielsweise Da haben wir immer viel Zeit und auch Geld rein investiert weil uns das wichtig ist Und ganz entscheidend ist auch das fängt damit an, welche Leute man einstellt Wenn man Cristiano Ronaldo Typen einstellt dann kriegt man halt auch im Zweifel keine Mannschaftsspieler Hier kann ich empfehlen The No-Asshole-Rule Das Buch Das hilft dabei Ich muss es jetzt so deutlich ausdrücken weil er ist so deutlich ausdrückt Arschlöcher in der Organisation zu erkennen und damit zu arbeiten dass man eben keine Arschlöcher in der Organisation hat die alle Teams toxisch durchdringen Jetzt haben wir ja in den letzten zwei Jahren hat sich ja die Arbeitsform bei fast allen von uns so ein bisschen verändert Wir sind hybrid oder full remote geworden für eine gewisse Zeit lang zumindest Bei euch stelle ich mir das auch so vor dass ihr inzwischen wahrscheinlich viel hybrider arbeitet Wie bekommt ihr das dahin die soziale Dichte aufrecht zu erhalten oder vielleicht auch zu stärken? Also erstmal muss man sagen Wir hatten Ich spreche mal erstmal von mir Ich hatte unglaublichen Schiss davor Wir waren alle unglaubliche Ich glaube, wie hier bei Seibertz auch Unglaubliche vor Ort Begeisterte Und nicht Hey, die Gründer wollen das so Die wollen uns beim Arbeiten zugucken Sondern die Scrum-Hars haben gesagt Wie sollen wir denn bitte Retros machen? Sinnvoll, immer remote Wie soll das gehen? Die Software-Entwicklungsleute haben gesagt Wie sollen wir denn sinnvolles Pair-Programming machen? Remote Wie soll das gehen? Und es hat unfassbar gut funktioniert Obwohl ich tierische Sorgen hatte Ob das funktioniert Und ob wir die Leute verlieren Und so weiter Das hat sehr gut funktioniert Weil wir Muss man rückblickend sagen Glaube ich Das hat daran gelegen Dass wir so viel sozialen Kleber getankt hatten Deswegen hat das direkt funktioniert Wir haben die Leute nicht verloren Wie manche andere Organisationen Von einer großen In Wiesbaden ansässigen Versicherung Sagte mir ein Bekannter Konstantin bei mir Arbeitet einer in der Abteilung Den habe ich vor Corona Hab ich den ab und zu Wusste ich auch nicht, was der macht Ich habe den ab und zu getroffen Und mal beim Kaffee Dann habe ich ungefähr gehört, was der macht Seit Lockdown ist Der arbeitet noch bei uns Ich gucke mir mal ans Gruppdach Der arbeitet schon noch bei uns Aber ich habe keine Ahnung, was der treibt Also das ist uns nicht passiert Wegen dieser vielen Kommunikations- und Vernetzungsformate Aber zu deiner Frage zurück Erstens Man braucht natürlich so Veranstaltungen wie hier Man braucht immer wieder Orte Wo man zusammenkommt Und nicht anlassbezogene Kommunikationen hat Wo dann das masselhafte Grundbedürfnis Was essen, was trinken Ein Käffchen nehmen Ein bisschen Musik hören zusammen Oder sowas Befriedigt wird Und dann Kommt automatisch Dieses Hey, wir vernetzen uns Wir lernen uns besser kennen Aber auch natürlich Im Remote-Kontext Und da muss man immer wieder auch Ein Bewusstsein für schaffen Dass das wie Waldlaufmachen ist Waldlaufmachen Und ich laufe gerne und viel Waldlaufmachen ist Betriebswirtschaftlich völliger Unsinn Ich transportiere nichts Ich arbeite nichts Ich renne 10 Kilometer durch den Wald Verbrenne Kalorien Und eigentlich habe ich danach nichts erreicht Das ist aber unfassbar gut für mein Immunsystem Diese entzündungshemmenden Wirkungen Und Cardio, super, Lauf ist gut für Cardio Und so Also das hat quasi länger wirkenden, nachhaltigen Effekten Und so ist es zum Teil mit Meeting-Formaten Wo die Leute sagen Das ist so ein Schwätztermin Was soll ich denn jetzt da Ich habe genug zu tun Da gehe ich jetzt nicht hin Ihn klar zu machen Das ist wie ein Waldlauf zu machen Das wirkt vielleicht betriebswirtschaftlich auch schwachsinnig Das hilft aber dem Immunsystem der Organisation ungemein Und da gibt es dann verschiedene Online-Formate In denen wir das praktizieren Cool Wenn Mitarbeitende so eng zusammen sind Und so enge Beziehungen zueinander pflegen Da kracht es ja bestimmt auch mal Also man kennt es ja aus dem privaten Umfeld auch Zwischen Freunden, Familien Da gibt es auch manchmal Stress Da ist man auch sehr eng gemeinsam Aber auch da gibt es manchmal Unstimmigkeiten Wie geht ihr damit um, wenn das bei euch passiert? Oder wie versucht ihr vielleicht auch schon so ein Problem einzudämmen? Also deine Vermutung ist ganz richtig Was wir weniger feststellen Was natürlich auch passiert Was wir weniger feststellen Konflikte werden sehr schnell sehr viel emotionaler Weil man ja emotional eine ganz andere Bindung hat Es ist nicht der Kollege Mit dem man über einen Architekturentwurf Sondern das ist der, zu dem man im Zweifel eine persönliche Beziehung hat Und von dem man jetzt gerade enttäuscht ist Das ist was völlig anderes als Das hat immer eine blöde Idee Und dann hat er wieder eine blöde Idee Das ist das eine Das passiert ab und zu Was öfter passiert ist Sobald jemand unzufrieden ist Mit seiner Arbeit, mit der Organisation Vielleicht eine Unzufriedenheit von zu Hause Auch in die Organisation trägt Keine Ahnung Einen schwierigen Trennungsprozess In der Beziehung hinter sich Oder irgendwas Also das lässt ja keiner vor der Tür stehen Dann kommt diese kompakte Bauweise Wird dann zum Bumerang Weil, und das sieht man in Darmstadt sehr schön Wo wir ja sitzen und wo ich auch wohne Die Darmstädter Altstadt Die ist genauso wie ich das eben beschrieben habe Gebaut gewesen Sehr eng, sehr nah beieinander Kommunikationsbeziehungen fördern Und die Darmstädter Altstadt ist 1944 In einer einzigen Nacht komplett runtergebrannt Weil natürlich ein einziges Feuer Oder wenige Feuer dazu geführt haben Dass das alles Feuer gefangen hat Und deswegen hat man danach Nach dem Krieg bewusst so gebaut Dass man die Sachen weit auseinander getan hat Das machen viele Organisationen Weil sie sagen Wenn irgendwie in einem Team was passiert Ist völlig egal Die anderen Teams kriegen davon gar nichts mit Und das ist natürlich was Was wir immer merken Das Extremste, was uns mal passiert ist Da gab es Unzufriedenheit in einem Team Das waren sechs Leute Und innerhalb von drei Monaten Haben vier von denen gekündigt Und drei weitere Kündigungen In anderen Teams ausgelöst Durch diesen Flächenbrand Das geht ratzfatz Weil die Leute natürlich Emotional eine Beziehung zueinander haben Und es dann eher so ein ist Franzi ist mir wichtig Ich möchte, dass es Franzi gut geht Franzi geht es offensichtlich nicht gut Also helfe ich Franzi nicht dabei Dass es ihr wieder gut geht Sondern ich fühle quasi mit Ganz empathisch Dass es der Franzi gut geht Und jetzt nicht mehr gut geht Und jetzt geht es mir auch nicht mehr gut Und das ist Das ist das, was ich dann Als Flächenbrand beschreiben würde Und da müssen wir als Organisation Eben gucken Wir hatten eine Zeit lang die Illusion Wir können diese Flächenbrände verhindern Und das ist genauso irrsinnig Wie wenn man sagt Die Feuerwehr kann verhindern Dass ein Brand ausbricht Das geht einfach nicht Was wir können Genau wie die Feuerwehr Und ganz ehrlich Ich bin nicht in der Freiwilligen Feuerwehr Falls hier jemand aus der Freiwilligen Feuerwehr ist Das basiert alles nur auf Fernsehwissen Wenn jetzt ein Brand ausbricht Also irgendwo es Unzufriedenheit gibt Die dann zu einem Brandhead wird Dass wir das möglichst schnell merken Im Sinne von Rauchmeldern, Brandmeldern Und dass wir eine Feuerwehrtruppe haben Die schnell genug damit umgehen kann Das sind in unserem Fall Sklamaster, die mit den Teams arbeiten Die mit den Leuten arbeiten Und wir mussten uns einfach von der Idee verabschieden Dass wir als Organisation Diese Brände verhindern können Es wird immer was passieren Es kann auch sein Dass bei uns eitel Sonnenschein ist Und jemand quasi so eine Unzufriedenheit Von draußen mit reinträgt Weil die Beziehung sehr übel in die Brüche gegangen ist Und jetzt ist irgendwie alles scheiße Auf gut Deutsch gesagt Also das ist Da haben wir uns verschiedene Formate überlegt Um quasi das schnell zu erkennen Und damit zu arbeiten Das heißt, dass wir sehr viele Kontaktformate haben Die Sklamasters haben zwei wöchentliche Drawfixes Mit ihren Teammitgliedern Wir haben Halbjahresgespräche Und da geht es nicht um irgendwelche Jahresziele Oder so ein Zeug Wir haben natürlich Teamretrospektiven Verschiedene andere Formate Und was wir beispielsweise auch eingeführt haben Das klingt jetzt ein bisschen komisch Das kennt ihr vielleicht aus der Kinderbetreuung Oder der Altenfürsorge So ein Betreuungsschlüssel für unsere Sklamaster Wie viele Sklamaster brauchen wir eigentlich Wenn wir so und so viele Leute quasi begleiten wollen Weil uns aufgefallen ist Und wenn wir zu wenig davon haben Das ist so, wie wenn man zu wenig Feuerwehrleute hat Und zu viele Brände gleichzeitig ausbrechen Dann funktioniert das nicht Die sind dann damit überfordert Und können damit nicht umgehen Und dann im Zweifel Brennen die auch noch die Sklamaster aus Das wäre natürlich das Allerblödeste Also das sind so die Dinge Wie wir versuchen damit umzugehen Du hast ja jetzt schon Eben ein paar Präventionsmaßnahmen genannt Wenn dann tatsächlich so ein Brand passiert ist Was du jetzt eben auch schon gesagt hast In einem Team gab es irgendwie Umstimmigkeiten Und auf einen Schlag sind zumindest vier aus diesem Team Und noch zwei oder drei aus einem anderen Team gegangen Was macht das mit euch dann als Unternehmen? Wie sprecht ihr dann sowas an? Oder wie geht ihr mit so einem Verhalten Oder so einem Event quasi um? Das ist schwierig Also erstmal versuche ich sowas natürlich zu verstehen Und das ist schwierig zu verstehen Weil, und das klingt jetzt auch wieder seltsam Die Menschen, die es betrifft Es selten beschreiben können Es war dann oft so ein Ein Kollege hat uns verlassen und hat gesagt Ja, also ich habe das Gefühl Dass Teile der Organisation nicht mehr so innovativ sind Wie sie früher mal waren Und das ist der Grund, warum du jetzt gehst Ja Spannend Und wir haben oft solche Antworten gekriegt Wo ich sagte Das wirkt irgendwie komisch Das beschreibt es nicht Und das waren die Leute Die nach Worten gesucht haben Und dann irgendwelche Antworten auch gefunden Und mir die gegeben Aber die waren für keinen irgendwie zufriedenstellend Und es gab aber auch Kollegen Die gesagt haben Ich kann es dir nicht beschreiben Es ist nicht mehr so wie früher So nach dem Motto Das Feuer ist weg Und dann hat mir dabei geholfen Das Start with Y von Simon Sinek Dass er sagt Das sind eben oft so Dinge Die auf der Y-Ebene stattfinden Und Y passiert bei uns im Limbic Brain Also im limbischen Zentrum im Gehirn Das ist dafür da Das macht Menschen dazu Sich vor einen Apple Store Um morgens um vier mit einem Zelt hinzustellen Um eins der ersten neuen iPhones in der Hand zu haben Was sie zwei Tage später Problemlos für denselben Preis Dasselbe Modell kaufen könnten Das kann niemand erklären Weil das im Limbic Brain stattfindet Das ist das Wo wirkliche Passion entsteht So und wenn auf dieser Y-Ebene Irgendwas nicht mehr stimmte Dann haben die Leute Sind gegangen Konnten die das aber nicht erklären Weil sie ist immer irgendwie auf der What-Ebene Das ist ja diese Pyramide Why, how, what Und what ist so das Das Sichtbare Das was man auch in Sprache fassen kann Und das haben die dann Auf dieser Basis haben die versucht Einem das klar zu machen Aber das war Das funktionierte nicht Weil es eben auf der Y-Ebene war Und dann muss man sich angucken Ich habe gesagt Unsere Mission ist Großartige digitale Produkte Zu bauen Die das Leben der Menschen Verändern Und das ist unser Why Und wenn damit was nicht funktioniert Und da hilft dann Dieses Mastery Purpose Autonomy Von Dan Pink Dass man dann Sehen kann Was sind denn die Punkte Oder Erklärungsmuster Erste Vokabeln dafür finden kann Warum Sind die Leute Vor vier Wochen Vier Monaten Absolut begeistert Und jetzt Sind sie völlig Desillusioniert Und mit Banalitäten Begründen sie Warum das Feuer Sozusagen erloschen ist In dem Sinne Und damit kann man dann Auf unsere Situation betrachtet Kann man das dann eben Erklären Dass man sagt Hey Mastery Das gibt es in der einen Richtung Dass die Leute sagen Hey komm Wir bauen hier großartige Digitalprodukte Scheiß machen wir Das was ich hier mache Dafür hätte man Dressierten Affen Einstellen können Oder auch in der anderen Richtung Wir hatten mindestens Ein Burnout voll bei uns Und der sagte Der hatte dieses Hase und Igel Problem Der sagte Egal wo ich hinkomme Und egal wie viel ich lerne Die anderen aus meinem Team Die sind total kollegial Und nett Und helfen mir Aber die sind immer schon da Die sind immer schon weg Wenn ich da ankomme Das ist unfassbar In welcher Geschwindigkeit Die lernen Ich kann das gar nicht Gehe kaputt Also das heißt Und Purpose Was mache ich hier eigentlich Was soll das Autonomy ist für unsere Leute Ganz großes Problem Wenn die in irgendwie So Konzernkontexten Beim Kunden arbeiten Wo sie dann ständig An irgendeinem gläserne Wand laufen Ne das ist nicht eure Aufgabe Das macht CICD Ne das ist nicht eure Aufgabe Das macht Testing Ne das ist nicht eure Aufgabe Das macht Infrastructure Hey wir wollen hier Produkte bauen Und Produkte da rausbringen Da können wir doch nicht Wegen jedem Quatsch Woanders hin dackeln Also das ist das Womit wir versuchen Diese Situation zu beschreiben Und zu verstehen Warum es dann Zu so einer Abnabelung kommt Und warum dieses Feuer erlischt Und wie man das Möglicherweise frühzeitiger Feststellen kann Könnt ihr mit den Präventionsmaßnahmen Die ihr habt Wie zum Beispiel Diese Betreuung Auch durch Coaches Könnt ihr dadurch Besser Abgänge verstehen Auch inzwischen Oder gibt es vielleicht Auch wenige Abgänge Seitdem Wir können es besser verstehen Wir verstehen immer noch Nicht alles Das ist aber so Da müssen wir uns Auch mit abfinden Was wir aber zusätzlich haben Ich habe ja gesagt Wir als Organisation Mussten uns Von der Idee verabschieden Dass wir Brände verhindern können Was wir aber sehr wohl tun können Nicht wir als Organisation Sondern jeder und jede Einzelne Bei uns Ist aktive Brandbekämpfung Zu betreiben Wir wissen es jetzt alle Vor allem wie die Kinder haben Die goldenen Regeln So in der Weihnachtszeit Kein offenes Feuer In der Nähe von Kindern Kein offenes Feuer Unbeobachtet lassen Und 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 All diese Tipps Die wir schon damals In der Kinderzeit Gelernt haben Um Brände zu verhindern Keine Nicht auf eine wackelige Unterlage stellen Und 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 Alles das Was wir gelernt haben Und das gibt es halt Auch in der Unternehmung Dass wir Die Scrum Master Sind nicht die Leute Die dafür sorgen Dass unsere Mitarbeiter Nicht ausbrennen Oder dass die Flamme erlischt Sondern die helfen Im Zweifel dabei Dass die Leute Das selber hinkriegen Und dafür haben wir so Dinge Wie Self-Assessment Resilienz-Fragebögen Wo dann eben so Fragen drinstehen Wenn du jetzt Reines Gedankenexperiment Wenn du jetzt Zwölf Stunden am Tag Arbeiten würdest Die nächsten Vier Wochen Würde sich dann Tatsächlich irgendwas Zum Positiven her Verändern In dem Kontext In dem Moment bist Klammer auf Wenn das nicht so ist Ist das ein deutlicher Indikator für Burnout Das ist ja weshalb In der Pflege In der Krankenpflege Beispielsweise Auf Burnout auftritt Weil die Leute das Gefühl haben Egal wie viel ich hier schufte Es ändert sich nichts Und es wird einfach nicht besser Das heißt nicht Dass wir die Leute Dann vier Wochen lang Zwölf Stunden Am Tag arbeiten lassen Aber allein dieses Gedankenexperiment Und da stehen noch Verschiedene andere Gedankenexperimente Hast du Haufenweise Aufgaben Im Moment Die dich langweilen Wie frei bist du In deiner Entscheidungsfindung Also was auf dieses Purpose Autonomy Mastery Einzahlt Wo stehen die Leute da Und das kann man dann Regelmäßig machen Und das ist quasi Wie Brand Das soll eben Ein Mittel zur Brandprävention sein Dass man regelmäßig Selber feststellt Hier gibt's Hier ist irgendwas Im Argen Und es hilft dabei Vokabeln zu finden Weil die Leute ja Probleme damit hatten Einfach zu beschreiben Was ist denn jetzt genau Was treibt mich um Warum funktioniert das nicht Warum ist dieses Feuer erloschen Was ist hier komisch Warum fühle ich mich nicht mehr gut Dafür Vokabeln zu finden Dabei hilft Ihnen So ein Fragebogen beispielsweise auch Und ganz nebenbei Ich weiß nicht Wer das von euch macht Diese fantastische Gefährdungsanalyse Die man in Organisationen Regelmäßig Ich glaube alle zwei Jahre Machen muss Da gibt's so irgendwie So vorgefertigte Fragen Da steht dann auch drin Ob man Angst dafür hat Irgendwie durch Chemikalien Vergiftet zu werden Oder ob es eine Chance gibt Dass einem Werkstoffe Auf den Kopf fallen Oder sowas Und dieser Fragebogen Beispielsweise Ist eine wunderbar adaptierte Aus unserer Sicht Eine wunderbar adaptierte Variante Dieser Gefährdungsanalyse Auf Leute Die Wissensarbeit machen Und so eine Art Fragebogen Setzt ihr dann eben Mit diesem Resilienz-Fragebogen Quasi Genau Das ist Dieser Resilienz-Fragebogen Und das ist Sollten die Leute Spätestens einnehmen Wenn sie erste Symptome spüren Ja Aber eigentlich hilft das auch Das regelmäßig mal zu machen Zu sagen Hey Am Ende Wenn da rauskommt Alles okay Ich bin entspannt Läuft Umso besser Wir haben den Jetzt In der ersten Nein Wir haben den nicht In der ersten Verprobung Sondern wir setzen den jetzt Seit ein Zwei Monaten Tatsächlich Flächendeckend ein Und die Scrum Master Besprechen das dann auch Und Weisen ihre Teammitglieder Mal drauf hin Wie wäre es denn Hast du den Bogen mal ausgefüllt Das wir da mal zusammen drauf gucken Gibt es da irgendwas Was dir aufgefallen ist Da wird keiner zu gezwungen Aber das hilft Als Werkzeug Worte für das zu finden Was da passiert Und wie gesagt Im Zweifel Wenn ich erste Symptome sehe Sollte ich mich auf jeden Fall Damit mal beschäftigen Denn es gab Auch durch Corona Ganz kurz noch Natürlich auch den Ein oder anderen Burnout Fall Bei den Leuten Die nichts anderes mehr gemacht haben Als zu arbeiten Was hätten sie sonst tun sollen Fitnessstudio ist zu Mit den Kumpels Kann ich mich eh nicht treffen Und dann Bevor mir langweilig ist Arbeite ich halt Und dann gab es Dafür ist dieser Fragebogen auch Ziemlich gut geeignet Zu verhindern Dass die Leute ausbrennen Und nicht weil die Flamme ausgeht Sondern weil irgendwie Sie sich kaputt arbeiten Du hast mir jetzt quasi Schon meine Antwort Auf meine nächste Frage Vorausgegriffen Aber das ist gar kein Problem Das ist schon bei euch Auch dann eher so Aufgabe von den Coaches Die die Teams auch betreuen Dass sie darauf achten Dass ihr Team Ich sag jetzt mal gesund ist Und ihr Team Keine Probleme hat Und wenn Probleme aufkommen Dass sie dann dort Irgendwie auch relativ schnell Eingedämmt werden Beziehungsweise mit Kommunikation Auch bekämpft werden Sozusagen Ja deshalb Die persönlichen Ziele drauf Und werden bestraft Wenn sie es nicht machen Nein Spaß Ja Das ist die Aufgabe Aber was man immer Was wir Und vor allem die Scrum Master Auch gelernt haben Das hat Grenzen Also Das sind nicht Die Glücksbotschafter Die Glücksbearchies Für die Teams Sondern Eins was uns auch Klar geworden ist Es gab da so Ein, zwei Personen Die haben versucht Das irgendwie zu nutzen Um sich einen Vorteil Gegenüber dem Team Zu verschaffen Oder sowas Wir arbeiten nur mit Menschen Die mit uns arbeiten wollen Ja Und dann so Ja frag mich mal Ob es mir gut geht Und Da lassen wir uns nicht drauf ein Und wir müssen halt auch aufpassen Dass die Scrum Master Das zu stark assoziieren Und dabei ausbrennen Aber grundsätzlich ist Das mit dem zufrieden Und glücklich Weiß ich nicht Das sind so Vokabeln Die triggern mich normalerweise Ich würde sagen Dass die Leute In unseren Teams Und dafür sind die Scrum Master Auf jeden Fall zuständig Wertstiftend Arbeit leisten können Und immer besser Enabled werden Wertstiftende Arbeit zu leisten Ja Würdest du aber auch sagen Dass das Innerhalb des Teams Also die Teammitglieder Untereinander Da schon auch Sehr aufmerksam Gegenüber dem jeweils anderen sind Oder der jeweils anderen Aufgrund dieser sozialen Dichte Die ihr so lebt Deswegen machen wir den Krum Ja Ja natürlich Also selbstverständlich Auch da Ich habe immer Schwierigkeiten damit Wenn man sowas Oh ja Produktmanagement Alles was mit Produkt zu tun hat Da ist nur unser Product Owner Für zuständig Natürlich ist das Deswegen machen wir das ja Auch zu sagen Man hat beispielsweise Jemand Introvertiertes im Team Der vielleicht sich da auch Nicht so öffnen will Und der hat aber Eine sehr gute Bezugsperson In dem Team Dass die dann mal Den Scrum Master beiseite nimmt Oder nur Scrum Masterin Bei uns beiseite nimmt Und sagt Ich glaube Der geht es jetzt gerade nicht gut Da ist irgendwas im Busch In die und die Richtung Vielleicht könnt ihr da mal dran arbeiten Oder so Natürlich Oder Am besten ist natürlich Wenn die sich im Team Gegenseitig stützen Ja Dafür haben wir Diese ganzen Geschichten Mit sozialer Dichte Dass die Menschen Aufeinander Acht geben Ja Und am Ende Muss aber einer Oder ein Ne In dem Fall Den Hut Den Hut aufhaben Und die Kümmererin sein Und das sind bei uns Die Scrum Master Ja Ich würde zum Abschluss Ganz gerne noch eine Frage stellen So ein bisschen zusammenfassend Auch jetzt von dem Interview Was würdest du sagen Sind so die Key Takeaways Die man auf jeden Fall Auf die man achten sollte Oder die man bedenken sollte Wenn man Agilität Mit einer hohen sozialen Dichte Leben möchte Genau Also Ich kann immer nur empfehlen Ich kann soziale Dichte Nur empfehlen Dieses Konzept Oder So mit Organisationen Und Teams zu arbeiten Hilft unglaublich Dass In der Konfliktprävention In der Kommunikation Und die Ergebnisse Der Teams Werden auch viel besser Wenn das wirklich Ich habe letztens Ein Interview gesehen Ich glaube es war einer Mit den Der größten Fußballgrößen Von der WM Die damals Als Deutschland Weltmeister wurde Oder Madeos Oder wie sie alle heißen Und der sagte Das ist total beeindruckend Die spielen heute Viel mehr miteinander Als wir das gemacht haben Lange Ballen nach vorne Festmachen Verteilen rein ins Tor Und heute gibt es da 15 Spielzüge Bis vom Abschlag Bis der dann Im gegnerischen Tor landet Und das ist Das was wir in Teams Ja auch sehen Und wenn die soziale Dichte Hoch ist Dann passiert genau das Die Ergebnisse werden Auch deutlich besser Also es ist nicht nur Alle fühlen sich Total gut Sondern es ist Für die Betriebswirte Unter uns Es hat auch tatsächlich Kaufmännische Auswirkungen Was die Teams für Ergebnisse Und Aber den Leuten Nicht das Gefühl vermitteln Hey wir sorgen hier dafür Dass alles paletti ist Sondern sie müssen am Ende Selber dafür sorgen Also so Dinge wie Selbstassessments Und sowas einführen Das hilft ungemein Und jetzt kann ich tatsächlich Bei der letzten Frage Mal auf meinen fancy Spicker gucken Ob ich noch irgendwas vergessen habe Achso ja Ich habe auf jeden Fall Was vergessen Ich nehme an Dass die meisten von euch Hier auch mit Wissensarbeitern Und Wissensarbeiterinnen Arbeiten Das heißt irgendwie Design Softwareentwicklung Produktmanagement Und so weiter Und so fort Da ist es oft Ganz schwer Zu beschreiben Warum Das Feuer Jetzt Erloschen ist Also dieses Über das Why Und diese Drei Begriffe Purpose Autonomy Mastery Von Dan Pink Die würde ich mir angucken Wenn ihr so Ganz komisches Feedback kriegt Warum die Leute Auf einmal Sich ganz seltsam verhalten Früher waren sie Total begeistert Und jetzt auf einmal Sind sie Voll Anti Im Krassesten Fall Also das ist so Mein Sind so meine Ich glaube ich Meine Kernfazitpunkte Vielen Dank dir Wir haben auch Ein paar Fragen Schon reinbekommen Ich fange mal mit der Frage an Die die meisten Votes hat Ja Das klingt sinnvoll Die hat sieben Votes Das sind nicht wenige Ist der Resilienz Fragebogen zugänglich? Ist im Moment Nicht zugänglich Der ist aber Nicht geheim Also Aber Disclaimer Der ist natürlich Sehr stark Auf das zugeschnitten Was wir machen Das ist so wie Hey können wir das Spotify Modell Einsetzen Ich habe überhaupt Kein Problem damit Und ich Ermuntere meine Kolleginnen und Kollegen In letzter Zeit Immer mehr Auch bei So Internen Dokumenten Prozessen Und so weiter Die Open Source Mäßig zu betrachten Oder zumindest mal In dieses Internet Zu stellen Damit andere Davon profitieren können Das ist mit Diesen Fragebogen Noch nicht passiert Ich habe aber auch Ich wüsste aus dem Stehgreif nicht Warum das ein Problem Sein sollte Aber Dieser Fragebogen Gehört nicht mir Sondern den Scrum Mastern Das heißt am Ende Müssen die das entscheiden Ob die das rausgeben Ich vermute mal Dass das kein Problem ist Nein Er ist im Moment Nicht öffentlich Aber schreibt mich gerne an Dann finden wir da Bestimmt irgendeinen Weg Das ist eine coole Antwort Bevor ich online weitermache Gibt es hier aus dem Publikum Vielleicht eine Frage Zwei Hat sogar acht Votes bekommen jetzt Ja Konstantin Mich würde interessieren Wenn jetzt jemand Die Firma verlässt Welche Haltung Habt ihr denn dagegen Oder welchen Einfluss Auf diesen Sogenannten Brand Den du ja meinst Der da ist Hat denn die Art und Weise Wie man denjenigen Verabschiedet Also wie man sich trennt Das hat sich verändert In der Vergangenheit Gab es Situationen Wo Enttäuschung Auf beiden Seiten Regiert hat Also Das Feuer ist erloschen Ich glaube wir gehen Da mittlerweile Sehr professionell Und wertschätzend Mit um Das Einzige Wo ich So eine Grenzerfahrung Hab Ist Ich hab ja gesagt Wir spielen Wir arbeiten nur mit Leuten Die mit uns arbeiten wollen Wo Für mich Eine Grenzerfahrung Ist immer noch Wenn die Leute Irgendwie Auf dem Weg nach draußen Aus irgendwelchen Gründen Anfangen mit Dreck Werfen zu wollen Also noch so Es ist Manchmal Hab ich das Gefühl Das ist auch eine rein Ganz menschliche Haltung Weil es immer noch viel gibt Was einen da hält Und man muss jetzt natürlich Seine eigene Entscheidung Irgendwie Noch klarer Untermauern So Das war die richtige Entscheidung Du hast das Richtige Und indem man das Was man verlässt Schlechter macht Wird die Entscheidung Natürlich einfacher Im Rückblick Das bis zu einem gewissen Maß Kann ich das auch verstehen Ja Aber In der Regel läuft das Sehr partnerschaftlich ab Es gibt in der Geschichte Von fast 14 Jahren Von Korsi Auch Leute Die dann irgendwann Den Weg wieder zurückgefunden haben Weil sie gesagt haben Ja da war das Feuer mal erloschen Zwischendrin Aber Die Organisation Für die ich bisher Gearbeitet habe Da ist es nie angegangen Also Nach dem Bewerbungsprozess Danke Du darfst gerne Deine Frage stellen Moment Wir brauchen Jetzt Tod Nochmal Du hast gesagt Ihr habt einen Betreuungsbeschlüssel Für Scrum Master Welcher Betreuungsschlüssel Hat sich denn bei euch bewährt Und warum Genau Also Wir hatten sowieso schon Die Faustregel Dass wir gesagt haben Ein Scrum Master Oder eine Scrum Masterin Betreut zwei Teams Das hat mehrere Gründe Weil Der wichtigste ist Dass Ein guter Kompromiss Zwischen Hey Hey ich werde Teil Dieses Systems Und ich werde quasi Assoziiert Und bin voll da drin Und kann das nicht mehr Von außen bewerten Und ich habe auch keine Kaum noch Externe Impulse Ist und Das ist das Was gegen ein Team Spricht Und was gegen mehr Teams Spricht Ist halt Dann kann Die Scrum Masterin Nicht mehr richtig wirken Und Auf einem anderen Weg Ich halte ja heute Abend Noch einen Kurzweiligen Talk Überschätzung Da geht es dann auch Über mehrere Wege Nach Rom zu kommen Auf einem anderen Weg Haben wir nochmal Was ähnliches rausgefunden Dass wir nämlich Uns überlegt haben Dass irgendwie Lass mich kurz überlegen Dass irgendwie Pro Pro Vollzeit Äquivalent Einer Scrum Masterin Wir Zehn Köpfe Rund Zehn Köpfe Betreuen Die Dass das Also wir haben da So ein Das ist wie so ein Mit grünem Gelben und rotem Drehzahlbereich Der Der Perfekte Liegt irgendwo Zwischen 10 und 14 Und damit sind wir Wieder bei dem So ein Scrum Team Hat irgendwie 2 plus minus 7 plus minus 2 Teammitglieder Das heißt Bei 2 Teams Und 7 Teammitgliedern Wären wir genau Bei diesen 14 Das ist so der Übergang Von gelb auf Rot Wenn es dann Deutlich mehr wird Dann geht das auch nicht Dann sind die Teams Auch zu groß Aber dann kann Dieses Scrum Master Dann zum Beispiel Nur ein Team Betreuen Ja Das ist was Was wir aber auch Im Auge behalten Aber im Moment Klappt das von diesem Betreuungsschlüssel her Ganz gut Ich würde mal weitermachen Weil wir haben noch ein paar Fragen reinbekommen Feuer Ich fange mal an Wieder mit den meisten Votes Hast du Beispiele Für die angesprochenen Waldlauf-Meeting-Formate Wir haben beispielsweise Ein Donut-Date Das haben wir ganz Früher mal eingeführt Als wir noch in diesen Faszinierenden Büros Gearbeitet haben Das heißt deswegen Donut-Date Weil es dann Automatisch ein Bot In Slack gab Und der hat irgendwie Zufällig zwei oder drei Menschen zusammengebracht Und die sollten sich dann Über ein Thema unterhalten Was nichts mit der Arbeit Zu tun hatte Dann kam natürlich schnell Wir wissen nicht Worüber wir uns Unterhalten sollen Also haben wir dann Zusätzlich zu diesen Würfelrunden auch Ein Thema vorgegeben So hey Was war euer geilster Urlaub In eurem ganzen Leben Wo würdet ihr unbedingt Gerne mal hinfahren Habt ihr eine Bucketlist Und wenn ja Was steht da drauf Und lauter solche Scherze Mittlerweile machen wir Das nicht mehr so In so kleinen Grüppchen Sondern wir haben jetzt Zweimal die Woche Zweimal die Woche Das ist auch wichtig So All-Hands-Calls Wo alle Leute zusammenkommen Die daran Interesse haben Das ist keine Pflichtveranstaltung Und vorher gibt es Donnerstags Das habe ich jetzt Gerade verpasst Gibt es so was So ein Donut-Date Und da wirft eine Von den Scrum Mastern Dann irgendwie so eine Frage rein Die meist überhaupt Nichts mit der Arbeit Zu tun hat Wo die Leute sich dann Zu austauschen Und was wir auch tun Wir waren Ziemlich faschistisch In der Vergangenheit Was so Hey in einem Daily Wird jetzt hier nicht Smalltalk gemacht Als wir noch im Büro waren Das Daily ist zum Planen Der Arbeit Des Teams für heute Und jetzt nicht Irgendliches Geschwätz Über das Fußballspiel Von gestern Oder irgend sowas Da sind wir sehr Sehr viel genügsamer geworden Weil das Wunderbar zusammenpasst Wenn so ein So ein formales Thema Als Trägersignal fungiert Das ist genauso Wie die Kaffeemaschine Die Leute gehen Nicht an die Kaffeemaschine Um Schwätzchen zu halten Zumindest Nicht die Die man da haben will Für diese Watercooler Discussions Sondern die gehen da hin Weil sie Kaffee haben wollen Weil sie müde sind Und dabei entsteht ein Gespräch Und deswegen sind wir da Sehr viel Großzügiger geworden Wenn dann Im Daily Erstmal fünf Minuten Über irgendwas lustiges Vom Wochenende gesprochen wird Oder so Hey was hast du heute an Das sieht ja voll abgefahren aus Oder irgendwie sowas Da waren wir früher Knallhart Das hat hier nichts zu suchen Ja Es gibt hier jetzt noch Online zwei Fragen Vielleicht kannst du auf die eine Noch ganz kurz antworten Weil die zwei Votes hat Ich gebe mir Mühe Weil wir schon fast Am Ende sind Gibt es jemanden bei euch Der auf das Wohlbefinden Der Scrum Master achtet? Ja Also erstmal Das sind Psychologen Und Soziologen Ginnen Unsere Scrum Masterinnen Das heißt Die sind auch gewöhnt So Dinge wie Supervision zu machen Wir haben immer mal wieder Externe Die wir dafür einfliegen Die uns dann dabei helfen Von draußen nochmal drauf zu gucken Auf diese Gruppe Und am Ende Wenn das irgendjemand In die Job Description Bei uns geschrieben bekäme Wäre das wahrscheinlich ich Ja Sehr gut Danke dir Das Resilienzthema Hat noch mehr Votes bekommen Also Ich greife Konstantins Angebot nochmal auf Schreibt ihm gerne Es sind seine Kontaktdaten Auch hier bei uns verlinkt Auf der Webseite Es gibt noch eine Frage Vielleicht kannst du die Online noch Ultraschnell beantworten Ja oder so Wie fordert ihr gesunde Konflikte? Ich kann mir vorstellen Dass es Kollegen Die sich besonders nah stehen Oft schwerfällt Nein zu sagen Oder zu widersprechen Ganz schnell Schwierige Frage Für ganz schnelle Antworten Also erstmal Ja wir tun das Weil uns das wichtig ist Viele Organisationen Schweigen das tot Weil das anstrengend ist Konflikte herbeizuführen Das klappt nicht mit allen Aber Also ich persönlich Mach das auch ganz gern Dann mal da eine Bombe Zum Platzen zu bringen So nach dem Motto Ich hab das Gefühl Du bist stinkig auf ihn Weil er Und du Weil Ist das so? Und dann irgendwann Knallt es auch Also ich Ich persönlich Hab das gerne Dass es dann auch mal Ordentlich rumst Also so ein ordentliches Gewitter Und danach ist die Luft Wieder rein Um sinnvolle Antworten Zu geben darauf Wie ich das mache Weil es wahrscheinlich Die Zeit jetzt zu kurz Ja tatsächlich Aber wenn du möchtest Kannst du gerne noch mal In den Slot reingehen Und im Chat vielleicht Mit den Leuten Ein bisschen schreiben Es gab auch eine Frage Gibt es die Folien zum Download? Wir haben ja hier jetzt Heute keine Folien gehabt Der Talk wird später Auch auf YouTube stehen Ich weiß aber Dass du ein paar Folien Zu dem Thema hast Also da würde ich Wahrscheinlich auch sagen Darf man dich kontaktieren? Ja die sind im Zweifel Auch schon auf Speaker Deck Also Genau Im Zweifel da Vielen Dank Konstantin Für die spannenden Einblicke Schön dass du da bist Sehr gern Hat mich gefreut Dann geht es hier kurz weiter Mit einem Werbeblock Von dem jetzt schon Zwei Minuten abgeschnitten wurden Wir notieren das irgendwo Hintendran alles Wer hier Zeitschulden hat Ja ich heiße nicht Offiziell Warum ist der Thomas Gottschalk Okay aber es sieht Auf jeden Fall besser aus Als Thomas Gottschalk zuletzt Was ich euch zeigen möchte Was ich mitgebracht habe Was ich mitgebracht habe Ist das agile Notizbuch Von Zettelweise Schaut euch das mal an Das hat hier vorne Ein ausklappbares Kanban Board Und hinten Entsprechende sticky notes Mit denen man dann halt eben Seine Planung machen kann Das wird in Europa produziert Mit veganem Leder aus Italien Alles total nachhaltig Warum zeige ich das hier Dieses hochwertige Teil Wollen wir verlosen Und es gibt im Chat Gleich einen Link Der da irgendwie eingeblendet wird Beziehungsweise Wo ihr draufhauen könnt Um an der Verlosung teilzunehmen Fünf davon verlosen wir Genauso wie ein paar Von diesen sticky notes Die sozusagen wieder beschriftbar sind Und die man einfach irgendwo An die Wand hängen kann Wie ihr das vielleicht auch schon Von anderen kennt Und verschieben kann Und so weiter Und so fort Also macht mit beim Gewinnspiel Wir erinnern zwischendurch Auch immer mal wieder dran Heute am Ende des Tages Werden wir die fünf Gewinner bekannt geben Jetzt geht es hier weiter Mit zehn Minuten Umbaupause Und danach haben wir die Keynote Von Dean Leffingwell Das heißt sucht euch ein Plätzchen Holt euch was zu trinken Wie gesagt wir werden jetzt Zehn Minuten lang umbauen Und sehen uns dann gleich wieder Bis dahin Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. 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 was was the best. Bis zum nächsten Mal. 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 I don't understand. Bis zum nächsten Mal. 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 pull in. Bis zum nächsten Mal. 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 The next Mal. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Well, bis zum nächsten Mal. 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 não zweit Mal. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. There is also another question. I don't think. Hello, is it working? Hi, Dean, it's Peter from Petco. I stuck on the previous question where we talked about implementation and I wanted to hear your thoughts about, I hear a lot in implementations that they are bashing on the middle management, that there are like the barrier to get an implementation and in some companies I've seen that there's like a grassroots implementation of SAFE and sometimes the managers say, I can't get through my middle managers and what you said is, well, it's the middle managers who actually changed the systems. Can you talk more about what your thoughts are that you are saying, hey, they are the system and how can we make that better? Well, we won't be successful. I mean, I kind of got triggered down the scale to agile mode after a really large implementation where we train kind of 5,000 people to do scrum. And this was in the old style days of we don't need the manager in the room. You know, there's a chicken and pig story. We trained developers to do what their way of working their managers didn't understand. That's stupid. Right. So how did we begin to think that we could create a way of working inside an enterprise that was all kind of bottoms up if their managers didn't understand it? So we reach into middle management. And whenever that pain is there, those are first and second line managers. And we try to get them in LeadingSafe or we invite them to a PI planning from maybe another company or another division where we're doing PI planning. And we take that incrementally as well. We take that in small batch sizes. And little by little, we get middle management engaged because we can't be successful without them. This is a system. We've got to be able to discover, define, deploy, and release quickly. We can't do that as teams. We don't have the authority to ship a piece of software to a customer that's under an SLA or that hasn't gone through a validation protocol. So it's a big order and a big company. But the alternative, go back to slide number three. Mastering large-scale software development is the economic driver for the 21st century. So our leaders, our middle managers and leaders have to recognize that. And have to start making the changes they need to be successful down this path. Thank you. And I think the last question. Can you name the most often anti-patterns in companies starting implementing SAFE? Yeah. Label the things you're doing with SAFE terms and go about your business like always. Call the project manager or scrum master. Great. And have the VP of development be the release train engineer. Call the project manager or scrum master. Don't train anyone. Put up a big picture and pretend like that's going to work. Great. Thank you so much. You're welcome. Thanks for having me. Yeah. Thank you. Thank you. Vielen Dank. 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 Wir haben extra Stühle hier hochbringen lassen. Ich muss noch ein paar Stühle hochbringen lassen, damit ich nicht so groß wirke. Der Stuhl ist gleich fünf Zentimeter klein. Ja, 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 auf jeden Fall. Bastian, ich bin hier. Ich bin hier mal ganz kurz vor, was machst du mal ganz kurz vor, was machst du, was machst ist, ist dein Thema? Und das war. Und dann fortan können alle Leute über das Whiteboard miteinander interagieren, sieht alle Mauscursor, sieht, was die Leute entsprechend machen. Das klingt auf jeden Fall super cool. Und das klingt, als könnte damit fast ein ganzer Talk gefüllt werden. Ja, man könnte es kaum glauben. Ja, zufälligerweise haben wir heute einen Talk dazu. Also um 19 Uhr oben im Modern Workplace, glaube ich. Ich vergesse gerade, wie es heißt, aber ich sehe es ja zum Glück dort. Da habe ich einen Talk, bei dem wir uns genau darum kümmern, also durch dieses ganze Thema Whiteboards, also weg vom Technical Diagramming, wo wir schon immer sehr stark waren, hin zum kollaborativen Diagramming. Das hat natürlich für uns auch eine ganz neue Welt eröffnet und diese Welt, die bespielen wir jetzt gerade. Also wie können wir mit diesen vielen Anwendungszwecken im Unternehmen entsprechend so alle Teams durchdringen, dass einfach alle Leute im Unternehmen davon profitieren können. Und da bringe ich so ein bisschen was mit, plaudere aus dem Nähkästchen. Es gibt keine Präsentation, sehr viel Hands-on, sehr viele Fragen sind erwünscht. Es gibt nur eine große Confluence-Seite, auf der alles drauf ist und viel, viel Praxis. Und ich freue mich drauf. Aber also keine Präsentation, das ist ja erstmal schon mal gar nicht unsympathisch, aber ihr habt schon irgendwie ein Bild. Genau, richtig. Aber ganz wichtig bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich sage Durchdringung, natürlich könnte man jetzt sagen, Leute, die Drawio bereits verwenden. Aber natürlich ist es auch für all diejenigen interessant, die zum Beispiel sagen, ja, Confluence jetzt als zentrale Wissensplattform, würde ich gerne mal mehr darüber wissen. Aber Thema Visualisierung ist natürlich auch wichtig. Also es ist nicht nur an die alteingesessenen Hasen und Häsinnen unter uns, die da angesprochen werden könnten. Ja, aber also was ich bisher davon gesehen habe, super cool. Dann merkt euch das, ja, der Bastian ist in Talk, wie Diagramme auf allen Ebenen Wert für dein Unternehmen stiften können. Ja, ich konnte es nicht kurz erfassen. Genau, deswegen habe ich gerade mal ablesen müssen, heute um 19 Uhr. Dann jetzt erstmal vielen Dank, Bastian. Ich danke dir und wir sind wieder in der Zeit, ne? Ja, wir sind super in der Zeit. Großartig. Wir machen jetzt die Bühne frei. Ich bin jedes Jahr derjenige, der die Zeit dir da rein holt. Genau, weil du einfach so schnell redest. Also dann, vielen Dank, dass du da warst und bis demnächst. Habe ich Ton? Und ich habe Ton. Sehr schön. Ja, danke. Wir machen hier jetzt wieder weiter mit einer Kultur-Lounge-Session und unsere nächste Gästin, die jetzt gleich auf die Bühne kommt, hat schon kulturell einiges gesehen und erlebt. Svenja ist Coach, Organisationsentwicklerin und seit September 2020 Consultant bei der Kegon AG. Vorher war sie Dozentin für Organisationspsychologie und ist in ihrer Tätigkeit als Coach und agil zu arbeiten schon ein bisschen um die Welt gereist. Sie hat schon in Kanada und im Libanon gearbeitet. Diversität hat sie hier besonders aufgrund der anderen Umgebung auch in der Agilität begleitet. Unser Thema ist It's not wrong, it's different. Interkulturalität und gelungene Agilität. Begrüßt mit mir Svenja Sure. Ich muss jetzt mal auf diesen Stuhl hochkommen. Oh Gott. Soll ich dir helfen? Apropos Agilität. Ja, schön, dass du da bist Svenja. Ja, danke. Ich habe mir jetzt eben schon gesagt, du warst schon in Kanada und im Libanon. Erzähl mal, wie kommt man überhaupt dazu, dort zu arbeiten? Ja, also vielleicht arbeiten ist ja nicht ganz korrekt. Ich habe in Kanada, fing das an, ich wollte in der Schule, habe ich nicht ganz ausgehalten und wollte woanders hin. Und meine Mutter hatte die brillante Idee, so ein Highschool-Jahr zu machen. Und ja, das hat mich dann nach Kanada verschlagen. Es war so die Situation, ich war 17. Ich war extrem selbstbewusst. Ich wusste ganz genau, was richtig ist und was falsch ist. Also ich würde sagen, ich habe so jedes deutsche Klischee erfüllt, was man sich so vorstellen kann. Ja, und dann bin ich in eine Familie gekommen, die ganz anders kommuniziert hat, als das, was ich so gekannt habe. Und das war erst mal ein kleiner Kulturschock. Wie bist du damit umgegangen, dass ihr so kommunikativ vielleicht auch ein paar Probleme hattet? Ja, also der Talk heißt ja, it's not wrong, it's different. Ja, das ist schon spät. It's not wrong, it's different. Das ist ein Satz, den meine Gastmutter zu mir gesagt hat. Und zwar gibt es da eine Szene zu. Wir wollten Pfannkuchen machen. Pancakes. Für mich Pfannkuchen, für sie Pancakes. Und wir hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie die denn auszusehen haben. Also ich kannte Pfannkuchen, sie kannte Pancakes. Und wer das schon mal gesehen hat, das ist unterschiedlich. Also ich rede eher von Crepsi, eher von diesen amerikanischen Pancakes. Und ich habe dann wirklich mit dieser Strahlkraft einer 17-Jährigen gesagt, als ich gesehen habe, wie sie das gemacht hat, habe ich gesagt, boah, nee, das kannst du auch nicht machen. Das ist falsch. Und dann hat sie gesagt, nee, Svenja, pass mal auf, das ist nicht falsch, das ist anders. Und heutzutage verstehe ich erst mal diese Kraft dieses Satzes. Damals habe ich das nicht so ganz verstanden, aber inzwischen denke ich mir so, boah, wie cool, wie cool eigentlich diese Vorstellung zu sagen, es ist nicht falsch, sondern es ist anders. Und das gilt ja nicht nur für Interkulturalität, wo ich es jetzt erfahren habe, sondern wenn ich jetzt in der Beratung agile Teams habe, dann denke ich mir so, boah, der Satz ist eigentlich ziemlich gut, auch für agile Teams, nämlich zu sagen, nee, nur weil ich meine Pfannkuchen so mache, heißt das nicht, dass wenn du die Pfannkuchen anders machst, dass es falsch ist, sondern wir machen Dinge anders. Und ja. Du hast jetzt schon ein bisschen auch quasi in die Zukunft vorausgegriffen, also was es dir auch generell jetzt in deiner Agilität, in der Arbeit so bringt, das ist super interessant. Würdest du sagen, dass es dich ein bisschen verändert hat auch in deiner heutigen Arbeit, dass du damals den Auslandsaufenthalt in Kanada hattest, so wie du jetzt vielleicht auch mit Agilität umgehst oder vielleicht auch mit Kommunikation, was ja da so ein großes Thema ist? Absolut. Also was ich in Kanada vorhin gelernt habe, ist, dass wir in Deutschland sehr direkte Kommunikation, glaube ich, pflegen. Und in Kanada zum Beispiel ist es ganz anders. Da ist man viel höflicher, viel zurückgezogener. Und also das ist auf jeden Fall ein Learning, wo ich heute, wenn ich in Teams gehe, so denke, hm, wer weiß, wer hier so drinnen sitzt, ja. Und vielleicht ist so die ganz direkte Ansprache durch die Wand auch nicht so ganz das Richtige. Und immer wieder daran zu denken, okay, eigentlich ist doch cool, dass wir zwei Arten von Pfannkuchen machen können. Also eher diese Bereicherung zu sehen, als zu sagen, nee, also nur weil du das jetzt nicht so machst, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es falsch. Weil ich glaube, das haben wir bei Agilität, ist ja ein schönes Wort, aber häufig haben wir ja schon die Vorstellung, es gibt die Agilität und das ist meine Agilität. Und wenn du nicht so agil arbeitest, wie ich mir das vorstelle, dann ist das falsch. Und da wegzukommen, sondern eher zu gucken, okay, wo können wir die Diversität in der Agilität auch leben. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Du warst ja auch noch im Libanon. Ja. Was mir zuerst zum Libanon einfällt, ist auf jeden Fall eine Sprachbarriere. Also Englisch kannst du wahrscheinlich sprechen, deswegen war es in Kanada wahrscheinlich nicht so das Problem. Aber im Libanon spricht man ja nicht primär Englisch. Wie hast du dich da überhaupt kommuniziert, also wie hast du generell kommuniziert oder wie bist du überhaupt in dem Land so ein bisschen klargekommen? Ja, es hat Komplexität zur Aufgabe hinzugefügt, ja, die Sprachbarriere. Insgesamt ist der, also ein Vorteil. Ich war als Studentin im Libanon, habe dort studiert und war ein bisschen gereifter, sage ich jetzt mal so. Plus ich habe den Kulturschock erwartet, also das war schon mal ein Upgrade zu Kanada. Ja, und die Sprache, ja, wie haben wir das gemacht? Also eine Sache, die mir dazu einfällt, ist ein Szenario, Thema Busfahren. Da kann man es sehr schön dran sehen. Im Libanon gibt es keine Straßen und auch keine Hausnummern. Am Anfang hatten wir auch keine mobile Daten. Das war nämlich dann, also das war dann echt die Challenge. Und zwar ging es dann darum, okay, wie kommt man von A nach B. Es gibt auch keinen Busfahrplan. Das heißt also, die Frage ist, wie kommt man von A nach B, wenn all das, was ich in Deutschland kenne, Busfahrpläne, Zeiten, mobile Daten, Straßen und so weiter, wenn das alles weg ist. Also wie orientiere ich mich da? Und unter anderem war da zum Beispiel dann auch noch der Punkt, dass man mit Englisch im Libanon schon recht gut klarkommt, aber beim Bussystem nicht. Das ist in Arabisch. Und das war, wir hatten alle unterschiedliche Levels von Arabisch. Also ich war mit einer Gruppe von sechs Leuten da. Und ja, wir haben angefangen, heute würde man sagen, in sehr kurzen Sprints zu arbeiten. Wir haben wirklich viel Try and Error gemacht. Und wir haben uns immer wieder darüber ausgetauscht, okay, was muss ich sagen, wenn ich da und da raus muss. Also inzwischen bin ich sehr gut in allen arabischen Präpositionen, die es gibt. Also unter der Brücke, auf der Brücke, am Kreisel, nach dem Kreisel und so weiter. Weil damit man immer wieder sagen konnte, okay, jetzt hier will ich raus. Ja, und es war viel Kommunikation auch mit anderen Menschen in meiner Gruppe. Gab es, außer der Sprachbarriere, du hast ja schon gesagt, du hast dich ein bisschen schon darauf eingestellt, dass du vielleicht so ein bisschen einen Kulturschock bekommst quasi. Was waren denn noch so Schocks oder andere Dinge, die dich neben der Sprachbarriere so ein bisschen beschäftigt haben bei deinem Aufenthalt? Also im Libanon war es vor allen Dingen, ich komme immer irgendwie zurück zum Essen, aber das, was wir in Kanada schon hatten mit unterschiedlichen Rezepten, war auch wieder so ein Thema im Libanon. Ich koche sehr gerne und ich hatte meine ganze Liste von verschiedenen Rezepten dabei, die ich gerne mache. Und dann war die erste Challenge, okay, ich wollte was kochen, bin in den Supermarkt gegangen, da gab es aber die Sachen nicht. Oder sie waren halt abstrus teuer und ich war ja Studentin und hatte nicht viel Geld, so bla bla bla. Also war die nächste Frage, okay, wie macht man das? Wie mache ich das jetzt auch hier, wenn ich etwas kochen will, aber die Sachen, die ich dazu brauche, nicht zum Land passen? Und auch da immer wieder zu gucken, meine Lösung war, ich habe mir ein libanesisches Kochbuch gekauft und habe angefangen wirklich von Seite eins einfach alles mal durch zu kochen. Und das war natürlich viel einfacher, also das Kochen war nicht einfacher, aber die Sachen zu bekommen war dann einfacher. Und das finde ich ist auch, wenn wir uns Agilität wieder angucken, auch da ist ja die Frage, wir versuchen ganz häufig in den gleichen Rahmenbedingungen, also aka mit den gleichen Rezepten, was anderes zu kochen. Und da zu gucken, okay, Agilität ist auch was anderes und dementsprechend müssten wir eigentlich auch unsere Rezepte einfach ein bisschen anpassen und Sachen anders machen und nicht versuchen, das, was wir schon immer gemacht haben, aber jetzt agil zu machen. Und ich, also das sind so Learnings, wo ich heute immer so denke, boah, das war extrem bereichernd, aber das war auf jeden Fall eine Challenge und ich will jetzt sagen, also im Libanon hatte ich mehrere Kulturschocks, muss man sagen, und es geht halt auch in Wellen, wie in Change auch. Also das ist, ja, also das war wirklich so was, was mir immer wieder jetzt im Kopf rumschwingt, wenn wir über Agil-Teams auch sprechen, ja. Das ist ein sehr schöner Vergleich auch. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen zurückrudern quasi. Mach das. Und wissen, wieso du überhaupt dazu gekommen bist, dann Coach zu werden. Also was hat dich da angetrieben, dass du sagst, ja, jetzt werde ich Coach. Waren da deine Auslandsaufenthalte schon irgendwie auch ein primärer Treiber dafür, dass du dann da schon Dinge erkannt hast, wie man mit Menschen unterschiedlich umgehen oder arbeiten kann oder woher kommt es? Also ja, das kommt schon, weil ich im Ausland immer wieder gemerkt habe, ich habe ja noch ein paar andere crazy Sachen gemacht, war unter anderem in Saudi-Arabien, aber das hebe ich mir für den nächsten Talk auf. Und ja, also ich habe dadurch schon gemerkt, dass meine Fähigkeit, mich immer wieder einzustellen, mich immer wieder auch an die Gegebenheiten anzupassen, dass die schon trainiert wurde. Und ich glaube, das ist als Coach extrem hilfreich. Und auf der anderen Seite, ich komme aus einer Coach-Familie. Also meine Mutter ist, weiß ich nicht, seit ich denken kann, selbstständiger Coach. Und ich glaube, das hat abgefärbt. Und erst war ich, ich hatte so eine kleine Jugendzeit, wo ich so dachte, boah, das ist richtig schlimm. Also dieses ganze psychologische Zeug, nie wieder. Ja, und dann war ich im Ausland und habe mir so gedacht, hm, ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht, so eine Meta-Ebene auch zu kennen und uns zu reflektieren. Und ich hatte dann erst die Idee, ich werde interkultureller Coach. Also da schließt sich dann, glaube ich, so die Lücke. Und dann habe ich während der Ausbildung zum interkulturellen Coach gemerkt, das ist mir eigentlich gar nicht genug. Also das nur auf interkulturell zu begrenzen, das ist mir nicht genug. Und deshalb dieser Talk hier auch, weil also meine Mission, wie Dean Leffingfeld hat ja gesagt, brauche ich eine Mission. Also wäre meine Mission, würde ich mal proklamieren, das mal zusammenzudenken. Also nicht immer zu sagen, boah, also die einen Coaches, die machen Diversität und Interkulturalität. Und die anderen Coaches kümmern sich um Agilität. Sondern was wäre denn mal, wenn wir mal beides zusammendenken? Das finde ich absolut spannend. Und ich glaube, dass es heutzutage auch gebraucht wird, wenn wir uns gucken, Fachkräftemangel, die Leute werden nicht alle aus Deutschland kommen. Ja, das stimmt. Du hast eine super Vorlage gegeben, schon für meine nächste Frage, ohne dass du es wusstest. Ich würde dich nämlich gerne noch fragen, welche Vorteile dir die Diversität vor Ort in deinen Auslandsaufenthalten gebracht hat in Bezug auf deine Arbeit und deine agilen Methoden, die dann jetzt nicht nur auf die Kommunikation bezogen, sondern auch auf unterschiedliche Menschen und Menschentypen vielleicht sich ja ein bisschen auch verändert hat. Absolut. Also wenn ich das mal vergleiche von dieser 17-Jährigen Svenja, die nach Kanada gegangen ist und wirklich manchmal sehr Kopf durch die Wand gegangen ist. Also ich bin diplomatischer geworden für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Und was ich, glaube ich, mitgenommen habe, ist, dass wenn ich heutzutage in Teams komme, ich mir viel stärker überlege, okay, wer sitzt da vor mir? Gibt es vielleicht Leute, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben? Gibt es vielleicht Leute, die einfach anders kommunizieren? Also die vielleicht nicht diejenigen sind, die sich total in den Vordergrund spielen und die du immer hörst, sondern gibt es vielleicht auch die Leute, gerade die Leute, die ganz häufig da nichts sagen, auch immer nicht zu sagen, ah ja, dann müssen die halt einfach nur was sagen, sondern auch vielleicht mitzudenken, vielleicht sind das einfach eher introvertierte Menschen oder Menschen, die nicht so direkt kommunizieren und vielleicht muss ich die anders ansprechen. Und ich glaube, das hätte ich ohne meine Auslandsaufenthalte, würde ich so nicht mit Teams umgehen. Also diese Kulturdimension mitzudenken, das ist, glaube ich, jetzt echt ein Asset. Und es gibt ganz konkrete Sachen, zum Beispiel jetzt gerade bei einem Kunden haben wir eine Sprechstunde eingeführt, und die haben eine relativ große Dependence in der Türkei. Und dann war meine Frage so, also die Sprechstunde ist freitags, mittags. Und wenn man den muslimischen Kulturraum jetzt kennt, dann könnte man sich fragen, okay, was machen denn die Leute, die zum Freitagsgebet eigentlich gehen? Die Sprechstunde ist grundsätzlich dann da. Und das einfach auch mal mitzudenken und daran zu denken, dass halt nicht alle sind so wie wir, ich sage mal, Proto-Deutsche, sondern es gibt auch noch andere Kulturen, auch in Deutschland, und da einfach Rücksicht zu nehmen. Ich glaube, das hätte ich so vorher nicht gemacht. Das finde ich auch, also voll den schönen Vergleich, beziehungsweise auch ein schönes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Wenn du dich mit anderen Coaches austauschst, merkst du, dass da generell noch so ein bisschen Bedarf ist, mehr Diversität oder mehr Interkulturalität mitzudenken? Also es kommt, glaube ich, darauf an, welche Sparte sich austauscht. In meiner Ausbildung zum interkulturellen Coach war das nie ein Thema. Also da hat man dann immer so das Gefühl, okay, alle sind total übersensibilisiert. Wenn ich heute mir angucke, so im agilen Setting, würde ich sagen, glaube ich schon, dass wir diese Diversitätsdimension schon mitdenken sollten. Weil so mein Eindruck ist, wir denken agil heißt, wir sind alle gleich und wir sind alle voll partnerschaftlich und wir duzen uns und die Unterschiede machen gar nicht mehr so viel aus. Aber da vielleicht trotzdem noch mal reinzugucken, okay, was heißt das denn? Also wie groß ist unsere Diversität? Und das würde ich persönlich heutzutage gar nicht mehr nur auf Kulturen beschränken. Das geht auch Männer, Frauen, Altersklassen. Auch einfach da noch mal genauer hinzuschauen, wer treibt zum Beispiel Agilität voran im Unternehmen? Sind das eher die Alten? Sind das eher die Jungen? Sind das vielleicht eher Frauen, eher Männer? Und da halt immer doch noch mal zu schauen, so okay, wie nimmt man die Leute mit? Und das sind so Sachen, es gibt Leute, die das, glaube ich, schon sehr gut mitdenken. Deswegen, manchmal ist es mir ein bisschen zu mechanisch, diese Sichtweise. Und da würde ich sagen, setze ich halt einen ganz starken Fokus auf den Menschen. Aber auch, weil ich selber gemerkt habe im Ausland, also wenn man einmal im Ausland war und man kann die Sprache nicht und man kennt sich nicht aus, wie dankbar ist man für jemanden, der dich an die Hand nimmt und sagt, guck mal hier. Und so manchmal denke ich so, vielleicht sind es gerade die Leute, die bei der agilen Transformation sagen, boah, finde ich voll scheiße. Vielleicht sind es genau die Leute, die man auch einfach mal kurz an die Hand nehmen muss und sagen kann, guck mal hier, hier fährt der Bus. Und vielleicht macht er das dann das nächste Mal auch selber. Schön. Du bist ja nicht nur so auf dem Globus schon ein bisschen rumgekommen, sondern du hast ja auch hier in Deutschland dann tatsächlich mal ein bisschen Interkulturalität erlebt, bei einem Besuch bei deinen Schwiegereltern, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Ich fand es eine ganz spannende Geschichte. Möchtest du da ein bisschen mehr zu erzählen? Gerne, ja. Das war bei meiner interkulturellen Ausbildung war mal der Auftrag, so ein Stand-up-Ding-Impro zu machen, so ein Intro zum Thema Kulturschock. Und ich habe super lange überlegt, weil ich so dachte, boah, so eine Kulturschock-Geschichte aus dem Ausland finde ich irgendwie langweilig. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wo habe ich ganz persönlich für mich den heftigsten Kulturschock erlebt meines Lebens. Und der ist nicht in Kanada passiert, der ist nicht im Libanon passiert, den hatte ich auch nicht in Saudi-Arabien, sondern den hatte ich in Meinfeld, in Niedersachsen, beim ersten Besuch bei meinen jetzigen Schwiegereltern, in der Tat. Es war das erste Mal, dass ich mit meinem Freund damals bei denen aufgelaufen bin. Ich hatte halt so meine Vorstellung, wie Familie ist. Meine Familie ist klein, vier Leute, vielleicht noch Oma, Opa, das war es dann aber auch schon. Ich komme da rein, da sitzen halt, weiß ich nicht, zehn, zwölf Leute an einem Tisch. Ich komme da rein, alle drehen sich um und gucken. Und ich dachte mir so, oha. Dann ging das weiter, dann gab es da auch so eine Sitzordnung, die ich natürlich wiederum nicht wusste. Und dann ging es los mit dem Essen. Ich esse halt hauptsächlich vegetarisch. Es gab nichts Vegetarisches auf diesem Tisch. Es gab nur Softdrinks, ich trinke Wasser. Also es war wirklich so, und ich saß da diesen ganzen Abend, ich war super angetriggert, weil wie geht man da halt auch rein? Man denkt sich so, boah, die müssen mich mögen. Und ich, also dieser Abend, der war dermaßen schweißtrend, der war super anstrengend. Und der war wirklich, wirklich ein Kulturschockerlebnis, wie ich das nie hatte. Und ich glaube, warum der so heftig war, ist, weil ich es nicht erwartet habe. Ich bin mit meinem, mit meiner Brille da reingegangen und habe halt gedacht, ah, das ist eine deutsche Familie, die muss so sein, wie meine deutsche Familie. Und die ist aber immer noch, auch heutzutage, ist diese Familie ganz anders als meine Familie. Und das ist echt was, wo ich heutzutage, wenn ich in Teams gehe, denke ich immer wieder an diese Story, weil ich so denke, haha, wer weiß, wie das bei unseren Teams aussieht. Ich weiß auch nicht, wenn ich zu deiner Familie kommen würde, ob das genauso aussehen würde, wie bei meiner. Und da mal drüber nachzudenken, dass der Kulturschock nicht nur eine andere Kultur, also andere Kultur im Sinne von Land, sondern vielleicht sogar auch beim Nachbarn lauert, sage ich jetzt mal, oder bei meinem Kollegen, der Sachen einfach schlichtweg anders sieht und ganz anders macht. Ja, schön auch nochmal den Vergleich mit Deutschland zu haben. Das holt vielleicht einige nochmal so ein bisschen ab, dass es auch hier bei uns Kulturschocks gibt. Wenn du jetzt so ein bisschen überlegen müsstest, was du so aus deinen ganzen Erfahrungen mitgenommen hast, was du Leuten oder auch Coaches generell vielleicht mitgeben möchtest für ihre zukünftige Arbeit, worauf sie vielleicht ein bisschen gucken können, worauf sie irgendwie achten. Gerade du hast ja auch schon gesagt, manche Leute sind leiser, manche Leute sind lauter in Teams. Also was würdest du denen so mitgeben, worauf man so ein bisschen schauen kann, wenn man Teams coacht? Also ich habe ja in meiner Beschreibung für den Talk, habe ich ja geschrieben, Diversitätsreise. Also würde ich mal in der Analogie bleiben und sagen, okay, was wäre in meinem Diversitätskoffer drin? In meinem Diversitätskoffer wäre auf jeden Fall die Erkenntnis drin, dass Menschen total unterschiedlich ist und das ist völlig unabhängig davon, woher sie kommen. Sie sind einfach anders als ich. Und da wirklich mal diese Brille mitzunehmen und immer wieder zu gucken, ich sage nur, it's not wrong, it's different. Immer wieder zu gucken, okay, wenn der was macht und ich denke mir so, oh Gott, was macht der denn da jetzt schon wieder? Da vielleicht mal zu denken, haha, vielleicht macht er das anders. Vielleicht ist das einfach nur anders als das, was ich denke. Also das würde ich wirklich vielen, vielen Leuten ans Herz legen wollen und das einfach auch in Transformationen ganz besonders mit ans Herz legen. Und ich hatte es ja schon angesprochen, ich war immer super froh und ich hatte auch immer Menschen, die in den Momenten, wo es schwierig ist, auch gesagt haben, Boss, Svenja, guck mal, wir machen das mal zusammen oder wir tauschen uns mal aus. Und ich finde, heutzutage werden Transformationen ganz häufig sehr direkt durchgeführt und da wäre mein absolutes Plädoyer, niemanden zurückzulassen. Also nicht zu sagen, oh ja, der kann sich damit jetzt nicht abfinden, also machen wir das einfach ohne ihn weiter, sondern eher zu gucken, es gibt einfach Menschen, die haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, sich mit Veränderungen anzupassen und da eher zu gucken, wie können wir das gemeinsam machen. Weil das ist für mich so, also wenn ich agil in einem Wort zusammenfassen würde, dann würde das gemeinsam heißen und da eher zu gucken, okay, wie können wir eine gemeinsame Kultur schaffen, in der wir alle mitnehmen, anstatt zu sagen, okay, du kannst halt einfach nicht agil arbeiten, also musst du jetzt kündigen oder so. Ja, habe ich jetzt alles schon gehört und da würde ich eher dazu plädieren, vielleicht brauchen die Menschen einfach nochmal eine andere Haltung, eine andere Ansprache. Und ich denke immer wieder, ich sage nur, meine fällt, Silvesterabend, zehn Personen, manchmal ist das vielleicht genauso auch für andere Leute, wenn ich da so ein neues Format moderiere und die kommen da rein und denken sich so, oh Gott, ja, und das wäre wirklich was, was ich sehr gerne mitgeben würde. War es in meine Fälle dann trotzdem noch ein guter Start? Ja, also wie gesagt, du hast ja gesagt, du hast es schon angeteasert, als ich den Talk das erste Mal gehalten habe, da hatten wir noch nicht geheiratet, da konnte ich das dann so nachschieben. Also wir sind inzwischen verheiratet und von daher bleibt es aber immer wieder eine Challenge, auch das auszugleichen. Also genau. Weil es schon auch einfach Unterschiede sind in dem, wie man selbst Einstellungen hat und wie die eigene Wahrnehmung ist. Genau. Und ich glaube, wichtig ist zu finden, wie machen wir es, also wie machen wir es, wenn wir uns begegnen, wie können wir dann einen Raum schaffen, der für uns alle irgendwie gut ist. Jetzt habe ich nur eine Frage im Kopf gehabt, die ich gerade kurz vergessen habe. Merken deine Teams denn, dass du so ein diverses Wissen auch inzwischen angeeignet hast bei deinem Coaching? Oder spiegeln sie dir das vielleicht manchmal zurück? Da bist du ja jetzt die Teams dran. Tja, merken die das? Also kriegst du manchmal vielleicht so ein Feedback, dass du irgendwie, weiß ich nicht, besonders auf alle achtest beispielsweise? Also ich glaube schon, dass häufig das Feedback ist, dass ich führe, glaube ich, sehr empathisch. Aber ob das immer so damit verknüpft wird, ob ich im Ausland war, ich erzähle das jetzt auch nicht immer sofort. Von daher weiß ich das nicht, ob die das wirklich verknüpfen. Mein Highlight ist immer, dass wenn ich so das Gefühl habe, das Team braucht mal eine Story, dann erzähle ich, ich war Backpacking in Saudi-Arabien, spätestens dann sind alle wieder on track und denken so, okay. Also ja, manchmal spiele ich damit auch, aber ich glaube nicht, dass es, es gibt nicht den Diversitätsskill, glaube ich. Aber meine These wäre, je interkultureller wir sind oder je mehr Skills wir in der Diversität haben, ich glaube, desto besser klappt es dann auch im Agilen, weil ich sehe halt ganz viele Fähigkeiten, die da sehr gut zueinander passen und je besser wir uns mit diesen Unterschieden von uns selber beschäftigen, desto besser können wir es, glaube ich, nachher auch ausgleichen in der Zusammenarbeit. Du hast jetzt eben auch gesagt, Agilität in einem Wort beschreiben für dich wäre Gemeinschaft, hast du, glaube ich, gesagt? Gemeinsam, ja. Genau, gemeinsam. Würdest du sagen, dass Diversität in einem Wort in Kombination mit Agilität vielleicht auch gemeinsam heißt, oder würdest du es ein bisschen anders beschreiben? Unterschiedlich gemeinsam, würde ich sagen, oder verschieden gemeinsam. Weil ich finde schon, Diversität hat was Trennendes. Also wir sind einfach unterschiedlich. Ich finde auch nicht schlimm, dass wir unterschiedlich sind. Eigentlich ist das super, weil wir wollen ja innovativ sein, wir brauchen verschiedene Ideen. Und trotzdem geht es, glaube ich, ist die Challenge eher zu gucken, wie können wir das Trennende zusammendenken? Wie können wir das auch aushalten? Und ich sage nur, VUCA hat ja dieses schöne Wort Ambiguitätstoleranz, wo keiner weiß, was das genau ist. Ich würde sagen, Ambiguitätstoleranz ist das, wenn ich versuche, im Libanon Bus zu fahren, ohne Arabisch zu können und irgendeinen Plan zu haben. Oder wenn ich halt auch sage, okay, ich will jetzt mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten, am besten noch eine agile Transformation starten. und ich habe ganz viele Unbekannte und muss das erst mal aushalten. Und wer viel gereist ist, der hat, glaube ich, schon ein gutes Level an dieser Toleranz, einfach dieses Gefühl auch auszuhalten, okay, ich weiß jetzt gerade nicht alles und ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie es genau weitergeht. Trotzdem kann ich das aushalten und ich kann mich darauf verlassen, dass es schon irgendjemand geben wird, der halt diesen Skill hat und der vielleicht dann zu mir kommt und sagt, guck mal, lass uns das doch mal so machen. Das finde ich tatsächlich ein super schönes und perfektes Schlusswort oder Satz zum Abschluss, bevor wir in die Fragerunde starten. Gibt es denn hier aus dem Publikum jemand, der gerne eine Frage stellen würde? Ich schaue mal online rein. Nein, hier gibt es niemanden. Oh, ich habe hier was falsch gemacht. Es ist bei mir gerade kaputt. Kann vielleicht jemand schauen, ob es online eine Frage gibt? Der Olli macht das gerade. Es gibt so viele Konkurrenzveranstaltungen. Ja, hast du es schon aufgehabt, Vanylis? Weil wenn du es jetzt neu liest, habe ich gerade gemerkt, dann sind alle Fragen weg. Falls ihr vielleicht mich jetzt hört, es ist ein bisschen verzögert, remote, aber falls ihr eine Frage habt, stellt sie bitte nochmal. Falls ihr sie schon gestellt habt, dann sehe ich sie auch wieder. War hier gerade eine Meldung? Ja, hier vorne ist eine Frage. Wir brauchen einmal das Mikro. Es ist tatsächlich eher eine Geschichte, wie man es falsch machen kann. Während der Diplomarbeit in England hatte ich halt eine gute Bekannte und irgendwann sagte ich ihr, dass sie versuchte, mich zu korrigieren im Englischen, netterweise. Und ich sagte, nee, das ist schon richtig. Und dann sagte sie irgendwas, nee, irgendwann sagte ich, das ist aber falsch, was du da sagst. Also sie ist ein native English speaker gewesen und ich habe das danach nicht mehr gemacht. Aber im Nachhinein war es mir sehr peinlich. Aber du hast auch am Anfang das erst mal nicht angenommen, quasi diese Korrektur? Ich war so von meinem Schulenglisch überzeugt. Das war echt super. Ja, auch schöner Vergleich, ne? Vielleicht noch eine andere Frage. Wie sieht es mit verschiedensprachigen Teams aus? Oh ja. Das ist ja eine Herausforderung, weil auch der kulturelle Hintergrund, auch das Verständnis jeweils sehr unterschiedlich ist. Ja, ich glaube, das ist die Challenge per se. Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man sich mal auf eine Sprache einigt, die überhaupt alle sprechen. Ich war auch schon in einem Team, da waren die Meetings auf Deutsch und da saß aber eine Person drin, die konnte kein Deutsch. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist die Person in dem Meeting und was nimmt die genau jetzt daraus mit? Also das ist, glaube ich, immer so eine Diskussion, die einen wollen dann kein Englisch reden, weil eigentlich der Großteil des Teams Deutsch ist. Ich würde immer dafür plädieren, wie gesagt, für mich agil heißt, gemeinsam das zu machen. Das würde für mich schon bedeuten, dass man sich auf eine gemeinsame Sprache einigt, auch wenn das vielleicht für einige bedeutet, dass es ein bisschen unbequemer ist als sonst. Aber Diversität ist halt immer ein bisschen unbequem. Und von daher würde ich eher dafür plädieren, dann eher zu schauen, können sich denn alle gut und rudimentär in dem Meeting sinnvoll auf Englisch austauschen? Dann wäre das immer mein goldener Weg, zu sagen, okay, dann müssen sich auch die anderen ein bisschen anpassen, weil ansonsten sitzt halt eine Person da drin und die versteht halt dann gar nichts mehr. Falls das die Frage beantwortet. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Nee. Online kamen tatsächlich auch gar keine Fragen rein. Ich glaube, ich bin zu früh mit der Zeit. Ich habe, glaube ich, eben falsch gerechnet in meinem Kopf. Wir können auch ein bisschen weiterquatschen, wenn du willst. Wir haben noch zehn Minuten. Ach so. Du hast mich hier jetzt schon so durchgehetzt. Ich habe den Zeitplan ein bisschen falsch gerade im Auge gehabt und dachte die ganze Zeit so, oh, oh. Ja, ich habe dich tatsächlich ein bisschen durchgehetzt. Ich schaue nochmal auf meine Fragen, die ich vorbereitet habe, aber du kannst auch gerne einfach so noch irgendwas erzählen. Ich glaube, was die Leute vielleicht im Zweifel interessiert, sind irgendwelche Geschichten aus dem Libanon, weil es natürlich ein bisschen exotischer ist als Kanada, was zumindest sprachlich ein bisschen näher ist, weil die meisten schon Englisch sprechen und Arabisch doch schon gerade für Deutsche irgendwie eine nicht so oft gesprochene Sprache ist. Ja, also ich würde sagen, heutzutage würde ich sagen, der Libanon ist immer noch so ein Einsteigerland. Das ist in der Tat dreisprachig ganz viel das Land. Ich habe auch Französisch studiert. Mit meinen Freunden habe ich Deutsch gesprochen. In der Uni haben wir ansonsten Englisch gesprochen und draußen war Arabisch. Also man kommt ganz gut hin und her, aber ja, also für mich war die Erkenntnis im Libanon, wir hatten halt das Glück, dass wir in einem Studiengang waren. Wir haben Arabisch schon vorher gelernt und ich habe im Libanon ganz viele Leute getroffen, weil das ist so der NGO-Hotspot. Also früher, wenn es eine NGO gab, die was im Nahen Osten gemacht hat, dann saß sie im Libanon. Und deshalb gab es da ganz viele Leute, die da Praktika gemacht haben und die hatten null Ahnung, also die haben kein Arabisch gesprochen, die hatten keine Ahnung von der Geschichte, von der Kultur im Libanon. Die haben sich halt in so einem mini kleinen Kreis dann bewegt. Und da war so meine Erkenntnis, boah, was hätten diese Leute auch für Erfahrungen machen können, wenn sie sich mal rausgetraut hätten aus ihrer kleinen Bubble. Aber das ist ganz selten passiert. Und das war halt so, wie gesagt, ich kann nur sagen, Bus fahren, Öffis fahren, es war ein Abenteuer, aber es hat sich absolut gelohnt, weil man einfach andere Seiten sieht und auch Leute in den Bussen kennengelernt hat und die haben einem andere Sachen erzählt. Und ich würde halt immer dafür plädieren, dann lieber das auszuhalten, dass es fremd ist, als darauf zu verzichten, diese Erfahrung mal zu machen. Ja, ich weiß nicht, ich kann nur Werbung für den Libanon machen, tut mir leid. Ich würde immer mal hinfahren. Ja, das war aber auch generell ein schönes Statement, vielleicht auch für Leute, die nicht jetzt unbedingt im Ausland arbeiten, aber vielleicht auch einfach mal Urland, Urland, Urlaub, Urlaub in einem exotischeren Land machen, exotisch bezogen auf eine andere Sprache, die man vielleicht nicht spricht. Ja, zur Sprache würde ich nämlich ganz gerne noch eine Frage stellen. Du hast jetzt schon gesagt, du kannst ein bisschen Arabisch oder hast ein bisschen Arabisch gelernt. Ob du es jetzt noch kannst, weiß ich nicht, will ich dir nicht vorwegnehmen. Ein bisschen. Für Josef ist das schon krass viel, meinen libanesischen Kollegen. Ich würde sagen, ich kann nicht so gut Arabisch sprechen. Er würde sagen, ich kann es schon ziemlich gut für eine deutsche Arabisch sprechen. Also irgendwo in der Mitte wird es sich bewegen. Okay, sehr gut. Wenn du dich im Bus dann auch mit anderen unterhalten hast, war das dann immer Arabisch bis zu einem gewissen Punkt und dann mit Händen und Füßen, worüber es ging? Ja, schon. Also es kommt dann halt darauf an, ob die Person auch Englisch spricht. Dann kann man irgendwann dann auf Englisch mal sprechen. Wobei man natürlich hier auch, ist vielleicht noch so eine andere Dimension von Diversität, die man sowohl im Libanon, aber auch in Deutschland natürlich mitdenken kann, ist soziale Herkunft. Wer fährt im Libanon Bus? Verrückte deutsche Studentinnen scheinbar. Aber vor allen Dingen natürlich eher Leute, die keine Autos besitzen, keine Angestellten und sowas. Das heißt, wir haben da einfach eine andere soziale Mischung, die im Bus sitzt, mit der wir zum Beispiel in der Uni niemals in Berührung gekommen wären. Und das ist, glaube ich, auch heutzutage immer noch so was, wo mich das immer wieder zurückdenken lässt. Auch das ist übrigens was, was wir im Arbeitsleben extrem häufig vergessen. Nämlich uns mal zu überlegen, nicht alle von uns kommen aus einem krassen Akademikerhaushalt. Aber und das macht halt was mit uns, wenn wir aber nicht aus einem Akademikerhaushalt sind, sondern wenn wir vielleicht die erste Person waren, die studiert haben in der Familie, dann macht das was mit unseren Entscheidungen, wie wir reden, welche Entscheidungen wir treffen, wie wir Probleme angehen. Das wäre echt nochmal so eine andere Dimension von Diversität, die, glaube ich, ganz häufig vergessen wird. Und die jetzt wieder auch so eher, also deutsch-deutsch, durchaus eine Rolle spielen würde. Ja, einfach auch, ist ja auch eine Form von Diversität, einfach den sozialen Hintergrund noch ein bisschen zu berücksichtigen. Wir haben tatsächlich jetzt nochmal zwei Fragen reinbekommen. Wir haben sogar beide Votes. Die Frage Nummer eins ist, sich auf eine gemeinsame Sprache zu einigen, bedeutet nicht gleichzeitig, Inclusion und Belonging herzustellen. Was wären hier Top-Tipps? Oh ja, das ist natürlich eine clevere Frage. Ja, also ich würde sagen, genau gleiche Sprache heißt nicht, dass ich auch mich zugehörig fühle, klar. Ich würde es auch mal separieren. Sprache ist viel auch Info. Und die Frage war eher, was mache ich mit gemischten Teams? Und da würde ich mich eher halt darauf fokussieren, wie können wir überhaupt sicherstellen, dass wir uns einander verstehen. Bei dem Belonging würde ich eher dazu tendieren, zu sagen, wie stellt man Belonging her, wie stellt man Zugehörigkeitsgefühl her. Und das ist aus meiner Sicht immer über Gemeinsamkeiten. Mein Ausbilder von der interkulturellen Ausbildung hat immer gesagt, Boah Svenja, wenn du in ein interkulturelles Trinken gehst, das erste, was du machen musst, in den ersten fünf Minuten, musst du es schaffen, dass die Leute im Raum irgendeine Gemeinsamkeit miteinander finden. Weil dann werden sie viel einfacher miteinander interagieren. Und das wäre, also wenn wir ein Team haben, ist es ja vielleicht noch ein bisschen einfacher, das wäre mein Top-Tipp, Zeit dafür zu investieren, mal zu gucken, was haben wir gemeinsam. Vielleicht, keine Ahnung, Hobbys, vielleicht können wir irgendwas besonders gut. Und da würde ich mich halt, wir in Deutschland konzentrieren uns ja sehr so auf die Arbeit. Da würde ich eher sagen, es muss gar nicht arbeitsbezogen sein, aber vielleicht finden wir privat auch was, was uns einfach gemeinsam eint. Und ich glaube, das ist das stärkste Bindeglied, um Belonging herzustellen. Also man muss sich identifizieren können und das tun wir halt mit Menschen, mit denen wir was gemein haben. Schön. Es gibt noch zwei Fragen. Einmal, denkst du, dass es unterschiedliche Interpretationen von agilen Praktiken im internationalen Kontext gibt? Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Da wollte ich mich schon immer mal mit beschäftigen. Ich hatte mal immer, also die These in meinem Kopf, die aber nicht beantwortet ist, ist immer noch, dass ich mich frage, kann Agilität wirklich in allen Kulturen funktionieren? Ich habe dazu keine Antwort. Ich weiß, dass es in Afrika viele, viele Startups gibt, die extrem agil arbeiten, viel auch mit Scrum arbeiten. Von daher wäre es sicherlich mal eine Reise wert, mal zu schauen, ob das so funktioniert. Ich persönlich als Soziologin würde halt sagen, ich hätte da so bei einigen Sachen schon zweifeln. Aber das kann ich so noch nicht ganz beantworten. Vielleicht nächstes Jahr. Nächstes Jahr, wenn du dann in Afrika warst, frage ich dich noch mal. Es gibt noch eine Frage, die finde ich auch ganz spannend. Findest du Diversität anstrengend? Ja. Ganz einfache Antwort, ja. Also es ist halt immer super anstrengend, mit Menschen zu arbeiten, die nicht gleich sind. Deshalb tendieren wir, glaube ich, auch immer dazu, gerne mit Menschen zu arbeiten, die so sind wie wir. Ich glaube aber, dass sich das dann halt, es zahlt sich halt aus, mit Menschen zu arbeiten, die nicht so sind wie wir, weil das ist da, wo halt Innovation entsteht. Die Innovation habe ich noch nie gesehen, dass, wenn ich mit Leuten zusammensitze, die genauso denken wie ich, dass da was richtig Krasses rauskommt. Sondern meistens ist es so, wir können total angeregt diskutieren, aber wir kommen ja immer auf den gleichen Nenner. Wenn wir aber Leute haben, die unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Erfahrungen, dann schaffen wir es schon, Innovatives zu schaffen. Aber ja, es ist anstrengend. Und es ist auch viel Mühe, die dahinter steckt. Man muss sich dauernd wieder miteinander auseinandersetzen. Hier gibt es noch einen Kommentar im Chat. Ja, ich musste gerade gucken, weil da noch eine neue Nachricht reingekommen ist. Zu deinem Thema, was finden, was Leute vereint. Hat noch jemand hier kommentiert, Essen vereint immer. Ja, das stimmt. Und das finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort, weil wir mit dem Essen auch gestartet sind, mit den Pancakes. Und ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke, auch von deinen Reisen und von deinen Erlebnissen, besonders auch in Deutschland. Danke, dass du da bist. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr. Wir sprechen ein bisschen über Afrika. Ja, ja. Oder wir sehen uns hier beim Essen, für alle, die hier sind. Genau, weil Essen vereint. Danke dir, Svenja. Danke. Applaus Danke. Applaus Danke. 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 Vielen Dank. Weiter geht's. Ich muss mich hier ganz kurz orientieren, aber das habe ich jetzt geschafft. Weiter geht's mit meiner lieben Kollegin Bianca. Kommst du mal hoch auf die Bühne. Dein Applaus, Bianca. Vielen Dank. Und da habe ich dann auch erstmal festgestellt, es gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und das geht ja nicht jedem so, der mit Kunden zu tun hat. Deswegen, ja, mir gefällt es aber ganz gut. Und dann bin ich irgendwann jetzt eben auch im Projektmanagement gelandet und finde es da super. Und ja, bin aktuell eben dafür zuständig, Einführungsprojekte für Google Workspace bei unseren Kunden zu machen. Und deswegen bin ich heute auch hier, weil ich einfach ein bisschen zeigen will, welche Potenziale man da eben auch nochmal nutzen kann, nach einem Einführungsprojekt, um auch solche kollaborativen Tools, agilen Tools, wie eben auch die von Google Workspace langfristig eben auch nutzbar zu machen. Das ist also quasi der Bogen zur Tools for Agile Teams und zu New Work. Okay. Cool. Wie stellt ihr denn sicher, dass eure Projekte nachhaltig sind? Genau. Also, unsere Projekte sind, also da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Einmal auch, jetzt gerade auch, wenn wir vorher noch von New Work gesprochen haben, New Work braucht eben Agilität, Flexibilität, braucht die richtigen Tools, damit man auch ortsunabhängig arbeiten kann, auch geräteunabhängig arbeiten kann. Und wir haben hier einfach auch verschiedene Ansätze, wenn wir Projekte einführen in Unternehmen, wie man das dann auch lange haltbar machen kann. Also, hier natürlich Nachhaltigkeit nicht in dem Sinne von ökologisch oder grün, auch wenn die Cloud, die Google Cloud natürlich auch immer grüner wird, mit immer mehr erneuerbaren Energien, aber ja, nachhaltig im Sinne von, wir gehen unsere Projekte einfach langfristig an. Also, wir schauen einfach, dass wir zum Beispiel die Mitarbeitenden hier einbeziehen und hier gucken, wir arbeiten auch mit einer Einführungsmethodik, die wurde von Google entwickelt auch, die Customer Success Methodology. Und hier geht es viel darum, alle Personen im Projekt auch abzuholen. Also, nicht nur die IT und eigentlich so das Kernteam, was hier eigentlich auch mitarbeitet, das unser Projektteam formt praktisch, sondern auch eben die Mitarbeitenden hier abzuholen. Also, so eine sogenannte, die Google Guides sind immer so circa 10 bis 15 Prozent der Mitarbeitenden, die wir dann aus den Abteilungen rausziehen und hier nachfragen, hey, was sind ja eigentlich eure Prozesse? Wie arbeitet ihr? Wie kann man das eigentlich bei uns oder auch mit den neuen Tools jetzt zum Beispiel abbilden? Und ja, ich habe jetzt noch gar nicht so viel über die Tools gesprochen. Die sind natürlich alle, wie gesagt, kollaborativ. Da kann man in Echtzeit zusammen, schön zusammenarbeiten. Sehr effizient auch, weil sie schön miteinander agieren. Und wenn euch das genau interessiert, hat mein Kollege der Max zum Beispiel, der macht immer viel Marketing bei uns oder alles Marketing auch. Der hat hier ein schönes Video auch vorbereitet, wie man hier schön mit den Tools zusammen die nutzen kann und hier effizient arbeiten. Das wird er wahrscheinlich auch nochmal hier im Chat teilen dann auch für alle. Und schaut da gerne mal rein. Das fängt an mit, einfach, dass man weggeht von dieser reinen E-Mail-Konversation im Unternehmen. Das machen wir zum Beispiel hier intern ja gar nicht mehr. Das ist schon fast verpönt, würde ich sagen. Also wir setzen hier viel auf Chat, schnelle Kommunikation, direkte Kommunikation, Chatrooms. Hier kann man direkt ein Meet, eine Videokonferenz hinzufügen. Dann gibt es mittlerweile automatisiert erstellte Besprechungsnotizen, wo man dann ganz schnell seine Notizen für den Termin, in dem man sich gerade befindet, mitschreiben kann. To-dos aufschreibt, hier Leute verlinkt und einfach alles einen schönen Bogen letztendlich macht. Und ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen zurück zum eigentlichen, wie wir eben auch Projekte dann eben aufsetzen. Wie gesagt, die Personen in den Abteilungen abholen, schauen, dass sie hier eben ihren Input bringen können, sich gehört fühlen. Weil letztendlich sind ja die die Personen, die auch mit diesen Tools arbeiten müssen. Und ja, deswegen müssen wir auch schauen, dass die da dabei sind. Weil du eben gesagt hast, Google Guides. Das habe ich noch nie gehört, aber es hört sich gut an. Was ich mir jetzt frage ist, sind das dann Guides, die euch sagen, also habe ich das jetzt verstanden, die sagen dann euch, so läuft das hier bei uns in dieser Abteilung? Oder sind das welche, die dann hinterher sozusagen Google Evangelisten in der Abteilung werden? Oder beides? Es ist so ein bisschen tatsächlich beides. Also es fängt an, ein Projekt, wenn wir das aufsetzen, dass wir direkt schon regelmäßige Meetings mit denen haben, im regelmäßigen Austausch stehen. Aber auch nach dem Projekt werden sie dann eben zu Google Champions, so genannten, die dann eben auch im Nachhinein nach dem Projekt schauen, gibt es oder wo haben sich Prozesse entwickelt? Gibt es wieder eine Art Schatten-IT, die man ja nicht so gern hat? Hat sind da vielleicht irgendwelche Sachen wieder passiert, die man nicht haben möchte? Oder Prozesse haben sich auch weiterentwickelt, die wir vielleicht jetzt wieder anders abbilden müssen? Und da werden die eben auch immer wieder mit einbezogen. Ja. Genau. Cool. Das klingt gut. Und weil wir ja von Nachhaltigkeit gesprochen haben, hast du mal irgendwie ein Beispiel, wie lange ihr an so einem Projekt mit einem Kunden arbeitet? Also du musst jetzt keinen Kunden nennen, aber zum Beispiel mal so ein Beispiel in Monaten oder Wochen? Genau. Also normalerweise ist so der Timeframe, der immer klassisch gesetzt ist für so ein Einführungsprojekt, drei Monate. Das heißt, man sollte das eigentlich in 90 Tagen, könnte man das Projekt technisch abschließen. Aus unserer Erfahrung haben wir festgestellt, so ist das in der Regel dann einfach nicht. Das braucht immer ein bisschen länger. Ja, und wir arbeiten dann einfach auch, eben weil wir diesen Change-Gedanken dahinter noch haben, eben nicht nur, wir wollen hier nur Tools einführen, sondern wir wollen eigentlich auch einen Kulturwandel letztlich erreichen. Weil dieses, wir haben wir ja gerade schon, wenn wir gerade mit Mails einfach nur kommunizieren hin zu, wir haben schnelle und direkte Kommunikation per Chat, da muss auch viel im Unternehmen passieren, dass das letztendlich auch funktioniert. Und deswegen eben ganzheitlicher Wandel, der dann eben diese drei Monate nicht immer eben, ja, oder eigentlich nie einbehält. Okay, gut. Super. Hattest du noch eine Umfrage vorbereitet? Es müssten welche noch vorbereitet sein. Also schaut mal in Venulous, quasi unter Umfragen, nehmt da gerne dran teil. Dann sage ich mal, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Wenn ihr Interesse habt an Google-Einführung bei euch im Unternehmen, dann schaut mal bei uns auf der Website vorbei. Und am Ende hockt dann irgendwann die Bianca bei euch. Genau. Und genau, bringt euch Google näher. Vielen Dank. Gerne. Hier geht es jetzt weiter mit der Franzi, die steht da quasi schon in den Startlöchern, deswegen... Danke dir. 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 Ich bin schon live. Genau, wir kommen jetzt schon tatsächlich zum letzten Slot für heute in der Kulturlounge und mein nächster Gast hat eine ganz schön beeindruckende Vita, deswegen muss ich jetzt gleich ein bisschen ablesen, weil es ganz schön viel ist, aber ich will es euch nicht vorenthalten. Er bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung mit und hat schon in vielen agilen Entwicklerteams aktiv gearbeitet oder mitgewirkt. Er konnte schon wertvolle Projekterfahrungen sammeln bei über 200 Projekten für namenhafte Kunden, unter anderem Apple, BASF, BMW, Daimler, Lufthansa, P&G oder Procter & Gamble, kennen vielleicht mehr, Telekom, Red Bull und noch viele andere, die ich jetzt alle nicht noch aufzähle. 2001 hat er dann erfolgreich eine Softwareplattform entwickelt, die zeitweise auch Marktführer war im Bereich Brand- und Markenmanagement, war acht Jahre lang Technologiepartner von Adobe USA und wurde sogar von denen mit dem Innovationspreis für besonders kreative Softwarelösungen ausgezeichnet. Ein paar von seinen Ideen haben es auch in die Adobe Creative Suite geschafft, also vielleicht arbeitet ihr ein bisschen mit seinem Entwicklertum täglich. 2018 hat er dann ein Ausbildungsprogramm gestartet zum Agile Business Coach und heute beschäftigt er sich primär mit Business Agility auf der Geschäftsführungsebene und seine Mission ist es, Unternehmen dabei zu optimieren, dabei zu helfen, Denkweisen, Strukturen, Prozesse und Wertschöpfung und Zufriedenheit zu optimieren. Dabei ist für ihn auch, wie für viele andere, die wir heute schon hatten, immer der Mensch im Mittelpunkt. Das ist ja auch als Coach, ne? Unser Thema ist Kulturwandel, warum die Transformation nicht ohne die passende Haltung funktioniert und ich heiße Robert Gies, herzlich willkommen. Dankeschön, Franzi. Ich freue mich sehr mit dir, heute über das spannende Thema zu sprechen. Ja, ich mich auch. Möchtest du ein Wasser? Nö. Okay, gut. Gleich komme ich da nachher noch drauf zurück, je nachdem, welche Fragen du mir stellst. Ob du ein bisschen ins Schwitzen kommst? Ich habe in der Anmoderation ja jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt, aber erzähl uns mal so ein bisschen, wo du dich primär bewegst, in welchen Segmenten, wo du so arbeitest. Genau, also ich begleite heute Unternehmen im Bereich Zukunftswandel, also alles, was so im Prinzip ansteht, damit man gut auf die Zukunft vorbereitet ist. Da gehören dazu Methoden wie OKR beispielsweise, agile Arbeitsweise natürlich oder Agile Leadership, Management 3.0. Das sind so verschiedene Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und vielleicht das Besondere dabei ist, dass ich mich dort wirklich auf den unterschiedlichen Flughöhen in der Organisation bewege. Das heißt, ich versuche auch sozusagen, die abgeteilte Organisation in irgendeiner Form wieder ein bisschen zusammenzubringen und das auf verschiedenen Hierarchie-Ebenen. Das heißt, ich arbeite da auf der Geschäftsführungsebene, sowohl auf der mittleren Ebene, Breakmanagement, Product Ownership oder Squam Master und aber genauso auch in der operativen. Das heißt, wenn es wirklich um operative, wertschöpfende Arbeitsweisen geht. Also quasi rundum alles, was man so anbietet. Alles, was notwendig ist. Ich versuche halt eine gewisse ganzheitliche Sicht auf die Organisation zu haben, was aus meiner Sicht häufig leider fehlt. Dass man einfach zu punktuell einfach so an bestimmten Dingen in der Organisation etwas macht, aber vergisst, dass irgendwie alles zusammenhängt. Ja, und ja, dass wir im Prinzip wirklich alles im Blick haben müssen und alles miteinander funktionieren muss. Ja, es hilft uns nicht, wenn wir irgendwie Inseln schaffen, wo dann irgendwie irgendwie so einen kleinen Teil, was toll ist, aber der ganze Rest der Organisation irgendwie nicht zusammenpasst. Ja, das sollte natürlich nicht passieren. Du hast jetzt eben schon so ein bisschen angeteasert, dass du in ganz verschiedenen Bereichen unterwegs bist und du nennst dich selbst auch ganz gerne Full-Stack-Coach. Genau, ich komme ja aus der Softwareentwicklung. Die Softwareentwickler kennen das wahrscheinlich, ja, und ich sehe das im Coaching genauso. Also ich sehe das auch als einen sehr wichtigen Aspekt an, dass man wirklich die verschiedenen Ebenen von vorne, also von oben bis unten sozusagen im Blick hat und auch dafür sorgt, dass das am Ende zusammenpasst und auch miteinander funktioniert. Viele andere Coaches werden das wahrscheinlich kennen. Kultur ist immer ein Riesenthema im Coaching und auch in Unternehmen. Welche Kulturformen begegnen dir denn so in deinem Berufsalltag oder vielleicht welche Muster begegnen dir, anhand denen du dann Informationen zu verschiedenen Kulturformen ableiten kannst? Also vielleicht nochmal vorab gesagt, für mich ist Kultur jetzt nicht sozusagen ein primäres Thema, an dem ich arbeite, sondern es begegnet mir sozusagen auf dem Weg, Organisationen zu helfen, sich zukunftsorientiert aufzustellen, an ganz vielen Stellen natürlich. Und es passiert natürlich auch, dass die Kultur dann dort auch an den verschiedenen Stellen Schwierigkeiten erzeugt. Und ein großer Fehler, der aus meiner Sicht heute gemacht wird, ist, dass man Kultur versucht, zu stark zu trivialisieren, irgendwie zu vereinfachen. Und da will ich jetzt nochmal so wirklich darauf hinweisen, wirklich im Blick zu haben, dass Kultur sehr komplex ist und dass Kultur auch sehr hochdynamisch ist. Also sich sehr stark verändert und sehr viele unterschiedliche Facetten hat. Aber es gibt natürlich so wiederkehrende Muster, die man immer wieder irgendwo findet. Jede Kultur ist natürlich immer irgendwo anders und einzigartig bei jedem Unternehmen. Aber es gibt halt so wiederkehrende Muster. Da habe ich, da zitiere ich immer ganz gern so ein Modell von William Snyders. Der hat so vier Muster mal benannt, die man sehr häufig spüren und auch erkennen kann, wenn man damit in Berührung kommt. Da gibt es einmal die Anweisungskultur. Das ist so das Klassische, was wir im Terrorismus kennen. Und das Spannende ist halt bei Anweisungskultur, dass das jetzt nicht nur einseitig geprägt ist, das heißt von der Ansage. Also dass jetzt sozusagen die Chefs oder das Management ansagt, was zu tun ist und Mitarbeiter dann das ausführen. Sondern das ist auch immer eine beidseitige Geschichte. Also wenn Mitarbeiter erwarten dann aber auch, dass sie im Prinzip das gesagt bekommen, was sie tun sollen. Also das ist eine Erwartungshaltung, die beidseitig ist. Und so ist das in jeder Kulturform meistens auch so. Das heißt, wenn man jetzt nur eine Seite verändert, dann heißt das nicht, dass die andere Seite sich dann auch verändert. Das muss halt immer wieder sozusagen miteinander harmonisieren. Dann gibt es sowas wie Kompetenzkultur zum Beispiel, findet man sehr viel in Beratungshäusern. Also wo es sehr stark auf Einzelkompetenzen ankommt, wo es um persönliche Weiterentwicklung geht, um individuelle Expertise. Dann gibt es die Zusammenarbeitskultur. Das ist die Kultur, wo der Fokus wirklich auf eine gute Zusammenarbeit, ein gutes Miteinander gelegt wird in der Organisation. Die dann auch manchmal so stark ausartet, dass man so in Richtung schöner Wohnen kommt. Also dass irgendwie Bälle bat und Kicker und man dann meint, man hat hier die tollste Kultur. Das ist natürlich schon ein Teil des Kontextes, der irgendwie eine Kultur beeinflussen kann. Aber natürlich lange noch nicht alles. Und dann gibt es noch so Sachen wie eine Vervollkommnungskultur, wo wirklich ein gemeinsames, nachhaltiges Ziel hauptsächlich im Fokus steht. Und insbesondere es nicht um ein harmonisches Zusammensein geht, sondern um ein wertschöpfendes Zusammensein. Und das ist auch nochmal ein sehr großer Unterschied. Du hast jetzt zuerst auch die Anweisungskultur genannt. Ist es da primär Anweisung top-down oder wird da schon auch so ein bisschen bottom-up gelebt? Naja gut, also eine Hierarchie spielt natürlich immer eine Rolle. Also es gibt ja auch oft so die Annahme, es könnte auch eine hierarchiefreie Organisation geben. Aber selbst in, sagen wir mal so Modellen wie Holismus und so weiter, gibt es ja auch Hierarchien. Nur der Unterschied ist, dass die Hierarchie dort im Prinzip nicht formal ist, sondern dass die sich im Prinzip sozial findet. Also dass derjenige, der jetzt in dem Moment vielleicht eine gute Idee hat oder Wissen hat, was hilft, einen Weg einzuschlagen, dass der dann derjenige ist, der dann im Prinzip so ein bisschen lenkt oder führt oder Orientierung gibt. Also von daher kann das schon unterschiedlich sein. Aber bei der klassischen terroristischen Organisationsform ist es natürlich schon so, dass es dann von der Top-down-Hierarchie herkommt. Und ja, man könnte mir jetzt bewusstwillig sagen, wir haben viele Jahre daran gearbeitet, Denken von Handeln zu trennen. Also so rein terroristisch gesehen ist es natürlich schon so, dass die Ansage von der Hierarchie Top-down kommt und unten sozusagen ausgeführt wird in der Organisation. Was man aber natürlich auch bedenken muss, dass es auch in einem bestimmten Kontext so sehr gut funktionieren kann. Also oft wird das ja auch so verurteilt, terroristische Organisationsform oder Top-down-Management. Und am Ende muss man sich natürlich fragen, was ist denn die richtige Organisationsform oder die richtige Kultur? Also am Ende, aus meiner Sicht geht es ja darum, dass eine Organisation nur einen Zweck hat. Da finden sich Menschen zusammen zu einem bestimmten Zweck, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und da kann die Kultur hilfreich sein oder kann uns im Prinzip auch behindern. Genauso wie die Organisationsstruktur an sich, wie die Leadership-Prinzipien, die dort gelebt werden, die Regeln, die aufgestellt werden oder die Regulierung, die dort stattfindet. Am Ende, glaube ich, geht es gar nicht darum, was ist gut und was ist schlecht, sondern was passt einfach für diese Organisation? Was ist hilfreich und was ist nicht hilfreich? Ja, ich finde, vielleicht haben noch ein paar eben das Interview davor gehört, it's not wrong, it's different, passt hier, glaube ich, auch ganz gut als Statement rein, gerade für diese Kulturform jetzt. Absolut. Was sind denn Probleme der Kulturform, du hast jetzt hier schon ein paar Probleme angesprochen, die generell so auftreten oder auftreten können? Naja, es gibt halt so witzige Phänomene, die man sich im ersten Moment vielleicht gar nicht erklären kann. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein Team Scrum macht und das funktioniert gut und in derselben Organisation ein anderes Team Scrum macht und das funktioniert überhaupt nicht. Und der Kontext, also auf den ersten Blick ist identisch, also man sieht jetzt hier keinen großen Unterschied und dann fragt man sich natürlich schon, warum ist das so? Und das sind natürlich so Effekte, die können dann was mit der Kultur, also Zusammenhänge mit der Kultur haben. Und jetzt kommt es auch nochmal dazu, also da kommt noch eine weitere Komplexität dazu. Es ist ja nicht so, dass ein Unternehmen eine Kultur hat, sondern dass auch jedes Team zum Beispiel eine eigene Kultur hat. Jeder Bereich hat eine eigene Kultur, jede Abteilung, jede Hierarchieebene und so weiter. Also überall können sich im Prinzip andere Kulturmuster ausbilden in der Organisation, die da natürlich wieder im Zusammenspiel, in der sozialen Dynamik, die entsteht, dann wieder nach außen auch wieder eine Kultur darstellen, was dann wieder die Unternehmenskultur ist. Aber es kann jetzt sein, dass ein Team im Prinzip eine ganz andere Teamkultur hat. Also Team A hat eine Teamkultur und Team B hat eine ganz andere Teamkultur. Und dann gibt es halt natürlich Kulturen, in denen es Werte gibt, die förderlich sind für eine bestimmte Arbeitsweise und es gibt Werte, die jetzt weniger förderlich für eine Arbeitsweise sind. Also meine, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, Agilität gibt sehr unwahrscheinlich viele unterschiedliche Vorstellungen, was das ist. Also meine Vorstellung von Agilität ist, dass es auf jeden Fall etwas mit Zusammenarbeit zu tun hat. Also dass wir in einem Scrum-Team uns gegenseitig unterstützen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. So und wenn wir jetzt dort Werte vorfinden, wo es um persönlichen Erfolg geht zum Beispiel, dann ist das ein Widerspruch. Also bezüglich aus meiner Sicht den agilen Werten, die ein Scrum-Team haben sollte, nämlich einen gemeinsamen Erfolg anzustreben. Und dann kann es natürlich passieren, dass in einem Team, in dem halt Kultur A vielleicht ganz gut passt, in dem anderen Team Kultur B vielleicht jetzt nicht unbedingt zur agilen Arbeitsweise passt. Und dann kann es dort auch holprig sein oder vielleicht sogar gar nicht funktionieren. Wie würde man die Teams dann zusammenbringen, wenn die miteinander arbeiten sollen, wenn die verschiedene Kulturen leben? Ja, also wenn man verschiedene Kulturen im Unternehmen hat, dann gibt es einen Clash. Das ist ganz klar, da gibt es Reibungsverluste. Das muss man sich bewusst machen. Die Frage ist halt vielleicht die, wie kann man Kultur beeinflussen? Und da finde ich auch immer wieder aus meiner Sicht schwierige Projekte vor. Also wenn es jetzt darum geht zum Beispiel, dass man hier so Kulturveränderungsprojekte hat. Aus meiner Sicht ist Kultur immer ein Ergebnis und nicht direkt beeinflussbar. Das heißt, Kultur ist komplex, ist hochdynamisch und nicht kausal. Das heißt, es gibt keine klare Ursache, Wirkung. Und wie man Kultur im Prinzip in irgendeiner Form beeinflussen kann, das ist über den Kontext. Also in dem Kontext, den man herstellt, in dem die Organisation arbeitet, in dem das Team arbeitet, in dem die Abteilung arbeitet, Kontext, der durch Führung hergestellt wird in der Organisation. Also welche Führungsprinzipien gibt es, wie wird das Unternehmen geführt, wie wird es geleitet, wie organisiert man sich. Und je nachdem, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die dann auch kulturbeeinflussend sind. Und in vielen Organisationen erlebe ich dann Anreize, die sozusagen über den Kontext geschaffen werden, die aber eigentlich nicht die Kultur fördern, die man sich wünscht. Also sagen wir mal, ich habe so ein schönes Beispiel von einem Team, kennt ihr vielleicht auch, wo eine Person im Team sehr dominant ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Also einer, der so immer alles an sich reißt und gerne überall die Kontrolle im Team übernehmen will oder auch den anderen ein bisschen die Verantwortung wegnimmt unter Umständen. Also das kann jetzt bei einem agilen Team schädlich sein, weil das führt, das nimmt dem Team die Gesamtverantwortung so ein bisschen. Also da nimmt ein Einzelner sehr viel Verantwortung und andere im Team werden vielleicht so ein bisschen entmündigt an der Stelle. Und wenn es jetzt einen Chef gibt, also nehmen wir mal an, wir haben dort einen Kai, der so extrem dominant ist. Im Prinzip, wenn wir jetzt diese Person Kai nehmen, dann müsste man ihn ja eigentlich schon, also das wertschätzen, was er macht. Also er hat ja ein wahnsinniges Engagement, er setzt sich ein fürs Unternehmen. Also ich habe sogar jemanden erlebt, dem musste man immer zwingen, Urlaub zu nehmen, weil er im Prinzip einfach immer da sein wollte. Er wollte nichts verpassen und so weiter. Das ist ja eigentlich ein extrem guter Wille von ihm. So und wenn es jetzt einen Chef gibt, der den Kai immer als Superhelden darstellt und dann wieder sagt von der gesammelten Mannschaft, der Kai hat uns hier wieder den Arsch gerettet, wortwörtlich, dann tut er natürlich damit sozusagen vielleicht sogar unbewusst, also in den meisten Fällen ist es auch unbewusst, der Organisation sagen, Einzelkümpfertigung ist gut. Und das ist dann eigentlich genau ein Signal, was im Prinzip genau gegensätzliche Entwicklungen anstößt, wie das, was wir eigentlich von Agilität haben wollen. Und da gibt es halt ganz viele von diesen Aspekten, die dann im Prinzip dazu führen können, dass eigentlich eine falsche Kultur initiiert wird oder zu einer falschen Kultur motiviert wird. Wie lebt man denn eine richtige Kultur? Also welche Rahmenbedingungen braucht es denn, um eine gute Kultur aufrechtzuhalten oder generell erst zu schöpfen? Gut, richtig in Anführungsstrichen. Also richtig kann man ja so nicht sagen. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt nicht richtig und falsch, sondern es gibt nur entweder es passt, es ist hilfreich oder es ist nicht hilfreich. Und ich glaube, das ist eigentlich auch genau der Punkt, wo man ansetzen muss. Also dass man im Prinzip eine Erkenntnis herbeiführt, was ist hilfreich für die Organisation und was ist nicht hilfreich für die Organisation. Und am Ende ist es ja so, dass die Kultur sowas ist wie der Schatten, sage ich jetzt mal, des Verhaltens eines sozialen Systems. Also wie sich das soziale System verhält, ist das Abbild davon, könnte man jetzt vielleicht als Kultur bezeichnen, der Schatten. Also das Abbild, was daraus entsteht. Und da ist es natürlich jetzt die Frage, ist dieses Verhalten der Organisation, also wie sich Organisation verhält, ist das förderlich für unsere Wertschöpfung? Also hilft uns das in der Zusammenarbeit, in dem, was wir als Vision uns vorgenommen haben? Oder gibt es da viele Punkte, die uns vielleicht behindern, also wo wir uns selbst behindern eigentlich, durch im Prinzip ein nicht förderliches Verhalten? Und wenn man das aufdeckt und dann auch mal überlegt, wo könnte dieses Verhalten vielleicht herkommen? Also Verhalten kommt aus meiner Sicht, hat das natürlich was mit der Persönlichkeit von jedem Einzelnen zu tun. Dann mit bestimmten Wertemustern, also was ist mir persönlich wert oder mehr wert und was weniger wert. Und wiederum mit dem Kontext, in dem ich mich bewege. Es gibt so ganz spannende Dinge, die ich auch in vielen Cases immer wieder erlebe, dass ein Chef bestimmten Mitarbeitern einfach nichts zutraut. Und ein Chef zum Beispiel bei einem Mitarbeiter sagt, ja, ich sehe da einen guten Willen, aber irgendwie kriegen die das Team nicht organisiert. Und wenn man sich jetzt mal so verschiedene Leute aus dem Team dann anschaut, was die privat machen. Ja, und da hatte ich einen Fall, dass einer aus diesem Team ein Vereinsvorsitzender ist. Ja, ein Vereinsvorsitzender, der in seinem Privatleben tausende von Vereinsmitgliedern koordiniert. Und das in perfekter Form, ja, also eine super Organisation macht. Ja, und der Chef traut ihm auf der Arbeit nicht zu, ein Fünf-Mann-Team zu koordinieren. Ja, und jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Punkt, wo man tatsächlich auch feststellt, dass jemand in einem privaten Kontext ganz anders sein kann, ja, wie in dem geschäftlichen Kontext in seinem Team. Also ein komplett anderer Mensch, ein ganz anderes Verhalten. Und das ist aus meiner Sicht der Beweis dafür, dass der Kontext, in dem man sich halt einfach bewegt und der geschaffen wird, also wir schaffen ja einen Kontext in der Organisation, dass der einen extremen Einfluss auf das Verhalten von Menschen hat. Ja, also entweder unterstützt er einen Menschen, vielleicht auch in dem, was er besonders gut kann, in dem Potenzial, was in dem Menschen drin steckt, gibt ihm die notwendigen Freiräume, ja, wo Menschen wachsen können, wo sie mitgestalten können, wo sie was bewegen können, wo sie was leisten können, wo sie wertschöpfend sein können, wo sie einen Sinn drin sehen. Oder man schafft einen Kontext, der im Prinzip sehr stark eingeschränkt ist, ja, wo man eine bestimmte Richtung vorgibt, wo man sehr viele Regeln hat, sehr klare Regulierungen und sehr genau vorgibt, was zu tun ist. Ja, das sind die Unterschiede. Ich will jetzt nicht sagen, das ist gut und schlecht. Das eine passt vielleicht besser in dem Fall und in dem anderen Fall passt das andere vielleicht besser. Du hast jetzt eben schon mal so ein bisschen Kulturwandelprojekte angesprochen und dass du sowas ja nicht so gut vielleicht findest, du hast jetzt nicht so eine Wertung reingegeben, aber in großen Unternehmen ist es ja häufig so, dass so Kulturwandelprojekte ausgerufen werden. Wie ist denn so deine Meinung dazu, zu solchen Projekten und wieso sollte man das vielleicht machen oder nicht machen? Ja, also ich will das jetzt nicht verurteilen. Ich will nur vielleicht darauf hinweisen, wie man da in so einem Kulturwandelprojekt vorgeht. Also was ich gut finde, wenn man versucht, seine Kultur zu beobachten und versucht, aus der Kultur, die man beobachtet, zu lernen. Also dass man schaut, wie handeln wir in bestimmten Situationen und dann vielleicht auch Hypothesen aufstellt, warum das vielleicht so ist und dann versucht zu erkennen, was hilfreich und was vielleicht nicht hilfreich ist. Und dann vielleicht darüber nachdenkt, ob man an dem Kontext der Organisation bestimmte Dinge verändern sollte, weil sie dann für die Organisation förderlich sind, also für das, was die Organisation vorhat. Also zum Beispiel mal über Incentive-Modelle nachdenkt. Also ist das für unsere Organisation hilfreich, dass wir persönliche Incentives haben. Das heißt, dass Menschen, die eigentlich zusammenarbeiten sollen, nicht dafür gewertschätzt werden, wenn sie gute Gesamtleistung erbringen, sondern gewertschätzt werden, wenn sie Einzelleistung erbringen. Und wenn man feststellt, dass das etwas ist, was vielleicht der Kultur, die man denkt, die man anstreben sollte, die hilfreich für die Organisation ist, nicht passt, dann sollte man an diesem Kontext arbeiten. Aber nicht an diesen Menschen, deren Verhalten einfach von dem Kontext sozusagen inspiriert wird. Du hast mir im Vorgespräch eine ganz inspirierende Geschichte noch erzählt von deinem Vater. Und ich würde mich freuen und ich glaube, die Zuhörenden würden sich auch freuen, wenn sie den Inhalt danach wissen, wenn du da vielleicht nochmal kurz ein bisschen was zu sagen kannst. Ja, also bezüglich dem Thema Agilität habe ich mich sehr viel mal eine Zeit lang mit dem Toyota-Kontext beschäftigt, also mit dem Lean Production, wo der PDCA-Cycle herkommt und so weiter. Und da hatte ich eine sehr interessante Erfahrung gemacht mit meinem Vater, also wie ich relativ klein war, ein kleinerer Topf, fünf Jahre, da war mein Vater viel in Japan. Und ich wusste da natürlich nicht, aus welchem Grund. Und wie ich dann jetzt später mal, nachdem ich mich da extrem mit Agilität und auch dem Kontext von Toyota beschäftigt habe, hat mir mein Vater dann auf einmal so offenbart, ja, wieso liest du das Buch? Frag mich doch, ich bin doch bei Toyota gewesen. Da habe ich gedacht, oh, okay, ja nett, wusste ich ja gar nicht. Ja, und mein Vater, der ist tatsächlich längere Zeit bei Toyota gewesen und das Unternehmen, wo mein Vater gearbeitet hat, ist von einem japanischen Großkonzern aufgekauft worden. Und was haben die gemacht? Die haben alle Manager in dem Unternehmen zu Toyota geschickt, sozusagen in eine Lean-Schule. Und ja, und da gibt es eine sehr lustige Geschichte. die im Prinzip aus meiner Sicht sehr kultur- oder Mindset-verändernd für meinen Vater war. Und das ist auch ganz klar, der hat heute noch ein anderes Mindset dadurch. Und zwar sein japanischer Chef, der kam eines Tages zu meinem Vater. Und ihr müsst wissen, mein Vater ist ein deutscher Ingenieur. Ein deutscher Ingenieur. Und sein japanischer Chef kam zu ihm und fragt meinen Vater direkt ins Gesicht, Werner, welche Fehler hast du heute gemacht? Und ein deutscher Ingenieur, was sagt er? Natürlich keine Fehler. Also ein deutscher Ingenieur sagt, er macht doch keine Fehler, um Himmels Willen. So, was hat mein Vater gedacht? Das natürlich, was er kennt. Er hat dann gedacht, sein Chef kommt zu ihm, klopft ihn auf die Schulter. Werner, du bist ein toller Kerl, du machst keine Fehler, super. Hat er aber nicht. Er hat eine etwas traurige Mine aufgelegt, die Hände hinter dem Rücken versteckt. Mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, Werner, Werner, du stehst noch so am Anfang. Du musst noch so viel lernen. Er ist derjenige, der seine Fehler erkennt, kann an seinen Fehlern wachsen. Und da hat mein Vater natürlich erstmal ziemlich blöd reingeschaut, weil er sowas überhaupt noch nicht erlebt hat. Also Kultur-Clash in dem Fall. Und ist natürlich dann so ein bisschen bedröppelt weggegangen. Und er hat ihn brutals beschäftigt, logischerweise. Und am nächsten Tag kam sein Chef wieder und hat ihm dieselbe Frage gestellt. Werner, welche Fehler hast du heute gemacht? Mein Vater dann natürlich sich schon ein bisschen darauf vorbereitet, logischerweise. Und dann, naja, da war das und das, das ist passiert und das war jetzt nicht so toll. Und dann hat sein Chef gesagt, Werner, super. Und morgen sagst du mir, was wir tun können, damit wir dieses Problem für die Zukunft für immer lösen können. Und ich glaube, das ist etwas, was kulturprägend ist. Das sind emotionale Erfahrungen. Also emotionale Erfahrungen, die jemanden irritieren, also die eine vorhandene Kultur, vorhandene Werte oder Glaubenssätze irritieren, die zum Umdenken anregen. Und im Falle meines Vaters zumindestens ist es so, dass er das bis heute noch so präsent im Kopf hat, dass er die Geschichte immer wieder erzählt, als wäre sie gestern gewesen. Und das ist, glaube ich, das sind so Dinge, mit denen man tatsächlich Kulturen verändern kann. Schön. Glaubst du, dass dein Vater dich auch ein bisschen geprägt hat in der Agilität oder in der Agilität zu arbeiten? Bestimmt, ja. Also, ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht, ja, und das wäre natürlich jetzt total verrückt, wenn man jetzt diese Hypothese aufstellt, dass dieses Mindset, was er da irgendwie geerntet hat oder mitgenommen hat irgendwie, dass das für mich übertragen wurde, keine Ahnung. Aber ich kann nur eins sagen, was bei mir auch manchmal wirklich schwierig ist, ich habe ein radikal positives Menschenbild. Also wo das genau herkommt, vielleicht kommt das sogar daher, keine Ahnung. Aber viele haben es mit mir extrem schwer, wenn sie irgendwie sagen, der kann das nicht oder die Abteilung ist unfähig oder so, dann habt ihr bei mir echt einen harten Gegner für euch, kann ich euch sagen. Weil ich einfach immer daran glaube, dass es nicht an den Menschen liegt, sondern an dem Kontext, der geschaffen wurde. Oder dass einfach Menschen, das erlebe ich immer wieder in der Transformation, dass Menschen einfach überfordert werden. Also, dass sie von heute auf morgen ein so radikales Umfeld bekommen, in dem sie sich einfach nicht sofort zurechtfinden. Weil sie vorher einfach, weil es einfach zu gegensätzlich ist oder zu extrem ist. Und dann im schlimmsten Fall auch sie niemand dabei unterstützt, sich dort sozusagen zurechtzufinden. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es an Menschen liegt, sondern immer nur an dem Kontext, der geschaffen wird. Das ist ein sehr schöner Satz, finde ich. Also generell fürs Coaching und auch für das agile Mindset. Ich würde mal mit den Fragen starten. Ich frage mal hier zuerst in die Runde, gibt es irgendeine Frage aus dem Publikum? Nein. Wir haben aber Online-Fragen. Frage Nummer eins. Würdest du zusätzlich zu den agilen Werten noch Kulturwerte versuchen zu etablieren? Also eventuell ergänzend oder gar ersetzend? Also, wie ich vorhin schon sagte, ich glaube daran, dass es nicht diese eine Kultur gibt, sondern dass eigentlich jedes Unternehmen natürlich erstmal eine eigene Kultur hat und dann vielleicht auch ein bisschen in irgendeiner Form daran arbeiten muss. Also so in der Form erkennen muss, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich. Ein großes Problem, was ich immer erkenne, ist, ich rede immer von toten und lebendigen Artefakten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In Unternehmen, die Werte, die in der Eingangshalle an der Wand stehen. Das ist für mich oft ein Paradebeispiel für ein totes Artefakt. Das ist etwas, das ist ein schöner Wandschmuck, aber in den wenigsten Fällen entspricht das dem, was tatsächlich in der Kultur verankert ist, was sich dort manifestiert hat. Vielleicht ein Wunschbild oder so. Oder halt ein Culture Book ist auch toll. Ich finde das echt super. Aber wenn dieses Culture Book sozusagen in einer Schublade verschwindet und da gut liegt, dann ist es ein totes Artefakt. Die Frage ist jetzt, wie komme ich von toten Artefakten zu lebendigen Artefakten? Ganz einfach, es muss leben. Das heißt, wir müssen Werte, die wir für hilfreich ansehen, die müssen wir sozusagen zum Leben erwecken und müssen sie leben. Und das können wir nur, wenn wir sie wirklich überall einbauen. Das heißt, beispielsweise, wenn wir, also ich bin jetzt auch kein Gegner gegen Leitbild. Ich finde das toll, also wenn man ein schönes Bild macht, wo man sagt, das ist unser Zukunftsbild, im besten Fall, das sogar gemeinsam in einem Kollaborativ entwickelt hat, nicht von der Agentur vorgesetzt bekommt. Das finde ich jetzt nicht gut. Aber wenn man es gemeinsam entwickelt hat, und aus einem gemeinsamen Verständnis heraus, und wenn man sich das dann immer wieder vornimmt, dagegen challenged, also in Retrospektiven zum Beispiel, und sagt, wie war unser letzter Sprint dagegen, wenn wir uns das betrachten, entspricht das dem, wie wir das uns vorstellen, wie wir sein wollen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und das muss überall eingebaut sein. Also ich habe so ein schönes Beispiel von einem Unternehmen, was ich unterstütze. Die haben so ein Leitbild entwickelt, und plötzlich standen da Tassen, wo das draufgedruckt war. Oder sie haben sich T-Shirts drucken lassen. Und das wurde nicht vom zentralen Marketing gemacht, sondern das haben die Mitarbeiter aus Eigeninitiative gemacht. Und daran erkennt man es, dass da was lebt. Das ist lebendig, das funktioniert, da denkt man drüber nach, da hat man eine Identität dazu. Also wenn man das auf diese Art und Weise macht, dann finde ich das gut. Schön, danke. Es gibt noch weitere Fragen. Oh, die Votes gehen gerade hoch. Ich fange mal mit dem nächsthöheren Wort an. Wie viel Prozent aller Führungskräfte sind deiner Meinung nach willens, sich zu verändern oder lernen zu wollen? Ja, das ist auch sehr spannend. Da mache ich euch jetzt wieder schwierig. Da kommt mal ein Menschenbild wieder ins Spiel. Ich glaube überhaupt nicht, dass es irgendetwas mit diesem Mensch, dieser Führungskraft zu tun hat. Sondern ich habe auch ein gutes Beispiel dafür. Sondern ich glaube, das ist der Kontext wiederum, in dem die Führungskräfte einfach sich aufhalten. Also der Führungskontext, der da geschaffen wurde. Es ist ja nicht so, dass die Führungskräfte, das denken ja manche, also wenn man jetzt in unserem Team arbeitet, dann sagt man ja so die Führungskräfte. Und dann ist einem ja gar nicht bewusst, in welchem Kontext diese Führungskräfte sich in diesem Unternehmen bewegen. Und welchen Druck die zum Beispiel von oben bekommen, finanziell zum Beispiel. Also ihr müsst einsparen. Es muss so und so viel eingespart werden. Und wir müssen, keine Ahnung, wir brauchen mehr Kontrolle. Wir müssen jetzt noch hier die nächsten zehn Performance-KPIs definieren und so weiter. Und dieser Kontext, der sorgt dafür, dass bestimmte Führungskräfte einfach nur so sein können, wie sie sind und gar nicht anders. Und ich habe das beste Beispiel dafür. Wir hatten einmal in einem Unternehmen, wo wirklich alle sich beschwert haben über eine Führungskraft. Und diese Führungskraft ist dann aus dem Unternehmen ausgeschieden und dann kam jemand anders. Und der war tatsächlich die erste Zeit, haben sich alle wirklich gefreut, haben gesagt, oh, endlich, jetzt haben wir jemanden, der anders ist. Und nach und nach hat man einfach gesehen, wie der Kontext wieder zugeschlagen hat. Und nach einem halben Jahr war diese Führungskraft wieder genau dieselbe, wie derjenige, der weggegangen ist. Und das hat nichts mit der Person zu tun. Das ist einfach mit diesem Kontext, der geschaffen wird, in den die Führungskräfte reingepresst werden, der Druck, der ausgeübt wird, der zu dem Verhalten führt. Das ist nicht der Mensch, das ist das Verhalten dieser Person, was nicht passt. Eine Frage, die da auch ganz gut gerade zu deinem letzten Saft passt, ist, wie würdest du, ja, da fehlten du, wie würdest du, oh, jetzt eine neue Frage dazukommen, nochmal, wie würdest du unmotivierte Teammitglieder beziehungsweise Verantwortungsgeile in die Positions, in die positive Richtung lenken, um das Team diesbezüglich auszubalancieren und seinen Elan ins Positive zu kehren? Ja, also das war ja so ein bisschen die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, mit der einen Person, die sehr dominant in einem Team ist. Da würde ich im Prinzip versuchen, den Kontext zu setzen auf gute Teamarbeit. Das heißt, wenn dort in irgendeiner Form etwas wertgeschätzt wird, dann sollte das immer mit dem Fokus des Teamziels gesetzt werden. Also es geht nicht darum, ich persönlich zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingekommen bin, ich bin ja auch viele Jahre in Führungspositionen gewesen und ich habe gesehen, dass es dort nur einzelne Menschen in der Organisation gibt, die etwas können oder so ein spezielles Wissen haben. Das war für mich immer ein No-Go. Also allein auch das Risiko für die Organisation, dass da nur so wenige Menschen sind. Ihr kennt ja wahrscheinlich irgendwie Busfaktor. Das ist ja so ein bisschen makaber. Wenn einer vom Bus überfahren wird, dann geht auf einmal nichts mehr. Das kann man sich ja als Organisation selbst daher schon gar nicht leisten. Und wenn man im Prinzip wirklich den Fokus drauf setzt und sagt, uns ist es wichtig, also dieser Kai, du Kai, das ist echt schon großartig, was du machst und dein Einsatz, das ist auch großartig. Das ist ja auch schon so. Das ist ja das Schlimme. Ich kann den Kai ja nicht abstrafen, weil der ist ja einfach total passion für die Organisation, was ja eigentlich theoretisch super ist. Aber es hilft halt dem Team nicht. Also es ist nicht teamfördernd sozusagen. Und das ist halt was, was man offen ansprechen muss. Man muss die Erwartungshaltung ansprechen. Man muss sagen, du Kai, es ist großartig, was du gemacht hast, aber meine Erwartungshaltung ist, dass ihr das als Team macht. Also stell dir mal vor, du hast jetzt diesen Bug gefixt mitten in der Nacht und kein anderer weiß, was du da gemacht hast. Also erstens mal fehlt ja auch die komplette Identifikation von dem Team. Also wenn das irgendwann jemand sieht, dann denkt er sich, okay, das hat der Kai gemacht, das fasse ich nicht an, das muss der Kai wieder reparieren, wenn es kaputt ist. Also du kommst ja ja nicht zu einer Teamverantwortung. Und das muss man natürlich ansprechen und die muss die Erwartungen klar setzen. Und der Kai muss natürlich auch wertgeschützt werden irgendwie. Aber trotzdem muss man halt den Kontext richtig setzen auf Teamziele, auf gemeinsames Arbeiten. Wir kommen jetzt noch mal ein bisschen zum Kontext von Führungskräften. Wie kann man den Kontext aufbrechen, der dazu führt, dass Führungskräfte agieren, wie sie agieren, beziehungsweise wie führt man Führungskräfte und Mitarbeiter zusammen? Also was ich gelernt habe in Veränderungsprojekten, wo ich auch wirklich ganz brutal an die Wand gefahren bin, das muss ich auch ganz klar sagen. Ja, also bei mir läuft nicht alles auch immer super. Also ich habe viel gelernt, was nicht funktioniert. Und was ich gelernt habe, was nicht funktioniert, ist, wenn man in einem Veränderungsprojekt eine Spielwiese bekommt. Eine Spielwiese, wo dann gesagt wird, ja, ja, also wir probieren ja auch neue Dinge aus und macht mal. Aber es im Prinzip einen sehr mächtigen Sponsor nicht gibt. Also jemand, wenn wir mal eine Organisation haben, in der sozusagen über Macht viel bewegt werden kann, dann brauchen wir in einem Veränderungsprojekt jemanden, der das vollends unterstützt, der wirklich dahinter steht, also ich meine jetzt wirklich dahinter steht und nicht nur sagt, wenn es läuft, ist mir es allrecht, sondern der wirklich versteht, worum es geht, der bereit ist, Niederschläge hinzunehmen, der weiß, wenn eine Veränderung stattfindet, dass es nicht einfach ist, der weiß, dass vielleicht erst mal bestimmte Dinge chaotischer sind oder es erst mal den Anschein hat, dass es gar nicht funktioniert, aber dass nur der Weg dahin ist, dass es vielleicht besser funktioniert. Wenn so jemand nicht da ist und dann auch mit einer gewissen Position in einer Organisation nicht in der Lage ist, auch dann mal eine Rahmenbedingung zu verändern, also den Rahmen zum Beispiel wie bei der DB Sistel, was ja großartig ist, dass sie einfach die Incentives, die persönlichen Incentives abgeschafft haben und eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter ist. Also ich habe es leider schon erlebt, dass wir dann gehört haben, okay, ihr habt da ja jetzt toll experimentiert und gemacht, aber jetzt sagen wir wieder, wie es gemacht wird. Und das möchte ich nie wieder erleben. Das frustriert die Mitarbeiter brutals, die da wirklich extrem viel geleistet haben, eine neue Struktur gefunden haben, neue Arbeitsweisen aufgebaut haben und es braucht jemanden, einen Sponsor, der dahinter steht und der auch tatsächlich die Position hat, in der Organisation echte Veränderungen herbeizuführen an dem Rahmen, der Umsatz war im Kontext. Es sind noch ein paar Fragen offen, wir haben nur noch eine Minute. Die eine Frage, Kontext wird doch maßgeblich von den Führungskräften gebildet, wie geht man damit um? Hast du jetzt, glaube ich, eben schon so ein bisschen mitbeantwortet. Die Führungskräfte haben ja auch einen Kontext, in dem sie sich bewegen. Sie bilden den ja nicht nur aus, sie geben den nur weiter. Was ich noch spannend finde, was auch ein paar Worts hat, ist, es gibt doch auch toxische Führungskräfte, die auch bewusst Kontext nutzen und so lenken, dass es ihnen dient oder kennst du sowas gar nicht? Doch, natürlich. Das ist ja das persönliche Wertemodell, was jetzt vielleicht jemand hat. Also zum Beispiel diesen Wert persönlicher Erfolg. Also, dass für jemanden persönlicher Erfolg wichtig ist. und das ist vollkommen in Ordnung, weil das ja irgendwo herkommt. Also ich habe das erlebt in Organisationen, dass die, die einfach in der Historie dazu, durch den Kontext, der in der Historie da war, einfach diesen Menschen so gemacht haben, dass ihm das so viel wert ist. Also zum Beispiel, wenn, also in einer eigenen Organisation sieht man das, da gibt es so Mauern. Also da gibt es Personen, die sich richtig eingemauert haben. Als Schutz. Und zwar, sie haben einen Schutzwall gebaut, ja, um sich vor der Organisation zu schützen. Und der Schutzwall, der ist nicht einfach nur so schnell entstanden, sondern der ist im Laufe der Zeit, in der er in der Organisation gearbeitet hatte, der immer einen Stein darauf gesetzt und das nicht freiwillig, sondern weil er sich schützen musste vor der Organisation. Das heißt, er muss sich vor der Organisation schützen und er hat gelernt, wenn ich mich öffne, ja, wenn ich mich verletzlich zeige, zum Beispiel, dann bin ich angreifbar, ja, und das ist nicht gut, ja, weil die Organisation mich dann angreift an der Stelle und deswegen musste ich diesen Schutzwall bauen. Ja, das kommt durch diesen Kontext, der einfach so von der Organisation geschaffen wurde. Eine letzte Frage noch, auch wenn wir schon über die Zeit sind, aber es sind nur ein paar offen. Ich finde auch, dass man eine Kultur nicht verordnen kann. Aus meiner Sicht ist eine Fehlerkultur jedoch tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt für eine kulturelle, prozessual- und hierarchische Veränderung. Siehst du das auch so? Ja, also ich sehe das so, dass einfach in der Kultur ganz viele Facetten da sind. Natürlich, heute würde ich mal sagen, ist Fehlerkultur besonders auffällig. Also man sieht das halt auch sehr schnell und man stößt da auch sofort drauf. Also gerade wenn man jetzt in so einem Bundle ist. Ich habe mal einen sehr schönen Spruch gehört, den ich immer da verfolge. Und zwar, das Auftreten eines Fehlers ist die Erkenntnis, dass etwas gefehlt hat. Und dieses Mindset, das hat mir persönlich geholfen, tatsächlich mein Mindset zu verändern. Also dieses Prinzip. Also dass ich sage, beim Fehler ist nicht jemand schuld. Sondern beim Fehler erkennen wir oder haben wir festgestellt, dass etwas fehlt. Und ich fokussiere mich dann darauf, was gefehlt hat und ich versuche herauszufinden, wie wir das in Zukunft verhindern können. Und ich glaube, wir brauchen halt einfach Menschen in der Organisation, die dann auch dieses Mindset verkörpern. Leading by Example ist natürlich ein schönes Beispiel. Aber da muss man natürlich gucken, dass der Kontext in der Organisation einfach nicht einen zu großen Widerspruch dagegen aufbauen kann. Weil das Problem ist, wenn ich ein Mindset habe und der Kontext der Organisation im Widerspruch dazu steht, dann kostet mich das Energie. Also sehr viel Energie. Ja, weil ich ja quasi gegen den Kontext ankämpfen muss, der auf mich wirkt. und das hält jemand nicht lange aus. Also ich weiß nicht, ob ihr das dann schon erlebt habt. Also ich kenne Menschen, die haben dann das Unternehmen verlassen. Ja, weil die einfach das nicht geschafft haben, weil sie keine Energie, weil sie kraftlos waren, weil sie einfach gegen diesen Kontext nicht mehr ankämpfen konnten. Und dann haben sie das Unternehmen verlassen. Also es passieren eigentlich zwei Sachen. Entweder du passt dich an, das ist mit dieser Führungskraft passiert, oder du verlässt den Kontext, weil du ihn sozusagen, weil er im Widerspruch zu dir steht und dir so viel Energie kostet, dass du es nicht mehr aushalten kannst oder nicht mehr schaffen kannst. Super, vielen lieben Dank auch für die spannenden Insights auch zum Thema Kultur, Führungskräfte und so weiter. Es sind online noch zwei, drei Fragen offen. Also vielleicht, wenn du gleich noch ein bisschen Zeit hast, kannst du ja mal in den Chat reingehen, kannst du die noch beantworten. Die Leute würden sich bestimmt freuen. Ansonsten vielen Dank, dass du da bist. Danke dir. Und ja, danke. Jetzt müssen wir auch schnell los, weil wir ja ein bisschen in den Chat reingehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was macht ihr da so? Zum Beispiel Wir sind gerade wieder an der Öko-Profit-Zertifizierung dran Das ist so ein Netzwerk Zum Beispiel hier in Wiesbaden gibt es das auch Das gibt es auch in anderen Städten Und da besteht rege Austausch zwischen den Kommunen und eben der örtlichen Wirtschaft, würde ich mal sagen Oder was auch ein ganz großer Punkt ist ist Mitarbeitersensibilisierung Einfach unsere Kollegen darauf aufmerksam zu machen Hier, da, Energiesparen zum Beispiel Großer Punkt dieses Jahr war unser CO2-Fußabdruck Den haben wir für das ganze Unternehmen berechnet für das Jahr 2021 Der ist erst vor kurzem fertig geworden Und gleichzeitig nebenbei ermitteln wir aber auch schon 2022 Und da haben wir dann eben hoffentlich bald jetzt mit Jahresende die Zahlen fertig Ja, und sonst zum Beispiel versuchen wir unseren Acker in das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren und vielleicht wisst ihr es noch nicht aber Björn ist unser Acker-Chef und ja, was kannst du dir da zum Beispiel vorstellen? Ja also zum Ersten ist es natürlich irgendwie toll Chef von irgendwas zu sein auch wenn es nur ein Acker ist Aber ja, wir machen da ja schon relativ viel Wir haben schon Dinge dort angebaut hier in der Küche verzehrt Wir produzieren sogar ein kleines bisschen Energie und sammeln Daten in unserem Bienenstock Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge was wir was wir da machen Was ist denn die Motivation dahinter das Thema anzugehen bei uns? Ja die Motivation für das Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich hier bei Salbert Minder sehr intrinsisch also es kam tatsächlich über die Mitarbeiter in das Unternehmen und einige Kollegen haben sich eben da dahinter geklemmt und das implementiert und ja viele versuchen das eben auch zu pushen weil sie sich einfach auch im privaten Leben dafür interessieren und dann ja natürlich noch so ein paar andere Sachen die uns da auch motivieren der Klimawandel kennt jeder oder auch eben so politische Ziele wie eben das 1,5 Grad Ziel im Pariser Abkommen oder eben auch Regularien durch die EU wie das Lieferketten-Sorgfalt-Pflichten-Gesetz was demnächst eben kommt gibt es bestimmt eine tolle Abkürzung für oder? Ja will man gar nicht wissen du hast uns noch was mitgebracht heute ja genau ich dachte mir jetzt noch so der Abend ist ja relativ fortgeschritten und es ist schon relativ spät ihr habt wahrscheinlich viel Input bekommen darum will ich jetzt ein bisschen Input von euch eine Kollegin von mir hat drei Umfragen also drei Fragen auf der Umfragenseite live geschaltet und die wurden Invenulous 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 Danke Ja und die werden eben zum Thema Sensibilisierung CO2 Fußabdruck was eben gerade bei uns so ziemlich aktuell ist und zwar die erste Frage wäre spielt Nachhaltigkeit bei euch im Unternehmen schon eine Rolle und jetzt wäre ich eben so ein bisschen auf euch angewiesen ich warte mal ob da ein paar Antworten reinkommen ich gebe euch mal so 30 Sekunden Vorsprung schauen wir mal was ich noch erwähnen kann ist zum Beispiel Nachhaltigkeit das ist einer unserer acht Firmenwerte der wurde vor circa drei Jahren bei einem HL-Org Frühstück eben implementiert und haben die Mitarbeiter eben als ja als Firmenwert Unternehmenswert bei uns gewählt und ja wir wissen ja auch in Zukunft das wird immer mehr wichtiger werden und darum versuchen wir das einfach auch mehr bei Cybermedia zu leben so ich würde jetzt einfach mal schon mal rüberschauen ob da schon mal da ist das schon offen smart genau hast du es auch offen? noch nicht jetzt schauen wir mal paar Antworten sind schon drin die erste Frage spielt Nachhaltigkeit bei euch im Unternehmen eine Rolle? oh da bin ich richtig stolz voll gut ja also inzwischen haben 73% geantwortet mit ja voll und 15% okay es wird immer mehr 21% ja ein wenig und tatsächlich nur 7% nein noch nicht also da bin ich natürlich sehr stolz dass das auch bei anderen Unternehmen schon so ein Thema ist ja dann ganz passend eben zu unserem aktuellen Thema CO2 Fußabdruck habe ich auch die zweite Frage mitgebracht ob ihr euch im Unternehmen schon mal damit beschäftigt habt mit dem CO2 Fußabdruck und jetzt schaue ich mal hier nach den Antworten ich muss kurz scrollen aha auch nicht schlecht also inzwischen haben Stand jetzt 45% gesagt ja haben wir schon ermittelt und nur 33% noch nicht 19% sind gerade dabei auch schon sehr zufriedenstellend also ich sehe da geht was vorwärts sehr gut ja und dann würde ich mal schnell noch so ein bisschen was zu unserem Ergebnis eben erzählen das kam nämlich auch erst vor kurzem für das Jahr 21 raus und da haben wir so ein bisschen gemerkt oh eigentlich wir selber wir haben gar nicht so viel Emissionen aber unsere Wertschöpfungskette also praktisch so die ganzen Unternehmen mit denen wir zusammenarbeiten mit denen wir irgendwie was zu tun haben also auch zum Beispiel ihr jetzt weil ihr so an der Tools teilnehmt und hierher angereist seid oder eben auch online wird uns das auch teilweise eben angerechnet und ja genau ein wichtiger Punkt auf jeden Fall und jetzt auch schon da die Zeit fortgeschritten ist würde ich mal langsam zum Ende kommen dritte Frage kennt ihr ja schon euren persönlichen Fußabdruck ich schaue nochmal um die Umfrage rein ah den kennen tatsächlich leider die meisten noch nicht 76% kennst du deinen Fußabdruck? ja seit gestern Abend 7,87 Tonnen ja nicht schlecht oder? sehr gut ich bin auch in der Range so zwischen 7 und 8 Tonnen das kommt immer so ein bisschen drauf an ja ist auf jeden Fall gut also der deutsche Durchschnitt liegt bei circa 12 Tonnen und weil jetzt eben noch so viele Nein gedrückt haben würde ich sagen ihr könnt es gerne mal ausprobieren eine Kollegin von mir würde den Link in den Chat posten da würde ihr zum Rechner vom Umweltbundesamt kommen das nennt sich CO2 schnell 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 check ja dauert nicht lang wenn ihr Interesse habt füllt den schnell aus dann habt ihr Klarheit wobei schnell ausfüllen ist so eine Sache bei dem Teil muss man sagen vielleicht nehmt ihr euch den Link mit nach Hause und macht das und macht das da ja super vielen Dank Manuel gerne danke habt noch einen schönen Abend hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Closing das heißt da kommt die Franzi dann wieder danke dir ja ich glaube wir können direkt weitermachen oder ja hier irgendwer so gnadenlos überzogen hat ich weiß gar nicht wird da jetzt das angedings ich glaube nicht oder ich glaube auch nicht wir bleiben einfach hier so genau sehr gut gehen wir da rüber gut ah es gibt Gewinner von unserem agilen Notizbuch und ich glaube ich habe die große Freude die jetzt hier vorlesen zu dürfen yes ja also passt auf äh Marie-Kathrin Organiszak Gundi Stratmann Stefan Willems Christina Schreck und Dina Bayer herzlichen Glückwunsch zum neuen agilen Notizbuch aus veganem Leder und äh außerdem verschicken wir dann an äh andere Gewinner innen die jetzt hier nicht explizit aufgelistet sind auch noch die die sticky notes die wir die du so schön vorgeführt hast vorhin irgendwie auf der Bühne hatten genau so super ja das war unser erster Konferenztag von unserer elften Tools for Agile Teams wir hoffen ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und wir hoffen euch morgen wieder begrüßen zu dürfen um 9 Uhr 45 geht's morgen wieder weiter mit spannenden Vorträgen verschiedenen interessanten Sessions da stehe ich dann nicht hier mit dem Björn sondern wie im Opening schon angekündigt mit meiner Kollegin Clara die sehe ich jetzt gerade nicht also winkt sie auch wahrscheinlich nicht wir schauen mal in die Agenda ja eigentlich schon aber wir haben gar nichts zum anwerfen wir haben aber gar kein Laptop hier stehen das macht aber nichts ich kann hier wenn ihr noch ganz kurz Geduld habt kann ich das bestimmt hier mit auch machen dann muss ich nur da oben hier auf dem Confidence Screen bitte einmal oder so das wird von vorne wir machen es auch so dann gehe ich jetzt doch hier rüber und überlasse dir diese Seite genau was gibt es morgen so wir haben auch wieder spannende nee wir müssen weiter runter das ist noch der Donnerstag nee das passt das ist jetzt der Freitag das ist oben aber falsch okay egal das passt aber das sind die richtigen Leute genau wir haben morgen wieder spannende Vorträge auch spannende Keynotes unter anderem von Jürgen Apelow und ganz viele verschiedene Tracks was morgen auch neu ist morgen gibt es den ITSM Track den gab es heute noch nicht genau der ist bestimmt super cool würde ich empfehlen da auch mal rein zu schauen ansonsten genau könnt ihr euch so ein bisschen wieder durch die Agenda klicken und mal ein bisschen schauen was euch morgen interessiert und wo ihr morgen dran teilnehmen wollt ja ja dann sind wir durch für heute würde ich sagen wenn ihr wollt könnt ihr gerne noch ein bisschen da bleiben euch unterhalten ein bisschen netzwerken austauschen über sessions essen ganz viel essen 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 und ja vielen dank dass ihr heute so zahlreich da wart egal ob hier vor Ort oder remote und wir hoffen dass ihr alle morgen wieder kommt jawohl macht's gut tschüss tschüss